Gefangen in der Arktis schickt auf keinen Fall Hilfe Ich wollte unbedingt an der Forschungsreise in die Arktis teilnehmen. Raus aus der Zivilisation zu einem kleinen Außenposten mitten im Nirgendwo. Ich hatte die Nase voll von meiner üblichen Forschungsarbeit im Büro und wollte versuchen, meine wahre Berufung im Leben zu finden. Der arktische Außenposten war ein Job, den eigentlich niemand wollte. Nach dem, was ich gehört hatte, wurde er hauptsächlich als Drohung benutzt, um Wissenschaftler dazu zu bringen, schneller und härter zu arbeiten. Niemand will an einfachem Eis forschen. Ein Eis an heißen Sommertagen wegschlemmen, klar, aber doch nicht monatelang in der Arktis bibbern. Verdammt, ich hatte eigentlich auch nur wenig Ahnung von alledem. Ich wusste nichts über Bohrkerne, Mikroben, die seit Jahrtausenden im Eis eingefroren waren oder was auch immer. Aber da sie seit ewig und drei Tagen eine Stelle zu besetzen hatten und ich der Einzige war, der sich freiwillig gemeldet hatte, wurde ich mit Kusshand genommen. Ich dachte, ich wäre allein und könnte mich ein paar Monate lang entspannen. Aber anscheinend wurden die letzten beiden Leute in der Arktis verrückt, sodass man sich schließlich entschloss, niemanden mehr dort allein hinzuschicken. Da war dieser Kanadier namens Josh. Schön, dich kennenzulernen. Mein Name ist Josh. Willkommen in der Arktis, begrüßte er mich, als ich den Außenposten betrat. Genießen Sie Ihren Aufenthalt, ist ein kleines, nettes Örtchen hier. Er war nett, vielleicht ein bisschen zu nett. Und dann war da noch Anja, die einen deutlichen russischen Akzent hatte und fast nie etwas zu sagen schien. Wenn sie es dann doch tat, war es knapp und kurz, ruhig und auf den Punkt gebracht. Vielleicht mein Lieblingskollege oder halt Lieblingskollegin auf dem Außenposten. Last but not least war der Maximilian, ein großer Schwede mit einem flauschigen Bart. Er schien nie besonders gut gelaunt zu sein. Offenbar hatte er anderswo etwas so Wichtiges verbockt, dass er zur Strafe in die Arktis versetzt wurde. Wir anderen versuchten, Abstand von ihm zu halten, damit er uns nicht die Knochen brach. Ein richtiger Grießkram halt. Und da waren wir nun, mitten im Nichts. Nicht, dass irgendjemand von uns wirklich wusste, was wir taten, außer Anja, die als Einzige so richtig arbeitete. Es war ein richtiger Traumjob. Ich verbrachte die meiste Zeit in meinem Zimmer und tat absolut nichts von Wert und spielte mein Lieblingsspiel auf dem Laptop. Es war großartig. Bis zu der Nacht, in der der Strom ausfiel. Wer zum Teufel hat das Licht ausgemacht? kam Maximilians wütende Stimme aus dem behelfsmäßigen Badezimmer. Er hörte sich an, als ob er kurz davor war, einen von uns auf das Eis zu knallen. Der Rest von uns spielte Karten in einem Raum, der eigentlich das Labor sein sollte. Der Strom ist einfach von selbst ausgegangen, rief Anja zurück. »Lasst uns Karten ziehen, um zu sehen, wer rausgehen muss, um es zu reparieren«, schlug ich vor und wählte einen König, eine Dame, ein Ass und einen Joker. Die anderen stimmten zu und wir warteten, bis Maximilian aus dem Bad kam. Ich legte die Karten verdeckt auf den Tisch. »Wer das Ass zieht, muss den Strom reparieren.« »Klar«, stimmte Anja zu. »Und wir sollten uns beeilen, bevor wir alle erfrieren.« »Lasst uns ziehen«, sagte Josh. »Wir sahen alle zu Josh und er zog die erste Karte.« »Die Dame.« »Ich bin dran.« »Entschied ich und zog vom Stapel.« »Ich bekam den König.« »Nur zwei«, murmelte Anja und zog als nächstes. »Es.« Anja stand auf, um ihren Parker zu holen und in die eiskalte Welt hinauszugehen. »Beilig, ja«, brachte Maximilian, der bereits zitterte, zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. Wir zogen alle unsere Parker an. Ich schaute auf meine alte Uhr. Es war punktgenau 23 Uhr. Nur ein paar Kerzen spendeten ein wenig Licht. Wir warteten und warteten. Von Anja und Strom keine Spur. Wir warteten nun schon seit einer Viertelstunde und wurden langsam ungeduldig, weil es so lange dauerte. Seit dem ersten Tag gab es immer wieder Probleme mit dem Strom. Aber meistens war nur eine Sicherung rausgesprungen, weshalb es nie lange dauerte, die Stromzufuhr wieder herzustellen. Maximilian wurde ungeduldig und griff nach seinem Funkgerät. »Anja, wie sieht's bei dir aus? Es ist eiskalt hier.« Keine Antwort. Er versuchte es erneut. Es verging eine ganze Minute der Stille, bevor wir etwas hörten. Es war eine subtile Veränderung des Rauschens, in die sich ganz leise und verzerrt Anjas Stimme mischte. Es war das reinste Kauderwelsch. Oder war es vielleicht russisch? »Äh, Anja?« fragte Josh besorgt. »Brauchst du da draußen Hilfe?« »Hilfe«, murmelte Anja über das Funkgerät. Immer noch war sie äußerst schlecht zu verstehen. »Da draußen.« »Brauchst du Hilfe?« fragte Josh. »Es stimmt etwas mit der Maschine nicht.« »Hilfe«, wiederholte Anja, wobei das Rauschen ihre Stimme fast völlig verschluckte. »Stimmt was mit der Maschine nicht.« »Okay, das war komisch. Sie war zwar Russin, aber eigentlich beherrschte sie unsere Sprache einwandfrei. Aber was sie jetzt gerade von sich gab, klang wie geistlose Echolalie.« »Kannst du das wiederholen?« fragte Josh besorgt. »Wir konnten dich nicht richtig verstehen. Was stimmt mit der Maschine denn nicht?« Rauschen. Dann wieder Anjas Stimme. »Brauchst du Hilfe? Was stimmt mit der Maschine nicht?« »Ach, Scheiße. Ich geh da jetzt raus und kümmere mich selbst um diesen Mist!« erklärte Maximilian lautstark. »Nein«, mischte sich Josh ein. »So wie Maximilian sich benommen hatte, seit wir alle hier angekommen waren, waren wir uns sicher gewesen, dass er irgendwann platzen würde.« Und jetzt gerade schien Maximilian bis zum Zerreißen gespannt. »Ich werde gehen.« »Oh, dann beeil dich!« wetterte Maximilian und ballte die Fäuste. Er beeilte sich. Er beeilte sich so sehr, dass er glatt sein Funkgerät vergaß. »Josh, warte!« rief ich, doch da war er schon draußen. Sobald sich die Tür schloss, schlug Maximilian mit der Faust auf den Tisch, wodurch die Karten in die Luft flogen. »Beräuch dich«, sagte ich. »Das wird schon.« »Aber es ist...« Er hielt inne, als das Licht wieder aufflackerte und die Temperatur fast augenblicklich zu steigen begann. Maximilian schien sich zu entspannen. Einige Augenblicke später hörten wir ein Klopfen an der Tür. Ich stand auf und spähte durch das Guckloch, um zu sehen, wer es war. »Niemand. Völliger Lehrer. Wahrscheinlich ein Tier, das ich aus dem Staub gemacht hatte. Ich wollte gerade zu meinem Platz zurückkehren, als es erneut an der Tür klopfte, und dieses Mal hörte ich eine Stimme. »Josh, Maximilian, Karl, ich bin's. Könnt ihr mich reinlassen? Hier draußen ist etwas.« Anja hielt inne. »Ich glaube, es könnte ein Eisbär sein.« Ich rannte zurück zur Tür, schaute hinaus und öffnete sie. Anja eilte hinein und wir schlossen die Tür. Eigentlich sollte die Tür auch von außen zu öffnen sein, nämlich mit Schlüsselkarten. Aber schon vor meiner Zeit hier hat dieses Karten-Lese-Dings seinen Geist aufgegeben, und so musste immer einer von uns im Haus sein, um den anderen wieder öffnen zu können. Aber eigentlich zog uns ja nichts nach draußen, also beschwerten wir uns nicht darüber. »Anja«, fing ich an, »wo ist Josh?« »Woher soll ich das wissen? Er war doch bei euch«, antwortete sie und hob eine Augenbraue. »Nein, du hast ihn doch über Funk angerufen, damit er dir hilft.« »Habe ich nicht. Ich war ewig lange unterwegs, weil eine der Sicherungen kaputt gegangen ist. Ich musste den ganzen Weg zum Wartungsschuppeln laufen, um ein Ersatzteil zu holen. Deshalb habe ich so lange gebraucht. Aber ich hatte kein Problem damit.« »Aber wir haben doch gehört, wie du über Funk um Hilfe gebeten hast«, gab ich zurück. »Irgendetwas stimmt hier nicht.« »Und da ist noch etwas. Hast du vielleicht irgendetwas gesehen, was kurz vor dir hier geklopft haben könnte? Ein Tier vielleicht?« »Nein, das nicht. Aber«, fuhr Anja fort und schüllte den Kopf. »Als ich da draußen war, hatte ich das Gefühl, dass mich etwas beobachtet. Ich habe versucht, danach Ausschau zu halten. Aber was auch immer es war, ich konnte nur einen letzten Blick darauf erhaschen, als es davonzulaufen schien.« »Wahrscheinlich ein Tier«, vermutete Maximilian, der das Gespräch mitgehört hatte, als wir das zum Spielzimmer umfunktionierte Labor betraten. »Ich wüsste nicht welches«, meinte Anja. »Es war eindeutig zu klein, um ein Bär zu sein. Es hatte fast menschliche Größe. Vielleicht war es Josh. Aber warum sollte er das tun? Dir hinterher schleichen und dann abhauen? Aber warte mal, du hast doch eben gesagt, du hättest nie um Hilfe gebeten. Wer hat uns denn dann bitte schön angefunkt, wenn nicht du?«, hakte ich nach. Bevor ich eine Antwort bekommen konnte, erwachte das Funkgerät zum Leben und wir hörten Joshs Stimme. »Ich brauche Hilfe. Etwas. Falsch. Maschine.« Seine Stimme klang irgendwie weit weg, extrem verrauscht. Und die Art, wie er immer wieder innehielt, bevor er das nächste Wort sagte, machte mich, gelinde gesagt, ein wenig unruhig. »Josh«, begann ich, »die Maschine ist repariert. Ist alles in Ordnung da draußen? Anja ist zurück, ich habe sie gerade reingelassen und...« Es klopfte an der Tür. Und dann hörten wir ein schabendes Geräusch, als ob Metall auf Metall schaben würde. Wieder ertönte Joshs Stimme. »Maschine. Okay.« Ein ohrenbetäubendes Geräusch aus Richtung der Tür. Wumm. »Tür. Durch. Maschine. Mehr. Hilfe.« fuhr Josh fort. Ich begann mich zu fragen, ob es wirklich Josh war, der da draußen stand und schlich zur Tür. »Irgendetwas stimmt nicht. Tür.« Ich spähte hinaus und sah Josh. Er hatte nur seine Thermohose an. »George«, stotterte ich. »Ist dir kalt? Willst du reinkommen?« Joshs Stimme meldete sich wieder über das Funkgerät. »Durch die Tür. Josh, okay. Ich will reinkommen.« Warte, fiel es mir plötzlich wie Schuppen von den Augen. Josh hatte sein Funkgerät gar nicht mitgenommen. Ich drehte mich um und sah es immer noch auf dem Labortisch liegen. »George hat sein Funkgerät gar nicht mitgenommen.« »Wie zum Teufel kann er da mit uns reden?«, erwiderte Maximilian. »Kalt«, echote Josh. »George, kalt.« »Durch die Tür.« Mir lief ein Schauer über den Rücken. Ich glaubte nicht mehr daran, dass es wirklich Josh war. Aber nicht nur das war beunruhigend. Auch die Tatsache, dass, was auch immer es war, plötzlich von Einwortäußerungen zu drei Wortsätzen überging, war äußerst seltsam. Es schien sich irgendwie weiterzuentwickeln. Anja bewegte sich auf die Tür zu, unsicher, ob sie sie öffnen sollte oder nicht. Einen Moment später zog sie ihre Hand wieder zurück. »Bist du das wirklich Josh?«, fragte Anja. »Wie ist dein voller Name?« »Josh. Ist wirklich Josh?« »Ich glaube nicht, dass es Josh ist«, murmelte Maximilian. Der stämmige Mann rückte näher an die Tür und schrie, »Geh weg!« »Josh, weg!« Ein undefinierbares Geräusch ertönte von außerhalb der Tür und es klang, als würde sich etwas Schwerfälliges entfernen. Ich schaute mit angehaltenem Atem durch das Guckloch und sah nichts als kaltes Eis. Wir seufzten gemeinsam und zogen uns ins Spielzimmer zurück. »Was zum Teufel war das für ein Ding?«, knurrte Maximilian. »Eine Art Skinwalker.« »Ich weiß es nicht, aber meine Mutter hat als sowjetische Wissenschaftlerin gearbeitet«, begann Anja. »Sie hat mir Geschichten über diese Kreatur erzählt, die sie im Permafrost geborgen haben. Sie nannten es Hautwechsler.« »Also wirklich so ein Skinwalker? Etwas, das das Aussehen von anderen Wesen annehmen kann?« »Ich habe nie geglaubt, dass ihre Geschichten wahr sind. Aber jetzt«, murmelte Anja vor sich hin. Maximilian entschuldigte sich und sagte, er müsste auf die Toilette gehen. Da wir uns irgendwie ablenken mussten, setzten wir unser dämliches Kartenspiel fort, bis wir schließlich begannen, darüber zu sprechen, warum wir hierher gekommen waren. »Als ich meiner Mutter erzählte, dass ich in die Arktis gehen würde, hat sie mich gewarnt«, krummelte Anja. »Ich wollte den Job annehmen, weil es zu Hause zu viele Dramen gab. Mein Mann wurde seit Längerem vermisst, er war Soldat, und meine Schwester war bei einer Affäre mit ihrem Chef erwischt worden. Ich musste raus.« »Das ist scheiße«, bemerkte ich. »Ich bin nur hier, um ein bisschen klarzukommen. Meine wahre Berufung finden, vielleicht endlich mal ein Buch schreiben. Das nehme ich mir schon ewig vor. Alles lesen, was ich schon immer wollte. Sowas halt. Ich frage mich allerdings, warum Maximilian hier ist. Und dann hörten wir es. Ein leises, fleischiges, ich kann es nicht anders sagen, Reisen, das von überall um uns herum kam. Und ein deutliches Rauschen, auch wenn keines unserer Radios aufleuchtete. Was zum Teufel? Aber dieses Mal kam das Geräusch nicht von hinter der Tür. Es kam aus dem Badezimmer. Und dann ein gutturaler, urzeitlicher Schrei. Ein schlurfendes Geräusch, ein weiteres undefinierbares, lautes Geräusch. Und dann war es still. Die Klinke der Badezimmertür wurde nach unten gedrückt. »Maximilian«, kam es mir leise über die Lippen, »bist du?« Die Tür öffnete sich langsam, knarrend einen Spalt breit. Dort im Türrahmen befand sich nun eine Gestalt, die von der Badezimmerbeleuchtung in ein kaltes Licht getaucht wurde. Sie sah aus wie Maximilian, aber da war noch etwas anderes, etwas Fleischiges und Blutüberströmtes hinter ihm. Es sah fast aus wie George. Unsere Funkgeräte sprangen allesamt wie auf einen stummen Befehl hin an. »Maximilian«, »okay«. Es war jetzt Maximilians Stimme, und sie klang, als käme sie gleichzeitig aus dem Badezimmer und aus dem Radio. Maximilian, oder was auch immer ihn ersetzt hatte, stand schweigend im Badezimmer und bewegte sich nicht von der Stelle. »Ich glaube nicht, dass das Maximilian ist«, murmelte ich. »Ist«, antwortete das Ding, das nicht Maximilian war. »Maximilian«. Die Tür öffnete sich weiter. Ich keuchte. Georges Körper lag auf dem Boden neben Maximilian. Der Körper wirkte seltsam, leergesaugt, wie ein makabres Kostüm, das weggeworfen wurde. Als wäre er nur eine Hülle gewesen für etwas, das darin gelebt hatte. »Tür zu! Wir müssen Sie verbarrikadieren!«, kreischte ich. »Vomit«, erwiderte Anja und wich zurück. Ich bemerkte, wie sowohl Georges als auch Maximilians Augen ihr zu folgen schienen. Sie schob den Tisch in Richtung Tür. »Vie lacht damit!« »Tür«, sagte Maximilian völlig monoton. »Wirklich!« Wir schoben den Tisch so schnell, wir konnten vor die Tür und schlossen diese damit. Währenddessen stand das Ding, das Maximilian ersetzt hatte, nur da und grinste schief. »Okay, das sollte uns ein bisschen Zeit verschaffen«, seufzte Anja. »In den Schutzraum«, entschied ich und deutete auf einen Raum am anderen Ende des Flurs. Er war für den Fall da, dass ein Eisbär hereinkam. Wir hatten ihn schon zweimal benutzen müssen. Wumm! Wir drehten uns um und sahen eine Delle in der Tür. Und dann sahen wir diese schwarze Substanz, die fast wie Blut aussah, von oben, von den Seiten und unter der Tür hinauslaufen. Die Substanz schien die Scharniere zu zersetzen. Und plötzlich fiel die Tür aus den Angeln auf den Tisch und räumte diesen damit wortwörtlich aus dem Weg. Der Hautwechsler begann zu laufen, so als hätte er es gerade erst gelernt. Es hatte irgendwie etwas Faszinierendes an sich, wie er sich auf uns zubewegte. »Lauf«, rief Anja. Der überschaubare Weg dorthin kam uns ewig vor. Wir hörten laute, schwere Schritte hinter uns. Es klang, als wäre eine Art Riese hinter uns her. Ein Riese, der zunehmend an Geschwindigkeit gewann. Jedes Mal, wenn ich mich umdrehte, hatte er Meter gut gemacht. Dann waren wir am Schutzraum angekommen und versuchten hineinzugelangen. »Wie lautet der Code?«, schrie ich. »Ich weiß es nicht mehr. Es könnte...« Ihre Worte überschlugen sich. Maximilian kam immer näher. »F302?« Ich tippte und die mechanische Tür ächzte und öffnete sich langsam, als Maximilian nur noch eine Armlänge entfernt war. Ich quetschte mich hindurch und Anja... »Hilfe!«, schrie Anja, als sie schon halb im Schutzraum war. Der Hautwechsler hatte sie erwischt. »Erholt mich!« Ich hielt Anja fest, aber das Ding war saustark. Zu stark. Die Tür war zwar nun ganz geöffnet, aber das bedeutete nur, dass sie sich jetzt wieder automatisch schließen würde. Ein Sicherheitsmechanismus. Und so war es. Die Tür begann wieder zu quietschen und schloss sich langsam. Ich versuchte, Anja näher mich heranzuziehen, aber keine Chance. Und selbst, wenn ich Anja zu mir hätte ziehen können, dann hätte dies nur bedeutet, dass ich den Hautwechsler mit Sicherheit mit hineinzog. Und dann säßen wir in der Falle. Aber das war eh nur Augenwischerei. Ich hatte keinerlei Chance gegen ihn. Und Anja entglitt meinem Griff. Ich nutzte den Moment und schlug die Tür zu. Es gab einen Schrei. Laut, ohrenbetäubend. Und dann war es still. Aus der Gegensprechanlage des Schutzraums war augenblicklich ein Rauschen zu hören. »Anja, Hilfe! Tür aufmachen!« Es war Anjas Stimme, aber ich wusste, dass es nicht Anja war. »Was zum Teufel bist du?« knurrte ich. »Die Hölle der...« Wumm. Die Tür bebte. Und dann hörte ich schwere Schritte, die sich entfernten. Keine Sekunde später stellten sich, wie von Geisterhand, alle Radios und Funkgeräte wieder ein. Sie waren anscheinend auf irgendwelche öffentlichen Frequenzen eingestellt. Ich hörte Nachrichten, Werbung und Musik aus den Lautsprechern. Was zum Teufel ging hier vor sich? War das Monster das? »Eilmeldung!« Rauschte es aus dem Radio. »Feuer in der Innenstadt gesichtet. Rettungsdienste unterwegs.« Und dann hörte ich die Stimmen von Maximilian, Anja und George, die alle gleichzeitig die Worte aus dem Radio wiederholten. »Eilmeldung!« »Föder in der Innenstadt gesichtet.« Und dann wurde mir klar, was das zu bedeuten hatte. »Mein Gott!« murmelte ich. »Es lernt!« »Es lernt!« hörte ich es über das Funkgerät. »Korrekt!« Das Wort habe weder ich gesagt, noch war es im Radio zu hören gewesen. »Es lernte.« »Es lernte.« »Es lernte schnell.« »Auf einmal wurde mir wieder gewahr, dass ich ja um Hilfe rufen konnte.« Der Schutzraum verfügte über ein Funkgerät mit riesiger Reichweite, mit dem ich die Zentrale kontaktieren konnte. Doch sofort hielt ich wieder inne. War es wirklich sinnvoll, das zu tun? Dieser Hautwechsler lernte in Windeseile. Wenn jemand zum Stützpunkt käme, könnte dieses Wesen ihn oder sie manipulieren. Und schlimmstenfalls würde es so einen Weg in die Zivilisation finden. Und wenn es schlauer wurde, wer weiß, welches Chaos es anrichten könnte. Scheiße! Keine Ahnung, wo dieses Ding hergekommen ist. Hatte das Schmelzen der Eiskappen es befreit? Oder war es schon immer in der Arktis gewesen und jagte? Lernte? Ich begann eine Nachricht zu verfassen, die ich an das Hauptquartier schicken wollte. Und genau diese Nachricht hören Sie gerade. Wenn das hier jemand liest oder hört, kommt nicht zu diesem Außenposten. Dieses Wesen darf keinen Weg in die Zivilisation finden. Bleiben Sie fern von hier. Dieses Ding wird definitiv lernen, wie es mit euch kommunizieren kann. Es wird weg von hier wollen. Dies ist eine Warnung. Brennt diesen verdammten Außenposten ab oder so? Stopp. Etwas stimmt nicht. Das Rauschen des Funkgeräts hat aufgehört. Hallo? Ich hörte ein matschiges, fleischiges Geräusch über mir aus den Lüftungsschächten, die den Raum mit Luft versorgen. Dann hörte ich meine Stimme über mir. Hallo? Scheiße. Es ist da. Es gibt einen Grund, warum ich nicht mehr in Swimmingpools steige. Ich schäme mich nicht zu sagen, dass ich in meiner Jugend einige dumme Sachen angestellt habe. Die meisten von ihnen endeten mit ein paar Schrammen, aber manchmal durfte es auch ein bisschen mehr sein. Mehr als einmal fand ich mich auf dem Rücksitz eines Streifenwagens wieder, um einem verärgerten Sheriff meine Erklärungsnot darzubieten. Aber eigentlich waren meine Kumpel und ich relativ harmlos. Aber eines Tages, zu Beginn meines letzten Schuljahres, hatte ich ein Erlebnis, das mich immer noch verfolgt. Eine Erinnerung, die, wenn ich sie herauskrame, mir noch immer einen Schauer über den Rücken jagt. Travis war natürlich derjenige, der es vorgeschlagen hatte. Travis, der unangefochtene König der schrecklich furchtbaren, großartigen Ideen. Travis, der einmal vorgeschlagen hatte, einen Schlitten hinten an seinem Lastwagen zu binden, während er auf einem verschneiten Parkplatz Burnouts machte. Das ist zwar schon fast 20 Jahre her, aber ich kratze mir immer noch Kieselsteine aus den Ellenbogen. Aber das ist nicht die Erinnerung, die mich nachts wach hält. Nein, diese fiese Narbe in meinem Kopf habe ich mir an einem klaren Herbstnachmittag zugezogen, einen Monat vor dem ersten Schnee des Jahres. Travis ist nach dem Football-Training auf mich und zwei andere Freunde breitgrinsend zugekommen. Sein Markenzeichen, ein abgebrochener Vorderzahn, ließ ihn wie einen verrückten Schwarzbrenner aussehen. Ich weiß, was wir heute Abend machen, sagte er. Das Hotel unten am Highway 43 hat Bettwanzen. Wir gehen mit Lia und ihren Freundinnen dorthin. Ich warf ihm einen fragenden Blick zu. Ihr wollt euch Bettwanzen holen. Bist du blöd? Erwiderte er. Nein, sie werden die Wanzen erst Ende des Monats vergasen. Das heißt, in der Zwischenzeit ist der ganze Ort menschenleer. Wir werden in ihrem Indoor-Pool schwimmen gehen. Mein Onkel hat vor ein paar Jahren an ihrer Klimaanlage gearbeitet und gesagt, dass sie die Hintertür zum Poolhaus nie abschließen. Mein Gehirn führte eine schnelle Risikoanalyse durch. Dabei ging es nicht darum, ob wir unbefugt eindringen und eine Verhaftung riskieren sollten, sondern darum, ob ich meinen alten Herrn über unsere Pläne für die Nacht anlügen könnte. Ja, ich traute mir zu, meinem Dad irgendeine Quark aufzutischen. Also stimmte ich zu. Es stellte sich heraus, dass ich meinem Vater gar keinen Humbug erzählen musste. Travis kam später, als es schon längst dunkel war, mit seinem Lastwagen bei mir vorbei. Leider war mein Vater auf einer Kirchenveranstaltung. Wenn er zu Hause gewesen wäre, hätte er mich vielleicht aufgehalten. Vielleicht wäre ich dann nicht in diesen Pool gegangen. Vielleicht wäre das, was dann folgte, nie passiert. Ich nehme an, es hat keinen Sinn, mich weiter mit den unzähligen Was-wäre-wenn-Situationen zu quälen. Ich gesellte mich zu einem halben Dutzend Freunden auf die Ladefläche seines Lastwagens und hielt mich fest, während er die Main Street hinunterraste. Die Nacht war warm für Anfang Oktober, aber der Wind, der über die Ladefläche des Lastwagens peitschte, war ziemlich kühl, vor allem, weil ich untenrum nur die luftige Badehose trug. Wir fuhren zu Lea, Travis' Freundin, wo sie mit ein paar weiteren Mädchen und zwei Kisten Bier wartete. Das Hotel war dunkel, als wir ankamen, und seine verblasste Fassade sah noch verlassener aus als sonst. Die meisten Fenster waren bereits mit schwarzen Plastikplanen abgedeckt worden, um die beilige Ausräucherung der Bettwanzen vorzubereiten. Nicht, aber das Poolhaus. Nein, das Innere des Poolhauses erstrahlte in einem schwachen, neongrünen Licht. Wir stiegen mit unseren Bierdosen aus dem Wagen und spähten durch die noch verschlossenen Glastüren zum dahinterliegenden Pool. Das geheimnisvolle neongrüne Licht kam von ein paar Exit-Schildern, die über den Innentüren hingen. Travis rannte auf den Zaun zu, übersprang ihn und verschwand hinter dem Poolhaus. Einige Sekunden später öffnete sich auf der anderen Seite des Gebäudes etwas, das wie eine schwere Tür klang. Er tauchte im Inneren des Poolhauses unter einem der Exit-Schilder wieder auf, erleuchtet von dessen matten Grün. Er näherte sich der Tür, an der wir warteten, und stieß sie mit einem breiten Grinsen auf, das seinen halben Zahn offenbarte. Ich würde Ihnen gerne sagen, dass ich so etwas wie eine Vorahnung hatte, dass ich nervös war, dass ich ein Bauchgefühl hatte, dass was passieren würde. Ich wünschte, ich hätte etwas gespürt, das mir einen Hinweis gegeben hätte. Vielleicht hätte ich dann heute ein besseres Gefühl beim Schwimmen. Habe ich aber nicht. Wir sprangen alle sofort ins Wasser und stießen ein Orchester von Schreien und Rufen aus. Fast augenblicklich ergab sich ein Wasser-Ringspiel. Jane, eine von Lias Freundinnen, hüpfte auf meine Schultern und kämpfte mit Lia, die auf Travis' Schultern Platz genommen hatte. Wir haben uns tapfer geschlagen, aber schließlich verloren, als Travis über mein Bein fegte. Wir lachten, und zu diesem Zeitpunkt fühlte es sich an, als wäre es einfach eine weitere tolle Nacht in einer kleinen Stadt in Maine. Ich stieg aus dem Wasser und trank noch einen langen Schluck des warmen Bieres, bevor ich zum anderen Ende des Pools hinüberging, an dem das Wasser um einiges tiefer war. Die Schilder am Beckenrand wiesen mich unmissverständlich darauf hin, dass Tauchen verboten war, dass das Wasser drei Meter tief war und dass es zu schweren Verletzungen kommen könnte. Das hätte mir schon zu denken geben sollen. Aber mit aller Überschwänglichkeit des Angetrunkenseins ignorierte ich die Warnungen und sprang mit einem Köpper in das dunkelgrün leuchtende Wasser. Ich öffnete meine Augen unter Wasser und erwartete nicht viel mehr zu sehen als grün gefärbte Dunkelheit. Doch statt des trüben Beckenbodens sah ich eine schimmernde Wasseroberfläche und dahinter helle Lichter. Ich schwamm darauf zu und war sofort verwirrt, hatte ich mich irgendwie umgedreht und es nicht mitbekommen? Und hatte jemand das Licht angemacht? Ich wischte mir Stante Peder das Wasser aus den Augen, als mein Kopf die Wasseroberfläche durchbrach und die pure Verwirrung mich überkam. Ich schwamm in einem Pool, aber ich befand mich nicht mehr im Poolhaus, umgeben von meinen Freunden. Stattdessen befand ich mich in einem hell erleuchteten Raum, der von vier hohen quadratischen Wänden eingeschlossen wurde, welche mindestens 40 Fuß hoch waren und sich bis zu mehreren großen Leuchtstoffröhren an der Decke darüber erstreckten. Ich schwamm zu einer der Wände hinüber und suchte nach einem Ausgang oder einem Platz zum Ausruhen. Die Wände bestanden aus glatten Kacheln und Fugen, wie man sie in einem schönen Badezimmer vermuten würde. Langsam schwamm ich um die vier Seiten herum, aber ich fand keinen Halt, keinen Ausgang, keine Markierungen. Hallo? rief ich. Meine Stimme prallte an den Wänden ab und erwiderte meinen eigenen Ruf aus jedem Winkel. Ist hier jemand? Wieder hallte meine Stimme fast zehn Sekunden lang zurück, bevor sie in der Stille verschwand. Keine Stille. Nein, sogar aus dieser Entfernung war das unaufhörliche Summen der Leuchtstoffröhren über mir schwach zu hören, während ich auf dem Wasser herumdümpelte. Die nächsten Minuten verbrachte ich damit, abwechselnd um Hilfe zu rufen und zu versuchen, aus diesem Albtraum aufzuwachen. Meine Arme und Beine begannen bereits zu schmerzen. Wenn ich nicht bald Hilfe bekam, würde ich ertrinken. Ich dachte an meinen Tauchgang zurück, daran, wie ich die schimmernde Wasseroberfläche gesehen hatte. Ich hatte sie dort gesehen, wo ich den Grund des Hotelpools erwartet hatte. Das ergab für mich keinen Sinn, aber plötzlich kam mir eine Idee. Ich tauchte mit dem Gesicht unter Wasser und schaute mich um. Das Wasser war mindestens drei Meter tief, aber wenigstens war es klar. Die Kachelwände setzten sich bis unter die Oberfläche fort und dort, ganz unten am dunklen Grund des Beckens, schimmerte der Boden, fast so, als wäre er die Wasseroberfläche. Ich spürte, wie ich zu hyperventilieren begann, also holte ich tief Luft und ließ mich auf dem Rücken treiben. Das Wasser rauschte an meinen Ohren vorbei und ersetzte gepaart mit dem donnernden Puls meines Herzschlags den Klang der summenden Lichter. Ich trieb auf dem Rücken und es fühlte sich wie eine Ewigkeit an, aber wahrscheinlich waren es nicht mehr als 90 Sekunden. Als ich mein Herzschlag von einem donnernden auf einen trommelnden Rhythmus verlangsamt hatte, holte ich ein paar Mal tief Luft, tauchte hinab und begann auf die schimmernde Oberfläche weit unter mir zuzuschwimmen. Der Druck in meinen Ohren stieg an. Nach ein paar letzten panischen Zügen erreichte ich die Wasseroberfläche am Boden des Beckens und brach hindurch. Auf der anderen Seite gab es kein neongrünes Licht, keine Geräusche von meinen Freunden, nichts als pechschwarze Dunkelheit, heilende Tropfen und mein Atem, keuchend und stotternd. Ich befand mich in einer Art engen Betontunnel. Die Wände waren rau und trafen sich in einem Bogen nur wenige Zentimeter über meinem Kopf. Hallo! rief ich. Meine Stimme schoss durch den Tunnel in beide Richtungen und teilte an dem rauen Beton wieder. Nach einem Moment erschrockenen Nachdenkens entschied ich mich für eine Richtung, nämlich vorwärts und begann zu schwimmen, wobei ich mir meiner schnell schwindenden Energie nur allzu bewusst war. Ich tat mein Bestes, um mich geradeaus zu bewegen, aber in der pechschwarzen Finsternis stieß ich immer wieder mit dem Kopf gegen den Betonbogen, wenn ich vom Kurs abkam. Ich holte mit dem Arm aus, um einen weiteren Schlag auszuführen, als meine Hand plötzlich aus so etwas wie Ranken von etwas Organischem und Klebrigem traf. Panisch zuckte ich weg und stieß mit dem Kopf hart gegen die Betondecke. Meine linke Hand schwang zu der anderen Wand des Tunnels, wo noch mehr organische Ranken auf mich warteten. Es fühlte sich so an wie die Tentakel der Kraken in unserem örtlichen Aquarium. Wir waren einmal mit der Grundschule da gewesen. Ich paddelte einen Moment lang auf dem Wasser und streckte langsam die Hand aus. Die gesamte Oberfläche der Betonwände unter dem Wasser war mit dem organischen Tentakeln bedeckt. Aber das war nicht einmal das Schlimmste von allem. In der Ferne vor mir wurde ein metallisch klirrendes Geräusch immer lauter, als würden Eisenketten gegen Beton schaben. Die Ranken an den Wänden reagierten auf das Geräusch und griffen nach mir. Der Tunnel war immer noch dunkel, pechschwarz, aber ich konnte nicht anders, als mir eine schreckliche Kreatur vorzustellen, die sich in der Dunkelheit des Tunnels auf mich zubewegte. Diese schrecklichen, schabenden Ketten wurden immer lauter, aber das Echo machte es fast unmöglich, genau zu sagen, wie weit sie entfernt waren. Ich tauchte hinunter ins Wasser und suchte verzweifelt nach Licht. Dort, in einiger Entfernung unter mir, fand ich einen weiteren schimmernden Punkt. Ich holte kurz noch einmal Luft, denn das Metall auf dem Beton war so nah, dass ich befürchtete, es zu berühren, wenn ich die Hand ausstreckte und mit einem erschrockenen Stöhnen tauchte ich noch einmal ab und wehrte mich gegen die organische Klebrigkeit, die sich um meine Arme wickeln wollte. Ich brach durch diese neue Oberfläche und war sofort dankbar, dass es an diesem Ort wenigstens etwas Licht zu geben schien, auch wenn es nicht das grüne Neonlicht war. Ich wirbelte herum und nahm meine neue Umgebung in Augenschein. Den plötzlichen Fehlern von Echos nach zu urteilen, befand ich mich draußen in einem großen, offenen Gewässer. Es war immer noch Nacht, genau wie bei mir in Maine, aber ich schien mich inmitten einer Nebelbank zu befinden, die meine Sicht auf wenige Meter in jede Richtung hin einschränkte. Ein einziger dunstiger Lichtpunkt, der Mond, wie ich annahm, leuchtete in der Ferne durch den Nebel. Meine Arme, Beine und Lungen brannten unter der jüngsten Anstrengung. Aber ein Ende schien nicht in Sicht. Ich war mindestens 15 Minuten lang ohne Pause durch das Nass geschwommen. Wenn ich nicht einen Platz zum Ausruhen fand, würde ich mit Sicherheit bald ertrinken. Bei diesem Gedanken schoss ein weiterer Adrenalinstoß durch mich hindurch. Hilfe! rief ich. Ist da jemand? Irgendjemand? Kaum waren mir die Worte entschlüpft, zog die Nebelbank vorbei und gab mir einen klaren Blick auf meine Umgebung. Ich befand mich auf der ruhigen Oberfläche eines Sees. Überall um mich herum bewegten sich Nebelbänke über die Wasseroberfläche wie unerbittliche Gletscher, die langsam einen Berghang hinuntergleiten. Und in der Ferne erblickte ich plötzlich eine große, metallene Fachwerkbrücke, die zwischen den Nebelbänken vielleicht drei Meter über der Wasseroberfläche hing. Sofort schwamm ich darauf zu. Ein Funken Hoffnung machte sich in mir breit. Als ich glaubte, nicht mehr weit entfernt zu sein, begann ich wieder, um Hilfe zu rufen. Als ich unter der Brücke anhielt, starrte ich auf die verrostete Unterseite der Brücke. Darunter hingen Gestalten. Gestalten, die mein Blut wurde kalt. Diese Gestalten. Es waren Leichen. Mindestens ein Dutzend Leichen waren angekettet und hingen kopfüber unter der Brücke, wo sie sich in der kühlen Herbstbrise wiegten. Die meisten waren bereits verwest, aber einige besaßen noch aufgedunsene, blasse Haut. Einer der neueren Körper war ein junges Mädchen, nicht älter als elf. Ich hörte auf zu schwimmen und starrte entsetzt nach oben. Die Pause ließ mich sinken, sodass ich fast wieder untertauchte. Das schabende Geräusch vom Metall, dasselbe Geräusch, das ich in dem dunklen Tunnel gehört hatte. Es kam von oberhalb der Brücke. Ich spürte, wie sich mein ganzer Körper anspannte. Dann tauchte ich mit nur einer halben Lunge voll Luft nach unten, halb erstickt am Seewasser. Ich wusste nicht, was dieses Geräusch verursachte, aber ich wusste, wenn ich unter der Brücke blieb, würde ich genauso enden wie diese armen Leute. Ich schlug mich wütend und entsetzt durchs Wasser und tauchte weiter hinab. Das Wasser des Sees erstickte bald den letzten schwachen Hauch des Mondlichts und ließ mich in pechschwarzer Dunkelheit zurück. Ich schwamm weiter und suchte vor mir nach einem Licht, nach schimmerndem Wasser. Mein Körper rebellierte und zwang mich, einen Schluck Wasser zu schlucken. Ich musste würgen und wandte mich dann wieder der Oberfläche zu. Drei Züge lang befürchtete ich, dass ich mich verirrt hatte, dass ich nach unten oder schlimmer noch zur Seite schwamm. Aber nein, beim nächsten Zug sah ich ein schwaches Aufblitzen von Mondlicht. Ich schwamm wie ein Verrückter und brach hustend durch die Wasseroberfläche. Ich drehte mich und versuchte mich zu orientieren. Und dann sah ich ihn. Er hing zwischen all den Leichen unter der Brücke. Ich sage er, denn er trug einen Herrenanzug und eine Hose, als käme er aus dem späten 19. Jahrhundert. Aber ich glaube nicht, dass er ein Mensch war. Menschen haben Augen, keine finsteren Gruben. Menschen haben Finger an ihren Händen und keine Ketten. Menschen können nicht so lächeln, wie er gelächelt hat. Er hing an seiner rechten Hand unter der Brücke. Die Ketten seiner anderen Hand streckten sich aus und schoben sich um ein Paar der Leichne herum, wie ein Kind, das mit einem Windspiel spielt. Dann griff er nach mir. Die Ketten, mit denen er sich an der Brücke festhielt, lösten sich langsam und ließen ihn auf die Wasseroberfläche sinken. Die Ketten an seiner anderen Hand breiteten sich aus und schlängelten sich mit übernatürlicher Geschwindigkeit auf mich zu. Ich hatte keinen Plan, was ich tun sollte. Ich wusste nur, dass ich alles tun würde, um nicht gefangen zu werden, auch wenn das bedeuten würde, dass ich ertrinke. Ich holte einmal tief Luft und tauchte ab, kurz bevor die Ketten mich erreichten. Ich schwamm schneller und tiefer als zuvor. Das Adrenalin schoss wie Feuer durch meine Adern. Sieben Züge, acht, elf, fünfzehn, dreihundzwanzig. Er hatte mich immer noch nicht eingeholt. Wahrscheinlich wartete er darauf, dass ich wieder auftauchte. Ich hatte nicht vor, das zu tun. Ich zog weiter. Meine Lungen brannten. Meine bereits müden Arme flehten mich an, aufzuhören. Meine Lunge stieß wieder einen unwillkürlichen Schluckreflex aus, aber diesmal war ich bereit und verschloss Kiefer und Lippen. Achtunddreißig, fünfundvierzig. Ich begann, das Bewusstsein doch gerade ausschwamm. Endlich, 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 ich sah Licht, schimmerndes, neongrünes Licht. Eine bittersüße Oh-Macht griff nach meinem letzten Funken Bewusstsein, aber die letzten Schläge durch das Wasser geschahen in einem unwillkürlichen Automatismus, Urinstinkt. Das nächste, was ich bewusst wahrnahm, war, dass ich auf dem kühlen Betonboden Wasser aus meinen Lungen hustete. Ich drehte mich um und sah Travis und alle meine Freunde, die mich mit einem besorgten Gesichtsausdruck anstarrten. Ihr Kumpel, sagte Travis, wo bist du gewesen? Geht nicht ins Wasser, sagte ich zwischen einem Hustenanfall. Geht nicht ins Wasser. Na ja, wo bist du? Ich fand rätselhafte Botschaften in einem Lost Place Bahnhof. Ich hatte schon immer eine besondere Beziehung zu stillgelegten Bahnhöfen. Das mag jetzt für den ein oder anderen ein wenig eigenartig klingen, aber im Grunde ist es doch gut nachvollziehbar. Was gibt es poetischeres als einen Ort, der einst die Hauptader des Lebens gewesen war und der Hunderte und Tausende von Menschen an ihr Ziel gebracht hatte? Ein wahrer Brennpunkt aus Emotionen, dem nervösen Bauchkrummeln vor dem Vorstellungsgespräch, der Uniprüfung oder dem ersten Arbeitstag, dem aufregenden Kribbeln vor dem ersten Date, der Vorfreude auf einen langen und entspannenden Urlaub oder der Traurigkeit auf der ewig scheinenden Heimreise nach einer schmerzlichen Trennung. Ein Ort, der einst so voller Leben war und der nun als rostiges und sinnloses Relikt seiner einstigen Bedeutsamkeit die Landschaft verschandelt. In dieser Hinsicht war der Bahnhof, auf dem ich mich gerade befand, geradezu archetypisch. Von Gras und Unkraut überwucherte, rostrote und oftmals ins nichts führende Gleise lagen wie gebrochene Knochen herum. Jahrzehntealter Müll in Form von Trinkpäckchen, Zigaretten, Getränkedosen und Flaschen bereitete sich vergilbt und verblichen über die gesamte Landschaft aus und diente gelegentlich Asseln, Tausendfüßlern und anderen Insekten als Habitat. Und das Bahnhofsgebäude selbst war ebenfalls zu einer rostigen und ausgehüllten Ruine verkommen, die bedrohlich im rötlichen Licht der untergehenden Sonne vor mir aufragte. Eine plötzlich heraufziehende Windbühe wirbelte ein paar alte Zigarettenpackungen herum und ließ mich frösteln. Es war erst Ende März und ich hatte dummerweise für meinen Ausflug keine Jacke eingepackt. Dafür war die Idee, dem alten Bahnhof einen Besuch abzustatten, wohl einfach zu spontan gekommen. Ich hatte schon vor einiger Zeit in einer Community for Lost Places von diesem Bahnhof gelesen, doch erst heute hatte sich die Gelegenheit ergeben und so stand ich nun vor dem Bahnhofsgebäude, aus dem vor gut 30 Jahren der letzte Zug seine Fahrt gestartet hatte. Tragischerweise endete eine dieser letzten Fahrten in einer Katastrophe. Der hoffnungslos überalterte Zug entgleiste bereits nach wenigen Kilometern und brachte neben vielen Verletzten 137 Menschen den Tod. Unter ihnen auch einige Kinder. All ihre Träume, Erwartungen und Ängste begannen und endeten noch in Sichtweite dieses Bahnhofs. Das war zwar nicht der Grund für seine Stilllegung, dafür war der schönere, größere und modernere Bahnhof verantwortlich, über den die Strecke nun führen sollte, aber nach dieser Tragödie weinte ihm niemand, mir auch nur eine Träne nach. Diese düstere Geschichte begleitete mich bei jedem meiner Schritte entlang der verfallenen Gleise. Der Wind und die Kälte zerrten an meiner Entschlossenheit, aber immerhin regnete es nicht und so ließ ich mich auf meinem Weg zum alten Bahnhofsgebäude nicht entmutigen und schoss stattdessen eine Reihe von Fotos, von denen bestimmt am Ende einige all die Mühen wert sein würden. Seltsamerweise entdeckte ich umso mehr Müll, je näher ich dem Bahnhof kam. Inzwischen nicht mehr nur Plastik, Blech und Glas, sondern auch alte Bananenschalen, weggeworfene Äpfel, angebissene und gammelige Butterbrote und weitere Unappetitlichkeiten. Es war fast, als hätte jemand eine Spur aus Müll gelegt, die direkt zum Bahnhof führte. Ich musste kurz an das Märchen von Hänsel und Gretel denken, auch wenn Brotkrumen eine weitaus angenehmere Markierung waren. Um nicht jedes Mal in irgendetwas Ekliges zu treten, musste ich mit der Zeit ziemlich kreativ werden. Seltsamerweise waren die Schienen selbst beinahe müllfrei, weswegen ich mich letztlich entschied, lieber auf ihnen zu laufen, statt Slalom durch den Müll. Natürlich hätte ich versuchen können, noch weiter abseits der Schienen zu gehen, aber dort wuchsen dichte Dornenbüsche und anderes Gestrüpp, und es wäre noch anstrengender, sich dahin durchzukämpfen. Also wählte ich die Schienen. Es war irgendwie ein seltsames Gefühl, und ich konnte nicht verhindern, dass ich mich hin und wieder umsah oder auf die Geräusche eines herannahenden Zuges wartete, obwohl auf diesen Gleisen schon lange keiner mehr gefahren war. Trotzdem glaubte ich ein- oder zweimal tatsächlich ein fernes Vibrieren zu hören. Wahrscheinlich ist die Angst, von Zügen überfahren zu werden, im modernen Menschen einfach zu tief verwurzelt, so tief wie die unserer Vorfahren vor Löwen und Wölfen. Und immerhin ist die Aussicht, von mehreren Tonnen Metall zerquetscht zu werden, ja auch nicht gerade erstrebenswert. Nach einer Weile konnte ich aber dem Drang, mich umzudrehen, widerstehen, und ehe ich mich versah, ragte das aufgegebene Bahnhofsgebäude düster vor mir auf. Die Sonne war bereits zur Hälfte hinter dem Horizont verschwunden, und das rötliche Licht verlieh dem alten Gebäude etwas Bedrohliches. Trotzdem schoss ich erneut einige Fotos. Bedrohlich war immerhin besser als langweilig. Durch den versiegelten Haupteingang gab es kein Durchkommen, also folgte ich den Schienen in den Bahnhof hinein. Drinnen war es bereits ein ganzes Stück dunkler als vor dem Gebäude, da das Dämmerlicht nur durch die überwiegend blinden und gelegentlich zersplitterten Fenster eindringen konnte. Trotzdem konnte ich die beeindruckend hohe Decke sehen, von der bereits einige Ziegel heruntergefallen waren. Es war hier drin vollkommen still. Hatte ich draußen noch das Zirpen von Grillen oder die Geräusche der fernen Autobahn gehört, gab es im Bahnhof nur meinen Herzschlag und ab und an das verstörende Geräusch des Windes, der sich seinem Weg durch alle Ritzen und Öffnungen des alten Gebäudes bahnte. Ich kletterte an der Bahnsteigkante hoch, wobei ich mir gleich an einem scharfkantigen Stein meine Jeanshose zerriss und mir eine zum Glück nur recht oberflächliche Schürfhunde zuzog. Trotzdem schaffte ich es hinauf zu gelangen und sah mich noch einmal etwas genauer um. Auf dem Bahnsteig, auf dem ich mich nun befand, standen noch immer Sitzbänke und eine dreckige und verschmierte Wartekabine. Auf dem Boden lagen Zeitungen, Dosen und weiterer Müll und auch die Mülltonnen neben den Bänken quollen vor Abfall über. Soweit ich es erkennen konnte, sah es auf den anderen Bahnsteigen nicht anders aus, mit einem einzigen Unterschied. Während neun der Gleise erwartungsgemäß leer waren, befand sich auf einem der Gleise ganz offensichtlich ein Zug. Soweit ich ihn erkennen konnte, handelte es sich um eine arg mitgenommene Regionalbahn, die sicher schon bessere Tage gesehen hatte. Trotzdem war ich überrascht, hier überhaupt einen Zug vorzufinden. Eigentlich hätten sie doch alle aus dem Bahnhof befördert oder notfalls demontiert werden sollen. Allein schon wegen des Materialwerts. Aber egal, auf diese Weise versprach mein kleiner Ausflug doch noch interessant zu werden. Vielleicht schaffte ich es ja sogar, in den Zug zu gelangen und ihn mir von innen anzusehen. Ich ging also in Richtung Treppe, um zum entsprechenden Gleis zu gelangen. Die Treppe machte dabei keinen besonders guten Eindruck. Von unten zog mir ein etwas fauliger Geruch entgegen und der graue Stein der Treppenstufen war bereits an mehreren Stellen stark abgebröckelt. Bei zwei Stufen war es so schlimm, dass sie praktisch nicht mehr vorhanden waren, weswegen ich sie mit einem einzigen großen Schritt überbrücken musste. Dabei wünschte ich mir, dass sich mein Sportprogramm etwas gewissenhafter durchgezogen hätte. Vor allem die Dehnübungen hätten mir hier sicher geholfen. Trotzdem kam ich, zwar voller Adrenalin und mit einigen Schweißtropfen heil unten an. Der Geruch war dort sogar noch intensiver. Es roch nach verdorbenen Lebensmitteln ungewaschener Haut, Urin und anderen wenig angenehmen Dingen. Noch immer war es auszuhalten, aber trotzdem breitete sich eine latente Übelkeit in mir aus. Um die Quelle des Geruchs ausfindig zu machen, schaltete ich die Taschenlampenfunktion meines Handys an, wobei ich zuvor noch bemerkte, dass ich hier absolut keinen Empfang zu haben schien. In irgendeinem entlegenen Fleckchen Erde wäre das ja nicht verwunderlich gewesen. Aber auch wenn dieser Bahnhof verlassen war und sich in seiner direkten Umgebung keine Wohnhäuser oder Geschäfte befanden, war er doch Teil einer Stadt. Zumindest etwas Empfang sollte man dadurch erwarten. Aber über die Defizite des örtlichen Handynetzes konnte ich mich später beschweren. Stattdessen suchte ich mit dem hellen Lichtstrahl nach der Quelle des ekelhaften Geruchs. Eigenartigerweise fand ich aber nichts. Zwar war der Korridor erwartungsgemäß schmutzig, staubig und heruntergekommen, überall lagen verstreute Schutthaufen und es gab auch kleine Pfützen an jenen Stellen, wo das Dach nicht mehr dicht war, aber es gab nichts, was diesen Gestank rechtfertigte. Letztlich entdeckte ich zumindest einige herumliegende Dosen, Flaschen, Zigarettenkippen und zerknüllte Zeitungen, die in einer beinahe geraden Linie angeordnet waren und genau in die Richtung führten, in der sich Gleis 10 befand. Erneut musste ich an Hänsel und Gretel denken. Hatten sich hier irgendwelche Bahnangestellten einen letzten Scherz erlaubt, bevor der Bahnhof aufgegeben worden war? Schritt für Schritt folgte ich der Spur, wobei ich sorgsam auf jeden meiner Schritte achtete, um nicht in der Dunkelheit über irgendetwas zu stolpern. Endlich fand ich den Aufgang zum Bahnsteig von Gleis 10, ganz am Ende des Bahnhofs. Anders als manch anderer Bahnhof besaß dieser nur einen Eingang und endete an der anderen Seite mit einer massiven Mauer. Auf eben diese Mauer fiel der Lichtstrahl meines Smartphones, als ich in Richtung des Aufgangs abbog und legte einen mit Kreide oder Stein an die Wand geschriebenen Buchstaben frei. Ein riesiges, weißes, kleines Haar und dahinter ein Ausrufezeichen. Das Schwenken meiner Taschenlampe legte mir die ganze Botschaft offen, die dort geschrieben stand. Rette dich! Sie sind schrecklich! Was sollte das bedeuten? Wer hatte das geschrieben? Und wann? War das irgendein blöder Scherz? Die Fragen drehten sich in meinem Kopf und gaben einer unbestimmten, uralten Angst tief in meinem Bauch Nahrung, die endgültig die Oberhand zu gewinnen drohte, als ich auf dem Boden eine zerrissene Lederjacke und einen weißen Turnschuh fand. Auf dem Turnschuh waren eindeutig Blutstropfen und entlang der Risse auf der Jacke hatte sich ein dicker, weißlicher Schimmelflaum gebildet. Nur entlang der Risse? Wahrscheinlich gab es irgendeine logische Erklärung für all das. Aber inmitten des stillen verfallenen Bahnhofs, kurz vor dem Einbruch der Nacht, fiel sie mir ums Verrecken nicht ein. Stattdessen riet mir eine innere Stimme, das Gebäude schleunigst wieder zu verlassen. Beinahe hätte ich es auch getan und den Rest des Sonntags gemütlich auf der Couch vor dem Fernseher verbracht. Aber letztlich siegten Neugier und Abenteuerlust. Aus welchem Grund hatte ich die Reise denn sonst unternommen, wenn nicht, um Geheimnisse zu ergründen. Eigentlich war das doch ein riesiger Glücksfall. Ich nahm also all meine Mut zusammen und ging die Stufen zum Bahnsteig hinauf, wobei ich, als Zugeständnis an die warnende Stimme in meinem Kopf, einen herumliegenden großen und scharfkantigen Stein mitnahm. Auch wenn ich nicht wusste, wozu ich ihn gebrauchen sollte, beruhigte mich das Gewicht in meiner Hand doch wenigstens genug, um die nächsten Schritte zu wagen. Die Treppe war in einem besseren Zustand als die erste, weswegen mir der Aufstieg problemlos gelang. Inzwischen war es auch oben so gut wie dunkel. Die Sonne musste mittlerweile untergegangen sein, aber da beinahe Vollmond war, rang noch etwas silbriges Licht durch die gesprungenen Fenster und ließ mich auch ohne die Taschenlampe die Umrisse des Zuges erkennen. Der üble Geruch war inzwischen noch intensiver geworden und schien irgendwie von dem Zug auszugehen. Trotzdem trat ich noch näher und beleuchtete den Wagen vor mir mit meiner Taschenlampe. Der Zug war anscheinend einstmals rot gewesen, war aber nun ausgeblichen und eher rosa. Hier und da waren Graffiti in grellen Farben auf den Waggon gesprüht. Die meisten davon konnte ich beim besten Willen nicht entziffern. Mit einer Ausnahme. Links von der Eingangstür hatte jemand hastig die Worte »Hüte dich vor den Hütern« gesprüht. Erneut bohrte sich eine winzige Klinge aus eisiger Angst in mein Herz und es kostete mich einige Willenskraft, dem Drang der Umkehr zu widerstehen. Bevor mich der Mut verließ, drückte ich die Klinke an der Eingangstür herunter und zog mit aller Kraft daran. Zu meiner großen Überraschung ging sie mühelos auf. Sofort schlug mir ein Schwall übel riechender, feuchter Luft entgegen und ich musste dem Reflex widerstehen, mich sofort zu übergeben. Ich zog den Kragen meines T-Shirts als kümmerlichen Ersatz für eine Atemmaske über meine Nase und stieg in den Zug ein. Durch meine dünnen Schuhe fühlte ich sofort den dicken, weichen Teppich, mit dem der Zug ausgestattet war. Ich konnte mich nicht daran erinnern, einen solchen Boden schon einmal bei einem modernen Zug gesehen zu haben. Ansonsten war eigentlich alles so, wie man es erwartete. Ein enger Gang, mehrere Sitzreihen mit grün gepolsterten Sitzen. Moment mal, waren die nicht normalerweise blau oder vielleicht grau? Ich ging näher auf einen der Zweierplätze zu und leuchtete darauf. Ekel stieg in mir auf, als ich an einigen Stellen unter dem vermeintlich grünen Sitzpolster blasse blaue Flecken durchscheinen sah. Bei dem grünen Überzug handelte es sich keinenfalls um einen Sitzbezug, wie ich zuvor angenommen hatte. Vielmehr war das einfach nur Schimmel, dick gewachsen wie ein Polster. Erneut meldete sich in mir ein instinktiver Würgerreflex und Magensäure kroch brennend meine Kehle hoch. Nur ebenso schaffte ich es, mich nicht selbst zu besudeln. Dieser Erfolg an Selbstbeherrschung wurde aber zunichte gemacht, als ich mir als nächstes den Teppich ansah. Auch er bestand aus einem dichten, weichen Schimmelflaum, dessen Sporen bei jedem meiner Schritte aufgewirbelt wurden. Nun konnte ich nicht mehr verhindern, dass ich mich direkt auf meine Schuhe übergab. Immerhin brachte ich es noch zustande, zuvor mein T-Shirt wegzuziehen, aber dafür stieg mir der Geruch auch wieder voll in die Nase, was meinen Brechreiz nur noch steigerte. Als mein Brechreiz endlich abgeklungen war, gab es für mich nur noch einen Wunsch. Raus hier! Diese Gesundheitsgefahr war wirklich kein Abenteuer der Welt wert. Doch fast im selben Augenblick hörte ich, wie die Türen sich verriegelten und der Zug sich rappelnd in Bewegung setzte. Verzweifelt rüttelte ich an der verrosteten Tür, aber es tat sich nichts. Der Zug nahm nach und nach an Geschwindigkeit auf und mir blieb nichts als abzuwarten, wohin dieser schimmelverseuchte Zug mich bringen würde. Wie zum Teufel bewegte er sich überhaupt? Hier funktionierte schon lange nichts mehr. Auch die Oberleitungen waren an mehreren Stellen gerissen. Der Zug konnte gar nicht fahren. Und dennoch tat er genau das. Durch die schmierigen Fenster sah ich im Mondlicht den Bahnhof und danach Gestrüpp und Bäume an mir vorbeiziehen. Das musste ein Traum sein. Das konnte einfach nur ein Traum sein. Aber ich hatte andererseits noch nie von Träumen gehört, die so erbärmlich stanken. Resigniert beschloss ich, mich durch den Zug zu bewegen, um zu schauen, ob es irgendwo etwas weniger eklig war. Aber das nächste Abteil sah nicht viel besser aus. Auch hier gab es überall Unmengen von Schimmel und Schmutz und noch dazu quollen auch die hin und wieder an den Seiten angebrachten Mülleimer vor Unrat über. Meine Verzweiflung und mein Ekel wuchsen und ich hatte das ungute Gefühl, meine Lunge nach dieser Fahrt gleich im Sondermüll entsorgen zu müssen, falls ich überhaupt noch rauskam. Das ließ sich bei uralten Zügen, die auf magische Weise anscheinend von selbst losfuhren, wohl nicht mit Sicherheit sagen. Beim dritten Abteil wurde ich aber positiv überrascht. Zwar war auch hier noch der eklige Geruch wahrzunehmen und die Sitze waren feucht und voller Stockflecken, aber immerhin hatte der Boden keinen widerlichen Teppich und auch die Sitze waren nicht bewachsen. Zumindest die meisten. So sehr es mir widerstrebte, aber am Ende überwand ich mich, mich auf einen der Sitze niederzulassen, der zwar zerfleddert, aber noch verhältnismäßig sauber aussah. Trotzdem fühlte ich die ekelhafte Feuchtigkeit durch meine Hose und mein T-Shirt und versuchte mich dadurch abzulenken, dass ich der nächtlichen Landschaft beim Vorbeiziehen zusah. Irgendwann würde der Zug anhalten müssen, dachte ich noch. Dann schlief ich ein. Ich erwachte durch den Klang einer schrillen und eigenartigen Stimme. Guten Abend, Ihre Fahrkarte bitte. Einen süßen Moment lang dachte ich noch, dass ich alles nur geträumt hatte und lediglich in einem modernen und normalen Zug eingeschlafen war. Dann aber öffnete ich die Augen und die schöne Illusion, zerstob wie Morgennebel unter der Wüstensonne. Ich sah ihn ein blasses, dünnes und hässliches Gesicht. Der vermeintliche Kontrolleur besaß keine wirklichen Lippen, sondern nur spitze weiße Zähne, die im fahlen Mondlicht blitzten. Seine Haut war gräulich und wirkte dünn und trocken wie altes Pergament. Aus seinem Kopf sprossen nur ein paar wenige strähnige Haare und er stank noch schlimmer als die beiden ersten Zugabteile zusammen. Seine Hände waren lange, dünne Klauen, die in ungeschnittenen gelblichen Fingernägeln endeten. Vor allem aber sagte mir ein uralter Instinkt, dass er kein Mensch war, nicht einmal ein alter, hässlicher und heruntergekommener. Dieses Wissen gab mir die Kraft, blitzartig aufzustehen und die dürre Kreatur aus dem Weg zu schieben. Eigentlich hatte ich erwartet, dass das sehr einfach werden würde, aber meine Schulter fühlte sich danach beinahe an, als wäre sie gegen massiven Stahl geprallt. So zerbrechlich, wie es aussah, war das Wesen offensichtlich nicht. Jedenfalls rannte ich in Richtung des nächsten Abteils, auch wenn mir klar war, dass ich in einem Zug nicht so einfach davonlaufen konnte. Mein Überlebensinstinkt verlangte von mir, es zumindest zu versuchen. Hinter mir rief das ekelhafte Ding erneut. Ihre Fahrkarte! Bleiben Sie stehen! Ich will Ihre Fahrkarte sehen! Ich hörte seine Schritte bereits hinter mir näher kommen. Hektisch drückte und fummelte ich an der Tür des Abteils herum, während das Rumpeln des eigentlich ausrangierten Zuges in meinen Ohren dröhnte. Trotzdem wusste ich, dass dieses Ding bald bei mir sein würde. Endlich hatte ich die Tür geöffnet und schloss sie gerade noch, bevor mich die Kreatur erreichen konnte. Seltsamerweise versuchte sie gar nicht mir ins Abteil zu folgen. Und als ich mich in dem, mit einem Mal von gedämpftem gelben Licht erleuchteten Abteil umsah, wusste ich auch warum. Dieser Teil des Zuges war wohl einst eine Art Bordbistro gewesen. Es gab eine kleine Theke und mehrere Tische. Und an diesen Tischen saßen sicher ein Dutzend Wesen, die genauso aussahen wie der abscheuliche Fahrkartenkontrolleur. Einige von ihnen trugen zerfetzte Kleider, Anzüge, Uniformen von Bahnangestellten, Shirts. Die meisten waren aber nackt. Sie alle waren dürr, lippenlos und fast kahl. Und zwei von ihnen zeigten mit ihren dünnen Mündern ein ekelhaftes, breites Lächeln, dessen bloßer Anblick etwas in mir zerstörte. Sie machten aber immerhin zunächst keine Anstalten, mich anzugreifen, sondern stopften seelenruhig seit Jahren verdorbene Kuchen, pelzige Suppe und Kaffee, in dem dicke Schimmelstücke schwammen, in sich hinein. Einer kaute auch an etwas, das verdächtig nach einem mit Maden durchzogenen, menschlichem Bein aussah. Ich musste sofort an den herrenlosen Schuh an der Treppe zu Gleis 10 denken. Es war alles in allem so ziemlich das Ekelhafteste, was ich je zu Gesicht bekommen hatte, und der Gestank hier drinnen war grauenhaft. Ein paar Herzschläge gab es nur schmatzende Gestalten und lächelnde Gesichter. Dann aber erhob sich eine der Gestalten, es war der größte von ihnen, und nahm sich ein rostiges, auf dem Tisch liegendes Messer. Du hast keine Fahrkarte, zischte die abscheuliche Gestalt. Du musst verschwinden oder mit uns essen. Diese Wahl fiel mir nicht schwer. Dann verschwinde ich einfach. Haltet nur kurz den Zug an und ich komme nie wieder hierher. Das Wesen lächelte und schüttelte leicht den grotesken Kopf, während es erneut einige Schritte auf mich zuging. Du verstehst nicht. Du bist ohne Fahrkarte eingestiegen. Deshalb musst du mit uns essen oder verschwinden. Er fuhr sich zur Erläuterung mit dem Messer über die Kehle und nun begriff auch ich überdeutlich, wovon er sprach. Ich kann das nicht essen. Das ist ekelhaft und es wird mich krank machen, schrie ich in Panik, doch in den Augen des Wesens und seiner Gefährten zeigte sich nicht die geringste Spur von Mitleid. Also wirst du verschwinden. Es klang wie eine Feststellung, ohne jede Emotion, sogar ohne Boshaftigkeit. In mir allerdings kochten die Emotionen hoch, während mir das Wesen noch näher kam und ich genau die blauen Augen in dem pergamentartigen Gesicht sehen konnte. Ganz besonders die Todesangst. Lass, lasst ihr mich gehen, wenn ich esse? Das Wesen blieb stehen und sah aus, als würde es überlegen. Ja, sagte es schließlich. Aber nur, wenn du alles aufisst. Setz dich, befahl das Ding mit gebieterischer Stimme und anscheinend hatte ich keine andere Wahl, auch wenn sich mir jetzt schon der Magen umdrehte. Dennoch schob ich mich schweren Herzens an den biederlichen Wesen vorbei, um den einzigen freien Platz in dem verfallenen Bordbistro einzunehmen. Auch wenn ich peinlichst genau darauf achtete, keines von den dürren Monstern zu berühren, könnte ich doch nicht vermeiden, das ein oder andere Mal, einen trockenen Arm oder einen nackten Oberkörper zu streifen. Eines der Wesen machte daraufhin sogar eine anzügliche Geste und griff mir in den Schritt, was mich beinahe erneut zum Kotzen gebracht hätte. Letztendlich fand ich mich aber auf meinem Platz wieder. Vor mir eine verrottete Tischdecke und ein vergammeltes, schleimiges Stück grau-grüner Torte auf einem halb gesprungenen Teller. Von dem Tortenstück ging ein stechender Geruch aus. Hin und wieder sah ich, wie sich etwas darin bewegte. Nun iss, iss, wenn du nicht verschwinden willst. Und ich gehorchte. Alles in mir wehrte sich dagegen und der erste Biss war unerträglich ekelhaft. Allein die Konsistenz und der Gedanke an das, was ich da aß, ließen mich würgen. Und den Geschmack würde ich nie wieder in meinem Leben loswerden. Beim zweiten Biss zerteilte ich eine Made mit meinen Zähnen, die immer noch besser schmeckte als die Torte, in der sie steckte. Jeder weitere Biss war zwar eine Tortur, aber irgendwann hatte ich tatsächlich das ganze Stück hinuntergewürgt. Mein Magen rebellierte und ich glaubte schon zu spüren, wie sich das verdorbene Essen in meinem Organismus ausbreitete. Trotzdem hatte ich es geschafft. Ich habe aufgegessen. Lasst mich nun gehen, bitte. Der Große, der schon zuvor mit mir gesprochen hatte und der direkt neben mir saß, beugte sich zu mir. Sein dürres, knochiges Gesicht war mir ganz nah und sein stinkender Atem blies mir durch seine scharfen Zähne ins Gesicht. Du hast noch nicht alles gegessen, sagte er und nun war seine Stimme alles andere als emotionslos, sondern drückte beinahe Vorfreude aus. Bei diesen Worten reichte mir ein anderes der Wesen, es war dasjenige, welches mir zuvor in den Schritt gegriffen hatte, den Teller mit dem halb verspeisten Bein. Guten Appetit, sagte es und fuhr sich mit seiner langen Zunge lasziv über seine lippenlose Mundöffnung. Irgendwie vermutete ich, dass es weiblich war und dass es sich dabei um ein Versprechen handelte. Dieser Gedanke ekelte mich beinahe so sehr an, wie das Leichenteil auf meinem Teller. Aber nur beinahe. Ich hatte einen Entschluss gefasst. Ich würde lieber sterben, als zum Kannibalen zu werden. Das esse ich nicht, ihr Wichser! schrie ich, während ich unvermittelt auf den Tisch sprang und dabei die ekelhaften Speisen zur Seite schleuderte. Ich hätte selbst nicht gedacht, dass mir ein solches Kunststück gelingen würde. Eine der Kreaturen hackte sofort mit ihrem Messer nach mir, aber da war ich bereits vom Tisch herunter. Ich hätte nicht gedacht, dass Angst einem so eine Kraft und Schnelligkeit verleihen konnte. Einige blasse Hände versuchten nach mir zu greifen, allen voran das Wesen, es oder sie, welches mir das eindeutige Angebot gemacht hatte. Aber ich konnte ihnen entwischen. So schnell ich konnte, zog ich die Tür zur nächsten Kabine auf und rannte direkt in das Wesen hinein, welches vorhin meine Fahrkarte sehen wollte. Dieses Mal verlangte es nicht danach. Wahrscheinlich war es dafür ohnehin zu spät. Stattdessen packte es meinen Arm, als ich gerade an ihm vorbeigerannt war. Sein Griff war hart wie Stahl und ich dachte schon, meine Flucht wäre hier zu Ende. Aber da fiel mir der Stein in meiner rechten Hand wieder ein. Mit aller Kraft ließ ich ihn wieder und wieder auf den Ellenbogen der Gestalt herabsausen. Das Wesen heulte laut auf. Und als ich gerade die Tür der Kabine wieder öffnete und die Kreaturen aus dem Bordbistro begannen, die Kabine zu betreten, hörte ich ein trockenes Knacken und sah, dass sich der Unterarm des Wesens fast von seinem Oberarm getrennt hatte. Ich zog fest daran und löste so auch noch die dünne Verbindung aus trockener Haut. Der Unterarm riss ab und ich nahm ihn aus einem Impuls heraus einfach mit. Dann begann ich zum nächsten Abteil zu flüchten. Der groteske Kontrolleur war zu sehr mit seinen Schmerzen beschäftigt, um mir nachzulaufen und blockierte dazu noch den Weg für meine anderen Verfolger. Ich öffnete die Tür und wechselte in das nächste vollkommen verschimmelte Abteil. Der Geruch war mir diesmal aber herzlich egal. Ich atmete trotzdem tief ein und aus und drehte mich dann um, um den Arm des Wesens so vor die Tür zu klemmen, dass sie verriegelt war. Ich hatte keine Ahnung, ob meine Verfolger dadurch aufgehalten werden würden, aber was Besseres fiel mir einfach nicht ein. Fieberhaft überlegte ich, wie ich entkommen konnte. Gerade hatte der Zug keine besonders hohe Geschwindigkeit. Ich konnte abspringen und mir dabei entweder alle Knochen brechen, sterben oder halbwegs unbeschadet überleben und diesen Viechern entkommen. Selbst wenn meine Überlebenschancen nicht besonders hoch waren, so waren sie dennoch besser als in diesem Zug. Wie um diesen Gedanken zu untermauern, bemerkte ich nun, dass einer meiner Verfolger an der Tür rüllte. Aber der ekelhafte Unterarm hielt noch stand. Dennoch musste ich schnellstens hier verschwinden. Da ich keine Möglichkeit sah, die Tür aufzubekommen, schleuderte ich den schweren Stein so oft gegen eines der blinden Fenster, bis es endlich in viele kleine Stücke zerbarst. Fast im selben Moment zerbrach auch der Arm und die Tür zur Kabine öffnete sich. Mehr als ein Dutzend dieser Kreaturen wartete dort auf ihre Rache. Ich hatte also keine Zeit, um zu zögern. Ich stieg schnell auf einen der verschimmelten, schleimigen Sitze, wobei ich beinahe abrutschte, und schaffte es irgendwie, mich durch das Fenster zu quetschen. Ich spürte noch, wie mich dünne Finger am Bein berührten und wie die scharfkantigen Glasreste in meinen Körper schnitten. Dann begann der Fall. Die Schmerzen des Aufpralls waren unbeschreiblich, und einen Moment lang war ich kurz davor, dem Lockruf der gnädigen Ohrmacht nachzugeben, die über mich kommen wollte. Aber ich wusste, dass das mein Ende bedeutet hätte. Zwar war der Zug vorerst weitergefahren, so viel hatte ich noch mitbekommen, aber es war nur eine Frage der Zeit, bis sie anhalten und nach mir suchen würden. Vorsichtig versuchte ich aufzustehen, indem ich mich mit beiden Armen hochstemmte und wurde sofort mit einem stechenden Schmerz in meinem rechten Arm bestraft. Ich sank zurück auf den Boden und betrachtete meinen Arm. Er stand in einem unnatürlichen Winkel ab und war ganz offensichtlich gebrochen. So eine Scheiße. Trotzdem hatte ich unterm Strich noch Glück gehabt. Zwar hatte ich die Schnitte vom Fenster, die mir im schlimmsten Fall eine Blutvergiftung einbringen konnten, und eben einen gebrochenen Arm, aber sonst beschränkten sich meine Verletzungen auf Schürfwunden, blaue Flecken und Prellungen. Höchstwahrscheinlich hatte ich auch eine Gehirnerschütterung, aber das war im Moment meine geringste Sorge. Immerhin war ich am Leben und vorerst entkommen. Nun musste ich nur noch in die Zivilisation zurückkehren und mich verarzten lassen. Ich stemmte mich mit meinem gesunden Arm hoch und sah mich um, um festzustellen, wo ich mich befand. Allerdings konnte ich in der Dunkelheit nicht allzu viel erkennen und hatte zudem mein Handy bei dem Sturz irgendwo verloren. Also hielt ich mich an die einzige Orientierung, die ich hier besaß. Einige ferne Lichter am Horizont rechts von mir und ein Trampelfahrt entlang der Gleise, der in Richtung der Lichter führte. Die ersten Schritte waren nicht leicht und ich wäre einige Male beinahe umgekippt, aber irgendwie brachte ich es fertig, einen Fuß vor den anderen zu setzen und betete, dass man mich nicht entdecken würde. Als ich die Quelle der Lichter nach vielen Stunden endlich vor mir sah, hätte ich beinahe laut aufgeschrien. Sie stammten von dem alten Bahnhof. Ich war nun wieder genau dort, wo die schrecklichen Kreaturen herkamen und lief im Grunde sprichwörtlich in die Höhle des Löwen hinein. Meine Verletzungen, die ich im Zuge der Erleichterung über mein Entkommen fast vergessen hatte, begannen angesichts dieser Enttäuschung wieder zu brennen und zu pochen. Verdammt, ich brauchte einen Arzt, ein Bad und vor allem Sicherheit. Was würde ich nicht alles geben für die Sicherheit der Stadt, falls es in meinem Leben ab jetzt noch so etwas wie Sicherheit gab, nachdem ich nun wusste, mit was für Kreaturen wir unsere Existenz auf dieser Erde teilen. Aber wie dem auch sei, ich würde ohnehin kein Leben mehr haben, wenn ich nicht an diesem Bahnhof vorbei und irgendwie wieder in die Stadt gelangen könnte. Also musste ich plötzlich sprangen mehrere dürre Gestalten aus dem Büschen am Wegesrand und umringt mich so blitzartig und koordiniert, dass es kein Entkommen mehr gab. Sie hatten mich mit den Bahnhofslichtern angelockt wie eine Motte mit einer Kerzenflamme oder wie Strandräuber ein Schiff mit einem falschen Leuchtsignal. Ich sah mir die Kreaturen vor mir genauer an. Zwar sahen sie alle mehr oder weniger gleich aus, aber dennoch erkannte ich in einer von ihnen diejenige, die es anscheinend auf mich abgesehen hatte, auch wenn ich keine Ahnung hatte, wie sie so schnell hierher gekommen war. »Hallo, mein Hübscher. Da haben wir dich ja doch wiedergefunden«, sagte sie mit einer lasziven und doch schrillen und abstoßenden Stimme, die mir mehr Übelkeit bereitete als ihr Atem und ihr widerliches Äußeres. Dann packten mich gleich mehrere ihrer Gefährten und schleiften mich in Richtung Bahnhof. Ich wollte mich zwar dagegen wehren, aber ich hatte ganz einfach nicht mehr die Kraft dazu. Sie brachten mich in diesen Raum, der wohl einmal ein Lagerraum des Bahnhofs gewesen war. Auch hier ist der Boden voller Schimmel. Und die Decke. Und die Wände. Vor allem die Wände. Gerade hier bin ich mir besonders sicher, denn ich stecke bereits seit mehreren Tagen bis zur Brust in diesem Schimmel. Außer mir gibt es hier noch weitere Menschen. Einen Mann und eine Frau. Wer sie sind, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wissen sie das selbst nicht mehr. Sie reden nicht mit mir und auch nicht miteinander und blicken nur apathisch an die Wand. Beide sind ausgemergelt. Sie haben kaum noch Fleisch auf den Knochen. Und es wird jeden Tag weniger. Auch das weiß ich genau. Denn sie schneiden es ihnen ab, Schicht um Schicht. Von Armen und Beinen und anderen Stellen ihrer Körper. Und dann füttern sie mich damit. Jeden Tag. Erst habe ich mich geweigert zu essen. Aber irgendwann war ich zu hungrig. Irgendwann habe ich ein Stück vom Arm der Frau gegessen. Es war noch warm vom Leben und doch schon vom Schimmel überwuchert. Wie alles hier. Dann wollte ich immer mehr davon und habe mich nicht länger geweigert. Sie sagen, dass ich nicht so bin wie die beiden. Dass ich zu Höherem bestimmt bin. Dazu, so zu werden wie sie. Sie, das sind die Hüter. Die Hüter, vor denen mich die Aufschrift am Zug gewarnt hatte. Die Hüter des Verfalls. Wenn meine Verwandlung vollendet ist, will Lisa mich zu ihrem Gefährten nehmen. Ja, ihren Namen kenne ich jetzt. Und noch immer ekel ich mich vor ihr. Aber der Ekel wird immer weniger. Mit jedem Tag, der vergeht. So wie meine Haare und meine Lippen. Bald schon, das spüre ich, werde ich sie sogar lieben. Ich werde sie lieben. Mit Leib und Seele. Und alles Leben hassen. Wenn du diesen Film nicht zu Ende schaust, passiert etwas Schlimmes. Ich bin kein großer Filmeliebhaber, aber meine Freundin Kelsey schon. In den vielen Jahren, in denen ich sie kenne, haben wir uns gemeinsam eine schier unendliche Anzahl von Filmen angeguckt, die ich mir ohne sie nie hätte ansehen können. Trash-Horror-Filme, schräge Low-Budget-Action-Filme, aus Bulgarien importierte Psycho-Thriller und so weiter und so fort. Meistens waren sie gar nicht mal so schlecht. Oft waren sie seltsam. Und gelegentlich waren sie einfach nur auf Blu-ray-gepresste Kacke. Aber ich liebe Kelsey. Also auf platonische Weise. Sie ist meine beste Freundin seit Kindheitstagen. Und sie liebt es, jemanden zu haben, der diese seltsamen Schinken ertrug. In letzter Zeit ging bei Kel vieles drunter und drüber. Ihr Vater ist nach einem langen Kampf gegen den Krebs in ein Hospiz gezogen. Und so verbringt sie die meiste Zeit mit ihren engsten Familienmitgliedern. Gelegentlich schickte sie mir eine SMS und wollte ein Treffen ausmachen. Doch die meisten davon hat sie dann kurzfristig abgesagt, weil es ihr nicht so gut ginge. Ich bin ihr da gar nicht böse. Mir erginge es in ihrer Situation nicht anders. Doch vor kurzem bekam ich eine SMS von ihr, weil sie sich gerne mit mir einen Film im Kino anschauen wollte, der nur für äußerst kurze Zeit in den Kinos lief. In den Kinos unserer Stadt wurde er nicht gezeigt, also mussten wir ein bisschen recherchieren, um das nächstgelegene Indie-Kino zu finden. Wir fanden eines, das etwa 40 Autominuten von uns entfernt war, das Daydream-Theater. Im Vorfeld habe ich dann versucht, noch ein bisschen mehr über das Kino herauszubekommen. Doch Google hatte nur deren Internetpräsenz parat. Mehr nicht. Es hatte nicht einmal Bewertungen. Irgendwie seltsam. Aber dennoch passte so ein nebulöser Ort zu Cassys Filmgeschmack. Also habe ich nicht viel darüber nachgedacht. Sie holte mich von zu Hause ab und fuhr uns zum Kino. Es sah alt und heruntergekommen aus. Doch nicht nur das, es lag auch in einem Stadtteil, den man nachts normalerweise meiden sollte. Wir gingen hinein und zu unserer beider Überraschung gab es tatsächlich eine kleine Gruppe von etwa 20 anderen Leuten, die in der Lobby standen und sich für den Film anstellten. Wahrscheinlich, weil der Film nur für kurze Zeit in den Kinos lief. Kelsey und ich begutachteten das Innere des Kinos, als wir zum Kartenschalter gingen. An den Wänden hingen Poster von Filmen, von denen ich noch nie gehört hatte. Kel, die verständlicherweise etwas niedergeschlagen wirkte, begann langsam zu strahlen, als sie den Charakter und das Flair dieses Lokals in sich aufnahm. Ein hager aussehender Mann bediente den Ticketschalter. Seine Ausstrahlung war eine Mischung aus Desinteresse und einem Hauch von »Mich überrascht nichts mehr«. Er beäugte die kleine Gruppe vor uns, die für dieselbe Vorführung wie wir gekommen war. »Ein bisschen viel los«, sagte er, eigentlich zu niemandem, mit leicht hochgezogener Augenbraue. Er berechnete uns die Eintrittskarten. Dann murmelte er. »Ich muss Sie im Voraus informieren, dass... Also, ich habe da leider keinen Einfluss drauf. Aber mit großer Wahrscheinlichkeit wird der Film gezeigt, vor den Sie zahlen. Es besteht aber auch eine kleine Chance, dass etwas anderes abgespielt wird. Keine Rückerstattung.« Kelsey und ich waren bereits auf dem Weg zum Kinosaal, als er das sagte. Ich hätte den alten Mann gerne um eine Erklärung gebeten, doch Kelsey zog mich voller Vorfreude auf den Film in Richtung des Kinosaales. Noch in Hörreichweite des Alten konnte ich vernehmen, wie er dieselbe Warnung auch den anderen Käufern zumurmelte. »Mit großer Wahrscheinlichkeit wird der Film gezeigt, vor den Sie zahlen. Es besteht aber auch eine kleine Chance, dass er was anderes abgespielt wird. Keine Rückerstattung.« Wir betraten den dunklen Saal und ergatterten perfekte Plätze genau in der Mitte. Wie immer hatten wir keine Getränke und kein Popcorn. Nein, wenn man mit Kelsey Trash sah, war das immer eine ernste Angelegenheit, ohne jede Ablenkung. Langsam strömten weitere Zuschauer in den Saal und ließen sich in ihre Kinositze sinken. Ich bemerkte, wie auch der hagere Kartenverkäufer hereinkam und sich ganz nach vorne setzte. »Auf den Film freue ich mich schon ewig«, flüsterte Kel aufgeregt. Es war schön, sie so glücklich zu sehen. Das leise geflüstert zwischen den verschiedenen Gruppen im Kinosaal verstummte, als die Kinoleinwand aufleuchtete. Ein instrumental ertönte und auf dem Bildschirm erschien mit weißer Schrift auf schwarzem Hintergrund folgender Text. »Bitte denken Sie daran, die gekennzeichneten Ausgänge zu nutzen, falls ein Notfall eintritt. Reden Sie so wenig wie möglich. Handys sind optional.« Ich musste schmunzeln. Verdammt, dieses Kino hatte es in sich. Plakate von Filmen, von denen man noch nie etwas gehört hat. Und dann so ein Handys sind Optionalspruch. Ja, das Kino schien eine völlig neue Erfahrung zu werden. Danke fürs Kommen. Und dann begann der Film. Einfach so. Altmodische Musik erfüllte den Raum. Auf der Leinwand erschien eine Liste mit den Darstellern des Films. Komisch, dachte ich. Wird so etwas nicht erst am Ende im Abspann gezeigt? Von den Darstellern, die dort standen, hatte ich noch nie gehört. Kelz drehte sich mit einer hochgezogenen Augenbraue zu mir um. Als nächstes erschien auf dem Bildschirm die Titelkarte des Films, überlagert von einem Schwarz-Weiß-Bild eines Polizei- oder Detektivbüros. Der Film lautete Anführungszeichen, Leerzeichen, Anführungszeichen. Ernsthaft. Der Titel bestand nur aus zwei Anführungszeichen mit einer großen Leerstelle dazwischen. Die altmodische Musik begleitete weiterhin die Szenerie. Dann das Bild von zwei Männern, die sich in einem Diner gegenüber saßen. Alles sah veraltet aus. Und es klang auch so. Die Filmmusik, der Filmstil, das eigentliche Set, die Kleidung der Figuren, ja sogar das Aussehen der Typen. Dass alles in Schwarz-Weiß gedreht wurde, half auch nicht gerade bei der Einschätzung, ob es tatsächlich ein alter Schinken war oder ob er nur auf alt getrimmt wurde. Wenn es nur ein Versuch war, den Film in der 40er und 50er Jahre zu huldigen, dann war er verdammt überzeugend. Mit meinen sehr begrenzten Kenntnissen der Cineastik würde ich schätzen, dass er zur Zeit von Casablanca oder It's a Wonderful Life entstanden ist. Gerade als wir alle die Szene auf uns wirken ließen, stand der hagere Ticketverkäufer, der vorne saß, auf, drehte sich um und schaute in die kleine Menge im Kinosaal. Also gut, es sieht so aus, als würde etwas anderes gespielt werden. Wenn dieser Film Sie nicht interessiert, sollten Sie gehen. Sie haben zwei Minuten Zeit. Wir sahen uns verwirrt an. Ich flüsterte Kel zu, das ist doch bestimmt nicht der richtige Film, oder? Nein, Colin Farrell sollte darin mitspielen, gab sie zurück. Aus der Menge der etwa 20 Anwesenden sah ich, wie ein paar Leute langsam aufstanden und gingen. Einige murmelten etwas vor sich hin und beschwerten sich über die Lockvogeltaktik des Kinos. Einer der Leute, ein breitschultriger 1,90-Mann, ging auf den alten Ticketverkäufer zu und schnauzte ihn lautstark an. Den alten Mann schien dies jedoch nicht sonderlich zu beeindrucken. Ich wandte mich an Kel. Und, willst du bleiben? Kel zuckte mit den Schultern. Könnte interessant werden. Das tut man nicht alles für seine beste Freundin, dachte ich mir. Ich wandte meine Aufmerksamkeit wieder dem Film zu. Auf der Leinwand waren immer noch nur die beiden Kerle im Kleiner zu sehen. Die Kaffee aus ihren Tassen schlürften und gemächlich an ihren Zigaretten zogen. Der alte Mann hob erneut seine Stimme. 30 Sekunden. Ich meine es ernst. Wenn Sie gehen wollen, gehen Sie jetzt. Kel und ich sahen uns mit einem leichten Schmunzeln auf den Lippen an. Es fühlte sich so an, als ob wir beide telepathisch denselben Gedanken teilten. Manche Kinos nahmen sich eindeutig viel zu ernst. Die Sekunden verstrichen und keiner ging mehr. In Ordnung, fuhr der alte Mann fort. Es gibt nur eine Regel für den Abend. Sie dürfen nicht gehen, bevor der Abspann läuft. Nehmen Sie diese Regel bitte ernst. Und nun genießen Sie den Film. Ich konnte ein paar Leute im Publikum kichern hören. Der Ticketverkäufer drehte sich wieder zur Leinwand und schüttelte den Kopf. Wie ich schon vermutet hatte, stammte der Film eindeutig aus den 40er oder 50er Jahren. Die Art und Weise, wie sich die Figuren verhielten, ihre irgendwie verschnörkelten Bewegungen, ihre Art zu sprechen, all das spiegelte eine vergangene Zeit wieder. Es dauerte ein wenig, bis sich das Genre des Films offenbarte. Es war ein Krimi. Das Gespräch zwischen den beiden Männern im Diner begann interessant zu werden. Der Mörder läuft also immer noch frei herum, was? sagte der erste Detective. Hm, das ist nicht gut. Sein Kollege, der ihm gegenüber saß, kicherte. Es war kein fröhliches Kichern. Tja, nicht gut. So kann man es auch ausdrücken. Schrecklich. Schrecklich, so würde ich es ausdrücken. Die beiden Männer schauten sich ernst in die Augen. Allein diese Szene dauerte eine gefühlte Ewigkeit. Dann ging es weiter. Ich versuchte, so gut es ging zuzuhören. Aber um ehrlich zu sein, bin ich immer mal wieder eingenickt. Ab und zu schaute ich zu Kelsey hinüber, die gebannt Susa, wie der Schwarz-Weiß-Film eine Szene nach der anderen zeigte, in der die Detektives ihrer Arbeit nachgingen, um einen Mörder aufzuspüren, der auf freiem Fuß war. Die beiden Partner besuchten verschiedene interessante Schauplätze. Die altmodische Szenerie war echt schön, fanden Indizien, untersuchten Hinweise. All das, was archetypische Detektives in den 40ern halt so taten. Und nach 30 Minuten Laufzeit hatte ich immer noch das Gefühl, dass nichts wirklich Substantielles stattgefunden hat. Es gab zwar ein paar lustige Sticheleien zwischen den beiden Hauptdarstellern, aber ansonsten hatte ich das Gefühl, dass die Handlung nur vor sich hin dümpelte und nicht wirklich in Gang kam. Es war keineswegs unerträglich, nur irgendwie öde. An diesem Punkt, also wie gesagt nach ca. 30 Minuten Spielzeit, sah ich einen Mann, der aufstand, um das Kino zu verlassen. Ich konnte sehen, dass er versuchte, es so unauffällig wie möglich zu tun, um nicht die Aufmerksamkeit des alten Kartenverkäufers auf sich zu ziehen. Er schlich auf zehn Spitzen zwischen den Sitzen entlang, trat dann auf den engen Gang zwischen den Sitz rein und verließ schließlich den Saal. Ich glaube nicht, dass der alte Mann ihn bemerkt hat. Tja, Kumpel, nicht nur dir geht es so, dachte ich. Am liebsten würde ich auch die Biege machen. Doch stattdessen wandte ich meine Aufmerksamkeit wieder der großen Leinwand zu. Die beiden Detektives saßen an ihren Schreibtischen in ihrem gemeinsamen Büro und sahen sich einige Notizen an. Nach ein paar Augenblicken wurden sie von einem dritten Mann unterbrochen, der hektisch in den Raum stürmte. Sie haben eine weitere Leiche gefunden, rief der Dritte im Bunde. Die beiden Detektives nickten einander souverän zu und verließen mit ihrem in Panik geratenen Kollegen eilig den Raum. Die nächste Szene zeigte die drei in einem Park inmitten einer größeren Gruppe von Zivilisten und Beamten. Neben ihnen ein dünnes weißes Laken, das über einen vermutlich toten Körper drapiert war. Die Schaulustigen tauschten besorgt es Geflüster aus. Die beiden Detektives sprachen einem Beamten an, der unmittelbar neben dem Tatort stand. Was ist passiert? fragte der erste Detektiv. Eine männliche Leiche, bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt. Der Mann war in den Dreißigern, mehr wissen wir leider noch nicht. Die Leiche wurde einfach hier mitten im Park abgelegt, antwortete der Beamte. Der zweite Detektiv nahm einen langen Zug von seiner Zigarette. Ich nehme an, die Zeit drängt. Toll, dachte ich bei mir. Endlich kommt etwas Bewegung in die Geschichte. Etwas, das über die Suche nach Hinweisen, das schwermütige Grübeln und die langatmigen Szenen der beiden Detektives beim Rauchen von Zigaretten hinausging. Aber meine Hoffnung zerbröselte schon drei Atemzüge später wie ein staubtrockener Keks. Nachdem kurz Spannung aufkam, verflachte der Film umgehend wieder. Und anstatt einer wilden Verfolgungsjagd oder interessanter Zeugenbefragungen erfuhren wir mehr über das Leben der Detektives, wie ihre Wohnungen aussahen, was sie taten, wenn sie nicht im Dienst waren, mehr über ihre Eigenheiten und so weiter. Das Ganze ging jetzt schon etwa eine Stunde so. Ich flüsterte Kel zu. Weißt du, was das für ein Film ist? Sie schüttelte den Kopf. Nein, er ist seltsam, irgendwie komisch. Ne Menge Worldbuilding halt. Aber ich bin irgendwie neugierig, wie es weitergeht. Zu diesem Zeitpunkt war ich schon längst ein bisschen groggy. Ich war gelangweilt und konnte dem Geschehen auf der Leinwand kaum noch folgen. Nach ein paar Minuten geistlosen Starrens bemerkte ich in der Dunkelheit eine kleine Gruppe, die aufstand, um den Saal zu verlassen. Es waren eine Mutter, ein Vater und ihr Sohn, vielleicht zehn Jahre alt. Sie schienen sich zu beeilen. Oh Gott, wie gerne ich mit ihnen tauschen würde, dachte ich mir. Kel bemerkte nichts von alledem. Sie war völlig in den Film vertieft. Ich hingegen begrüßte die Ablenkung. Der hagere Mann bemerkte die drei, als sie fast den Ausgang erreicht hatten. Er stand auf und rief ihnen zu. Hallo? Haben Sie nicht gehört? Bleiben Sie! Der Film ist doch nicht zu Ende! Sie müssen bleiben! Er konnte ihnen nur hinterhersehen, wie sie um die Ecke verschwanden und das Kino verließen. Sein Geschrei hatte die Aufmerksamkeit aller erregt. Er seufzte, setzte sich wieder und presste sein Gesicht in die Handinnenflächen, wie bei jemandem, der sein Weinen verbergen will. Komischer Kauz. Kel drehte sich wieder zu mir um und grinste. Lecko mio! Der Kerl nimmt das alles ganz schön ernst, kicherte sie. Ich konnte mir ein leises Lachen nicht verkneifen. Aber etwas war komisch. Der Alte machte auf mich nicht den Eindruck, als wolle er bestimmerisch sein, nein, in seiner Stimme lag eindeutig so etwas wie Panik. Ich schüllte das Gefühl ab. Zurück zum Film. Man sah gerade, wie der Ältere der Detektives im Bett lag und grübelte. Und dann ein sofortiger Schnitt zu einem Tatort. Kreideumrisse von drei Leichen auf dem Boden. Ich schluckte einen Kloß im Hals hinunter. Seltsames Timing, wo doch gerade ein Trio aus dem Kino geflüchtet war. Aber es war mit Sicherheit nur ein verrückter Zufall. Ja, das musste es sein. Ich meine, ich sah einen Film über zwei Detektives, die nach einem Serienmörder suchten um Himmels Willen. Stell dich nicht so an, schellte ich mich. Ich schaltete mein Gehirn aus und versuchte, mich erneut auf den Film einzulassen. Und was haben wir hier? fragte der Detektiv. Ein Beamter am Tatort, der fast genauso aussah wie der Polizist am ersten Tatort antwortete. Eine Frau, ein Mann und ihr kleiner Sohn. Denken Sie, es war derselbe Mörder? Meldete sich der zweite Detektiv. Der Beamte nickte. Keine Ahnung, wer auch immer das getan hat. Er hat sie geschändet, sie wortwörtlich in Einzelteile zerrissen. Die Detektives wandten sich einander zu. Wir müssen diesen Bastard finden, und zwar bald. Mein Magen begann zu rumoren. Immer mehr verspürte ich den starken Drang, das Kino zu verlassen. Aber wie der alte Mann es uns eingebläut hatte, war es wahrscheinlich keine gute Idee, vor dem Abspann hinaus zu gehen. Hoffentlich ist es bald vorbei, dachte ich bei mir. Und dann? Kells Handy klingelte. Eigentlich war so etwas für Kel ein Unding. Eine Kardinalsünde. Sie drehte sich zu mir um. Ich habe meiner Mutter gesagt, sie soll anrufen, wenn etwas mit Dad ist. Ah, scheiße. Das hatte ich vor einen Augenblick vergessen. Klar, dass sie dann ihr Handy auf laut hat. Sie fummelte im Sitzen an ihrer Gesäßtasche herum, um ihr Telefon herauszuziehen. Ich wandte mich wieder dem Film zu. Die beiden Detektives saßen an ihren Schreibtischen und sahen wie üblich ihre Notizen durch. Es war eine ruhige Szene. Eine langweilige Szene. Dann klingelte plötzlich das Telefon an einem der Schreibtische der Detektives. Ich schaute wieder zu Casey. Sie hatte mittlerweile ihr albernes Klapp-Telefon mit Herzanhänger hervorgegrabbelt. Ob man so ein Steinzeit-Handy heute noch irgendwo kaufen kann? Das Geschehen auf dem Bildschirm ging weiter. Wer glauben Sie ist es? fragte der Jüngere der beiden. Ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl, dass es bei diesem Anruf um Leben und Tod geht, antwortete sein Partner. Seltsamer Dialog, dachte ich mir. Irgendwie unpassend. Schließlich nahm Kel den Anruf entgegen. Ich versuchte nicht zu lauschen, aber es war so ziemlich unmöglich, das Gespräch zu ignorieren. Es klang nach schlechten Nachrichten. Der Zustand ihres Vaters verschlechterte sich rapide, als könnte es jeden Moment soweit sein. Kel beendete das Telefonat mit glasigen Augen. Ich muss los. Ich weiß, es klingt völlig abergläubisch, aber ich hatte Schiss davor, dass sie vor dem Ende des Films gehen wollte. Kel bleibt doch noch bis zum Ende. Ich glaube, der Film ist sowieso gleich vorbei. Tränen sammelten sich in Kels Augen. Dad wird sterben und ich muss bei ihm sein. Es tut mir leid, aber ich muss weg. Ich zahle dir die Taxifahrt nach Hause. Versprochen. Sie erhob sich von ihrem Sitz und rannte los. Ich war einen Moment lang wie erstarrt vor Angst. Nein, ich musste sie aufhalten. Ich drückte mich hoch und lief ihr hinterher. Sie war schon aus dem Saal und machte sich zügig auf den Weg zum Ausgang. Ich versuchte, den Abstand zu verringern. Kel, warte, ich glaube, es ist… Sie bog um die Ecke und hatte schon die Tür geöffnet. Ich war direkt hinter ihr. Kel, bitte, ich habe wirklich… Ich spürte, wie mich eine Hand zurückzog, bevor ich mit der Meinung nach Kel greifen konnte. Es war der alte Mann. Zurück auf deinen Platz, sagte er. Du konntest nichts dagegen tun. Du hast alles versucht. Verstanden? Ich war schockiert. Irritiert. Einerseits kam ich mir dumm vor, dass ich wirklich Schiss davor hatte, vor Ende des Films abzuhauen. Und andererseits hatte ich wirklich Angst um Kelsey. Ich ergab mich der Situation und schlurfte zum Platz zurück. Ich konnte hören, wie der alte leise… Das tut mir leid, murmelte. Ich steigere mich da einfach rein, dachte ich bei mir. Ich wiederholte es immer und immer wieder in meinem Kopf. Ich steigere mich da nur rein. Es ist alles in Ordnung. Ich setzte mich, glotzte auf die Leinwand und mein Herz klopfte wie wild. Der Detektiv beendete gerade das eben eingetroffene Telefonat. Und? fragte der Jüngere der beiden aufgeregt. Sie haben den Mörder gefunden. Er hat sich in einer Wohnung verschanzt. Er ist umzingelt. Aber… Er hat eine Geisel. Ein Mädchen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Bitte nicht. Der Detektiv fuhr fort. Es ist nur eine Gruppe von Neulingen vor Ort. Sie haben keine Ahnung, was sie als nächstes tun sollen. Wir müssen selbst hinfahren, um diesem Wahnsinn ein für allemal ein Ende zu bereiten. Nimm deinen Revolver mit. Ein sofortiger Schnitt zur nächsten Szene zeigte den Älteren der beiden Detektives, wie er die Tür zu einer Wohnung eintrat. Langsam und bedächtig betrat er den stockdunktern Raum, gefolgt von seinem Partner und einer bunt zusammengewürfelten Gruppe junger Polizisten, alle mit gezogenen Pistolen. Einer von ihnen schaltete das Licht ein. In der Mitte des Raumes stand ein großer Mann mit blutverschmiertem Gesicht. Die Hände zum Zeichen des Ergebens über seinen Kopf gestreckt, entblößte er das breiteste Grinsen, das ich je gesehen habe. Die Beamten fackelten nicht lange. Sie drückten ihn unsanft nieder und legten ihm Handschellen an. Der Schurke gehorchte und lächelte dabei unaufhörlich. Das nächste Bild zeigte eine Nahaufnahme. Auf dem Hartholzboden neben dem festgenommenen Verdächtigen lag Kelts altes Klapphandy mit dem Herzanhänger. Ich schloss meine Augen. Ich wollte schreien, aber ich konnte nicht. Sieh nur, was er getan hat! Ich blinzelte. Ein Schwenk auf die Leiche. Sie war völlig zerfetzt und auseinandergerissen. Man konnte ihre blankgelegten Knochen sehen. Ihr Gesicht war bis zur Unkenntlichkeit zerstört. Ein Durcheinander von dem, was einmal Kelsey gewesen war, in einer dickflüssigen Blutlache. Dieses ekelhafte Monster verdient die Todesstrafe. Daran gibt es keinen Zweifel. Einer der jüngeren Polizisten legte einen Laken über sie. Mir liefen Tränen über die Wangen und ich hatte das Gefühl, kaum noch Luft zu bekommen. Meine Finger kribbelten und mir war übel. Unendlich übel. Der Abspann des Films begann über eine Szene zu laufen, in der die Polizisten neben dem in Handschellen gefesselten Verbrecher mit dem nie versiegenden, geisteskranken Grinsen standen. Im Hintergrund ertönte eine hoffnungsvolle Orchestermusik. Als der Abspann mit den Darstellern und der Crew zu Ende war, erschien der Titel des Films auf dem Bildschirm. Zwischen den Anführungszeichen stand nun etwas. Was wären wir wohl ohne unser Publikum? Und dann war es vorbei. Ich weiß nicht, wie lange ich noch dort gesessen und um Atem gerungen habe. Als ich aufstand, hielt ich Ausschau nach den anderen Besuchern. Doch niemand war mehr da. Ich war völlig allein. Am Ticketschalter war auch niemand mehr. Der alte Mann war verschwunden. Ich ging zu dem Schalter und sah einen Zettel, den er auf dem Tresen hinterlassen hatte. Ich kann es nicht beeinflussen. Es tut mir leid. Ich nahm mir ein Taxi nach Hause und als ich in meiner Wohnung ankam, nahm ich sofort ein Bad. Ich musste irgendwie wieder einen klaren Kopf bekommen. Es dauerte ein paar Stunden, bis ich den Mut hatte, Kelsey anzurufen. Ich betete und betete, dass sie abnehmen würde und dass alles, was ich glaubte gesehen zu haben, nur eine beschissene Halluzination war. Jeder Anruf ging direkt auf die Mailbox. Jeder verfluchte Versuch. Das nährte natürlich meine böse Vorahnung. Mit zittrigen Händen rief ich ihre Mutter an. Sie ging sofort ran. Ich fragte sie, ob Kel es rechtzeitig zu ihrem Vater geschafft hatte. Ihre Mutter wusste nicht, wovon ich sprach. Kels Vater war noch am Leben. Sein Zustand hatte sich nicht verändert. Wieder hatte ich das Gefühl, als würde mich etwas im Würgegriff halten. Ich fragte vorsichtig, ob sie Kel heute schon angerufen hätte, was sie verneinte. Alle suchen jetzt nach ihr. Und ich bringe es nicht übers Herz, ihnen zu sagen, dass ich nicht glaube, dass sie gefunden wird. Ich bin kein Filmeliebhaber, aber für meine beste Freundin werde ich alles über diesen Scheißfilm herausfinden, was sich herausfinden lässt. Die Besetzung, die Crew, alle anderen Kinos, in denen er vielleicht läuft und wie ich sicherstellen kann, dass er nie wieder das Leben von irgendjemandem zerstört. Ich habe das Daydream Theater in der letzten Woche jeden Tag besucht. Es war geschlossen. Komplett geschlossen. Keine einzige Vorführung. Aber ich werde da sein, wenn es wieder öffnet. Ich werde die Gänge bewachen. Ich werde dafür sorgen, dass alle ihre Handys ausschalten. Und ich werde dafür sorgen, dass niemand geht, bevor der verdammte Abspann läuft. Der Fluch der Vergangenheit Haus eines Künstlers Kapitel 6 und ich werde von Sl abras. Und ich werde hier bei dele kopieren. Und ich werde Jemand musste das schmiedeeiserne Tor bereits vor mir geöffnet haben. Wie die Finger eines Toten glitt die Kälte durch meinen Mantel und über meine Haut, während ich den schmalen, matschigen Pfad zum Gain-Anwesen hinaufstapfte. Regenpeitschte mir ins Gesicht. Die nassen Kreuze standen im Blitzlicht des Gewitters wie Mahnmale. Der Wind heulte zwischen ihnen hindurch, als würden sie mir verzweifelte Warnungen zuraunen. Sicherlich berechtigt, doch ich ignorierte sie. Ich war wie in einem Tunnel gefangen, den Blick auf das düstere Portal in der Ferne gerichtet. Ihre Stimme heilte immer noch wie ein Mantra in meinem Kopf umher und wiederholte sich ständig. Es ist Zeit. Ich brauche dich. Du bist meine letzte Hoffnung. Es ist an der Zeit. Adrenalin pumpte durch meine Venen und verdrängte die Angst, die mich nun seit Wochen wie ein Geschwür innerlich auffras. Wonach genau ich suchen würde, wusste ich nicht. Doch etwas sagte mir, dass ich heute Abend endlich Antworten auf meine Fragen erhalten würde. Ich wusste einfach, dass es zwischen dem Haus und mir sowie meiner Vergangenheit eine Verbindung gab. Ich blickte auf. Das dunkle Portal war jetzt nur noch wenige Schritte entfernt. Das nasse, von grünem Moos bewachsener Ebenholz schimmerte jedes Mal, wenn das Unwetter einen Blitz durch die Wolkendecke schickte und die Donnerschläge fingen sich an den massiven Steinwänden des wuchtigen Gebäudes. Das hohe Walmdach ragte gespenstisch in den Himmel und der Rabenkopf stierte wie am ersten Abend auf mich herab. Seine Augen kritisch beinahe zornig darüber, dass ich ihn nicht benutzen würde, denn zu meiner eigenen Überraschung war das Portal nur angelehnt, als hätte man mein Ankommen erwartet. Ich schluckte. Mir war unwohl bei dem Gedanken, einfach durch das Portal zu treten, ohne auch nur für einen Moment zu reflektieren, was zur Hölle ich hier eigentlich tat. Ich fühlte mich wie eine Maus, die sich durch ein Stück Käse in die Falle locken ließ, nur mit dem feinen Unterschied, dass ich mir im Gegensatz zu der Maus sehr wohl im Klaren darüber war, schnurstracks in eine Falle zu marschieren und trotzdem nichts dagegen unternahm. Aber was, wenn es keine Falle war? Vielleicht gehörte die Stimme aus der Bibliothek tatsächlich zu jemandem, dem ich trauern konnte. Ein freundliches Gesicht in der Dunkelheit. Vielleicht hatte ich tatsächlich eine Freundin hinter diesen dicken Mauern aus grauem Stein, so wie es in dem Brief geschrieben stand. Meine Finger ruhten auf dem glatten Holz der schweren Tür. Vielleicht wäre es klüger, das Seitentürchen zu nehmen und wieder durch das zerschlagene Fenster einzusteigen. Besuche mich dort, wo nichts ist und alles sein kann. Was hatte das nur zu bedeuten? Ich würde diesen Ort, der in dem Brief beschrieben wurde, sicher nicht finden, wenn ich auf eigene Faust versuchen würde, dorthin zu gelangen. Scheiß drauf, welchen Unterschied machte es schon, ob ich durch ein Fenster klettern oder das Portal benutzen würde? Ich wäre in diesem Haus ohnehin schon zweimal fast draufgegangen, weiß der Himmel wer oder was mich damals beschützt hatte. Doch ein unterbewusstes Gefühl verriet mir, dass ich heute Nacht nicht sterben würde. Blieb nur die Frage, wie sehr ich mich noch auf mein Gefühl verlassen konnte, geschweige denn auf meinen Verstand. Langsam drückte ich gegen das Holz. Das Geräusch des Regens verwischte das gequälte Ächzen der stehlernen Angeln und die Türflügel öffneten sich polternd in den Saal hinein. Ein Blitz erhellte die Halle und für einen Moment versprühte der Kronleuchter sein Licht in alle Ecken und Winkel. Dann war es wieder dunkel. Dunkel und still. Ich wusste nicht, was ich erwartet hatte. Vielleicht einfach etwas mehr. Ich wischte mir die nassen Haare von der Stirn. Mein Mantel war nass, ebenso wie meine Schuhe. Und ich zitterte leicht. Ich zuckte zusammen, als das Portal hinter mir mit einem lauten Krachen ins Schloss fiel. Und urplötzlich, als wären sie von Geisterhand entzündet worden, begannen die Kerzenhalter im Kronleuchter hoch über meinem Kopf zu brennen und tauchten den gesamten Saal und die darüber liegenden Balustraden in ein warmes und angenehm glitzerndes Lichtspiel. Perplex blickte ich mich um, bis ich bemerkte, wie meine Kinnlade mit dem kalten Steinboden kuschelte. Träume ich? fuhr es mir durch den Kopf. Es war beinahe müßig, die Situation weiter zu hinterfragen, also beschloss ich mir später, einen Reim darauf zu machen und die Umstände vorerst anzunehmen, wie sie eben kamen. Mein Blick fiel auf die Doppeltür aus Eichenholz am Fuße der beiden zusammenlaufenden Treppen. Dahinter lag der lange Korridor, über dem man hinab in die Katakomben gelangte. Die Erinnerung an meinen letzten Besuch im Gain-Anwesen hatte mir seitdem viele schlaflose Nächte bereitet. Das viele Blut, die Leichen und vor allem der Schneider, das Monster im Keller tief unter dem Haus, von dem ich immer noch nicht mit Sicherheit sagen konnte, welche Rolle er in dieser ganzen verworrenen Geschichte spielte. Was war er? Oder es? Ein groteskes Haustier? Eine Marionette, die für Edward Gain dem blutigsten Teil seines Handwerks tat? Sein Mann fürs Grobe? Ich schmunzelte. Oder war es Edward Gain selbst? Aber wie kaputt muss jemand sein, um sich selbst derart zuzurichten? Und viel wichtiger, was muss er dafür getan haben? Beherrschte er irgendeine Form von Magie? Ich schüllte den Kopf. Magie? Das war doch absurd. All das führte zu nichts. Es gab nur einen Weg, zu verstehen, was hier vor sich ging. Intuitiv ging ich hinüber zur Doppeltür. Meine nassen Schuhsohlen quietschen laut auf dem glatten Marmor. Vorsichtig fasste ich die Klinke der Tür und drückte sie hinunter. Doch sie war verschlossen. Gradlos stand ich da und sah für einen Moment nur zu, wie der Kerzenschein auf der Holzpolitur tanzte und flackerte. Dann zuckte ich zusammen, als ein lauter Donnerschlag von draußen die Halle erfüllte. Ich wandte mich von der Tür ab, blickte hinauf zum Kronleuchter und legte den Kopf schief. Warum nur? Nein, es gab Wichtigeres als Kerzen, die sich von Geisterhand entzündeten. Vermutlich würde es ohnehin mein Verständnis von logischen Sachverhalten abermals auf den Kopf stellen. Ich trat in die Mitte der Halle. Nein, die Kerzen waren nicht das Einzige, was seltsam erschien. Ich hatte das Gefühl, dass in dieser Nacht eine eigenartige Melancholie über diesem Ort lag. Es dauerte einen Moment, bis ich den Ursprung dieses Empfindens erkannte und mein Herz machte einen Satz. Angespannt blieb ich stehen, hielt die Luft an und lauschte. War das etwa Musik? Ja, eindeutig. Geigenklänge. Langsam begann ich, den Tönern zu folgen. Sie führten mich zur geschwungenen Treppe der rechten Balustrade. Langsam, darauf bedacht, dass meine Schritte die Musik nicht übertönten, begann ich, die Stufen hinaufzusteigen. Oben angekommen, blickte ich in den Korridor mit den holzgetäfelten Wänden. Ja, die Musik kam eindeutig von hier. Und jetzt ergab sie auch eine erkennbare Melodie, eine düstere Melodie, beinahe traurig. Die alten Dielen knarzten unter meinen Füßen. Die Musik wurde mit jedem Schritt lauter. Dann war sie schließlich ganz nah. Dumpf drang sie durch das dunkle Holz der Tür, die zu Ed Gaines Arbeitszimmer führte. Dem Zimmer, durch das ich an meinem ersten Abend eingestiegen war. Mein Herz begann zu klopfen. Ich konnte weder vermuten, geschweige denn wissen, was mich hinter dieser Tür erwarten würde. Doch ich spürte, dass die Person, die die Violine spielte, wusste, dass ich hier war und ihr folgen würde. Vielleicht war es eine Falle, vielleicht eine Rettung, vielleicht würde ich sterben, wenn ich durch diese Tür trat. Doch ich wusste, würde ich jetzt gehen, würden meine Fragen mich zerfressen und mein Verstand zerschmettert werden, wie es der ominöse Brief prophezeit hatte. Langsam glaubte ich zu verstehen, wie der Fluch funktionierte. Ich tat einen langen, tiefen Atemzug und öffnete leise die Tür. Als ich sie sah, traute ich meinen Augen kaum. Das zerschlissene Kleid flatterte im kalten Nachtwind, der durch das Fenster hereinwehte, das sich an meinem ersten Abend in diesem Haus zerschlagen hatte. Ihre dunklen Haare umspielten ihren Kopf, als wäre um sie herum nichts als Wasser. Auf ihrer rechten Schulter lag eine alte Violine mit kunstvoll geschwungenen Konturen und der Geigenbogen entlockte den filigranen Seiden solch klare Töne wie aus einer anderen Welt. Es war kein fröhliches Stück, im Gegenteil. Sehnsucht lag darin. Doch nicht nur das. Irgendetwas bewegte es in mir. Es war für einen Menschen geschrieben, den man vermisste. Für den man alles geben würde. Doch trotzdem stand es außerhalb der eigenen Fähigkeiten, diesen Menschen in sein Leben zurückzuholen. Für einen Moment fühlte ich mich auf seltsame Weise mit dem Mädchen verbunden, das dort allein mit dem Rücken zu mir gewandt in dem düsteren Raum stand. Und ich konnte nichts anderes tun, als einfach dazustehen und zu warten, bis sie ihr Stück beendet hatte. Nachdem der Bogen seinen letzten Ton erzeugt hatte und das Mädchen die Violine singen ließ, herrschte für einige Augenblicke Stille in dem Zimmer, unterbrochen allein durch das Geräusch des Regens. Ich rang mit den Worten. Es war, als wäre mein Kopf mit einem Mal wie leergefegt. Es dauerte einen Moment, bis mir wieder einfiel, wie man spricht. Und ich stellte die erstbeste Frage, die mir in den Sinn kam. Was war das für ein Lied? Ich habe mir noch keinen Namen überlegt. Ich denke, es wird auch keinen bekommen. Immerhin hört es hier sowieso niemand. Sie zuckte leicht mit den Schultern und drehte sich zu mir um. Ihr Gesicht sah jünger aus, als ich erwartet hatte. Doch das war eines der Dinge, die mich noch am wenigsten irritierten. Ihre Haut schimmerte. Sie schien beinahe durchsichtig. Dazu ihre Haare, die immer noch wie schwerelos um ihren Kopf herumwaberten. Ihre Erscheinung verschlug mir den Atem. Es war wie damals, als ich zum ersten Mal dem Schneider in dem dunklen Keller begegnet bin. In solch einem Moment, wenn einem etwas so offensichtlich Übernatürliches direkt vor die Nase geworfen wird, stellt man sich folgende Fragen. Träume ich oder bin ich wach? Kann ich meinen Augen überhaupt noch trauen? Passiert das gerade wirklich? Doch in diesem Moment hinterfragte ich gar nichts mehr. Sie war da. Das musste genügen. Ich hatte begonnen, mich damit abzufinden, dass es offenbar Dinge gab, die wir nicht verstehen. Dinge, die unerklärlich scheinen und die im Schatten leben, wo man sie nicht finden kann. Doch manchmal finden sie uns. Also, wer oder was war sie? Doch ich hatte das Gefühl, dass ich auf diese Frage keine Antwort erhalten würde, also stellte ich die nächstliegende Frage, die mir in den Sinn kam. Hast du mir den Brief geschrieben? Ja, es war nicht ganz leicht, aber ich habe mittlerweile meine Tricks. Als sie sprach, fiel mir etwas sehr Eigenartiges auf. Etwas, zu dem kein lebender Mensch imstande sein sollte. Du, du, sprichst ja, ohne den Mund zu bewegen. Es war eine seltsame Feststellung, irgendwie kindisch. Das Mädchen zeigte mit dem Zeigefinger auf ihre geschlossenen Lippen. Schweigegebot, alberne, veraltete Hexerei. Es ist mir nicht gestattet, mit dir zu sprechen oder besser gesagt, mit irgendwem zu sprechen. Aber wie ich ja schon sagte, ich habe meine Tricks. Sonst wäre ich in diesem klotzigen Haus längst verrückt geworden. Hexerei? Hatte ich mich verhört oder hatte sie das gerade wirklich gesagt? Die Frau, oder besser gesagt das Mädchen, da ich ihr Alter kaum einschätzen konnte, legte die Geige mitsamt dem Bogen auf das dunkle Mahagoni-Holz des massiven Schreibtisches und kam auf mich zu. Ihre Haare bewegten sich hinter ihr her wie ein Schleier aus schwarzen Schatten. So unheimlich ihre Erscheinung auch war, sie wirkte vertraut, als wäre ich einer alten Bekannten begegnet. Komm, sagte sie und streckte die Hand aus. Ich zögerte einen Moment, bevor ich sie ergriff. Sie war eiskalt, wie die einer Toten. Bist du ein Geist oder so etwas? fragte ich, während sie begann, mich sanft durch die Tür des Büros hinter sich herzuziehen. Manchmal wünschte ich, ich wäre es. Aber dazu müsste ich ja erst einmal sterben, oder? Sie ließ ein leises Kichern hören, als sie das Fragezeichen bemerkte, das mitten in meinem Gesicht pranken musste. Ich erkläre es dir ein anderem Mal. Wir haben nicht viel Zeit. Sie zog mich hinaus auf den Korridor. Etwas überrumpelt von der Gesamtsituation folgte ich ihr. Seit wofür? Vor wem hattest du mich in der Bibliothek gewarnt? Wer bist du überhaupt? Das Mädchen blieb stehen und blickte mich an. Ihre grauen Augen starrten mir direkt in meine Seele. Zumindest fühlte es sich so an. Doch es war kein bedrohliches Gefühl. Eher ein Gefühl, als würde mich jemand anblicken, der mich bereits lange durch und durch kannte. Und dieser Eindruck bestärkte das Gefühl in mir, dieses Mädchen irgendwo, irgendwann schon einmal gesehen zu haben. Elijah, du weißt das alles eigentlich schon. Das Haus verschluckt Erinnerungen. Es ist kein gewöhnliches Haus. Ach, wirklich. Kein gewöhnliches Haus. Ja, wirklich. Und Zeit? Naja, damit meine ich Zeit, um den Fluch zu brechen, der auf dir liegt. Von was zu einem Fluch redest du denn? Ich habe überhaupt nichts von einem Fluch bemerkt. Ich spürte einen leichten Schmerz, der an meiner Schläfe zu pochen begann. Nicht schon wieder. Tut mir leid, aber dafür bleibt ebenfalls keine Zeit. Ich kann dich auf das, was gleich passiert, nicht vorbereiten. Du musst da alleine durch. Die geisterhafte Gestalt begann, anstalten zu machen, mich wieder durch den finsteren Flur zu ziehen. Wodurch? Siehst du gleich. Nein, hör mir jetzt mal zu. Grob riss ich meine Hand aus ihrem eiskalten Griff. Seit zwei Wochen plagen mich die seltsamsten Fragen und ich bekomme dieses Haus einfach nicht mehr aus meinem Kopf. Ich will einfach nur wissen, was hier los ist und was ich damit zu tun habe. Das Mädchen blickte mich an. Ihre Miene war unergründlich. Ich würde es dir erklären, aber... Und gleichzeitig ist es, als würde ich jede Art von Antworten einfach verweigern. Ich war in einer Bibliothek. Ich hatte ein Buch vor mir über Edward Gain, über dieses Haus und weißt du, was ich getan habe? Ich habe es abgelehnt. Einfach abgelehnt. Als würde mich die ganze Sache plötzlich nicht mehr interessieren. Als hätte ich auf einmal nichts mehr damit zu tun. Ich weiß im Nachhinein nicht mal, warum ich es abgelehnt habe. Es war, als hätte ich ein Ventil gefunden. Als könnte ich endlich all den angestauten Frust rauslassen. Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, dass meine Worte nicht bloß auf pures Unverständnis stießen, sondern Gehör bei jemandem fanden, der vielleicht sogar eine Ahnung davon hatte, was hier tatsächlich vor sich ging und wusste, wie beschissen ich mich innerlich fühlte. Ich wandte mich ab und begann im Flur auf und ab zu gehen, um meinem Ärger Luft zu machen, während ich mich in Rage redete. Und jetzt habe ich dich vor mir. Irgendein Geistermädchen, das behauptet, jemand hätte mich verflucht. Ein Märktun, das mir keine einzige Antwort auf meine Fragen gibt. Ich weiß nicht mal, ob du überhaupt existierst. Würde mich nicht wundern. Vielleicht bist du ja auch nur in meinem verdammten Kopf. Ich weiß überhaupt nicht, was ich noch glauben soll. Ich spreche gerade mit einem Geist und nehme es hin, als würde ich ein einfaches Pläusche mit dem verfickten Postboten halten. Ich habe das Gefühl, dass ich der Realität immer mehr entgleite, als würde ich meinen Verstand verlieren. Ich blieb stehen. Drecksgefühle. Ich wünschte, ich könnte sie alle abschalten, einfach den Kopf herunterfahren und nichts mehr denken. Ich habe eine Frau auf ekelöfte Weise sterben sehen. Ich habe jede Menge Leichen gesehen. Ich habe Kleider gesehen, die aus verdammter Menschenhaut genäht wurden. Ein Monster. Ich meine, ein echtes Monster, wie aus einem Horrorfilm. Dinge, die Menschen zerstören. Und was tue ich? Meine Augen wurden feucht. Ich, vollidiot, versuche auch noch all das einfach zu vergessen und mein, mein scheiß Leben zu leben. Aber was ist das bitte für ein Leben ohne meine Familie? Die Umarmung war eiskalt, doch sie tat gut. Ich konnte mich kaum daran erinnern, wann ich das letzte Mal so umarmt worden war. Das letzte Mal so verstanden worden war. Und ich spürte, wie ich sofort ruhiger wurde. In diesem Moment fiel etwas von mir ab. Etwas, was mich nun seit so vielen Jahren begleitete, seit meine Eltern gestorben waren. Es dauerte einen Moment, bis ich die Umarmung erwiderte. Vielleicht hatte sie das genauso sehr gebraucht wie ich. Immerhin wusste ich nichts über sie. Vielleicht verstanden wir einander mehr als ich dachte. Ich weiß, was du durchmachst. Ist so eine Sache mit Flüchen. Sie sind nicht so offensichtlich. Vielleicht kann ich dir das noch erklären. Langsam lösten wir die Umarmung. Mir kannst du jedenfalls vertrauen, fuhr sie fort. Ich will dir helfen. Ich muss dir helfen. Wir sitzen im selben Boot. In der Bibliothek habe ich dir ja schon gesagt, dass du meine letzte Hoffnung bist. Du wirst verstehen, was ich meine. Dann wies sie mit einer Kopfbewegung in Richtung des breiten Korridors mit den verstaubten, blütenförmigen Lampen an den Wänden und setzte sich langsam in Bewegung. Ich atmete einmal tief durch, wischte mir mit dem Ärmel übers Gesicht und folgte ihr. Irgendwie fühlte ich mich besser. Nicht gut, aber auf jeden Fall besser. Na dann, wie funktioniert denn ein Fluch? Jedenfalls nicht, wie es in Filmen gezeigt oder in Büchern erzählt wird. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass Geister wissen, was Filme sind? Natürlich weiß ich, was ein Film ist. Denkst du, ich bin von gestern? Ich habe dir doch schon gesagt, dass ich kein Geist bin. Ah, okay, tut mir leid. Ich weiß auch, was Vokuhila sind. Sie blickte mich an und erwartete offenbar meine Anerkennung. Das... ist toll. Danke. Jedenfalls wird man nicht einfach von dämonischen Wesen verfolgt, brabbelt komisches Zeug und wird allergisch gegen Pfeiwasser. Das Böse ist so viel mächtiger und gerissener, als du es dir vorstellen kannst. Was passiert da mit mir? Habe ich irgendwie einen Dämon oder so etwas? Nein, sie winkte ab. So etwas wie Dämonen gibt es nicht. Okay, hätte ja sein können. Mich wundert allmählich überhaupt nichts mehr. Flüche spielen mit unserem Verstand. Sie vermischen unsere Gedanken und Gefühle, pflanzen uns falsche Erinnerungen ein und füttern uns stückweise mit Lügen oder Wahrheiten, bis wir ein bestimmtes Ziel verfolgen. Flüche können uns dazu verleiten, Dinge zu stehlen, Menschen zu verraten oder uns an Orte zu locken, denen wir eigentlich fernbleiben wollen. sie können uns einsperren oder uns zu Monstern machen. Für einen Moment huschte ein Schatten über ihr Gesicht. Dieser verflüchtigte sich allerdings schnell wieder. Und wie kann man sie brechen? Gar nicht. Was? Naja, wenn man sie einfach brechen könnte, wären sie ja ziemlich nutzlos, oder? Aber hast du nicht gerade gesagt, dass... Ja, ich weiß, unterbrach sie mich. Ich... Ich habe mir etwas überlegt, damit könnte es klappen. Unter normalen Umständen ist es unmöglich, eine Flucht zu brechen. Vor allem nicht, wenn man mit so etwas nicht vertraut ist. Aber ich habe schließlich in all den Jahren, die ich nun hier eingesperrt bin, nicht bloß untätig herumgesessen. Eingesperrt? Sperrt dich Edward Gain hier ein? Wir sind da, sagte sie, statt auf meine Frage zu antworten. Sie blieb stehen und ich tat es ihr gleich. Uns gegenüber befand sich eine Tür, welche die anderen Türen überragte und durch schwere Stahlanker in der Wand gehalten wurde. Echt? Den Raum kenne ich, dahinter ist nichts. Und das war nicht gelogen. Ich kannte den Raum oder zumindest das, was davon übrig war. Jemand oder etwas hatte Boden, Wände und Decke aus dem Gebäude gebrochen wie aus einem Stück trockenen Schokokuchen. Richtig. Nichts und alles, sagte das Mädchen leise. Stirnrunzelnd blickte ich die Tür an. Dann fiel mir der Brief ein. Besuche mich dort, wo nichts ist und alles sein kann. Hier, genau hier, wo ich jetzt stand, hatte ich meine erste Vision gehabt. Gaines Stimme hatte Ellen und mich angeschrien, uns gesagt, dass wir verschwinden sollen. Oder nur mir? Ein unangenehmes Gefühl breitete sich in mir aus. Mir wurde unwohl bei dem Gedanken, wieder dort rein oder besser gesagt, dort raus zu gehen. Das Mädchen öffnete die Tür. Regen peitschte gegen die zertrümmerten Wände und der Wind heulte laut zwischen den zerbrochenen Balken hindurch. Geröll lag auf dem Gras viele Meter unter uns versteut. Warst du das? fragte ich. Nein. Was war es dann? Ich blickte das Mädchen an. Sie starrte gerade aus in die Finsternis. Ihre Augen waren geweitet. Sie schwieg. Hatte sie etwa Angst? Es kam noch er selbst, flüsterte sie. Was? Mit Mühe riss sie sich von dem Anblick los. Nichts. Tut mir leid. Alles in Ordnung? Ja. Naja, ich will dir nichts vormachen. Dies war einmal der Salon von Edward Gain. Er birgt Erinnerungen, die auch für mich nicht leicht zu verkraften sind. Besser gesagt, in diesem Haus regieren Kräfte, denen ich nicht einmal ansatzweise gewachsen bin. Deswegen brauche ich deine Hilfe. Ich runzelte die Stirn. Aber wie soll ich dir bei etwas helfen, dem nicht einmal du gewachsen bist? Sie blickte mich an, lange und durchdringend, als müsse sie ihre Worte zuerst ordnen, bevor sie aussprach. Du besitzt etwas, wovon sie nichts weiß. Mehr kann ich dir im Moment leider nicht sagen. Deine wichtigsten Antworten liegen erst einmal hinter dieser Tür. Am besten du beeilst dich. Wenn wir erwischt werden, kann ich nicht dafür garantieren, dass du heute Abend lebend wieder hier herauskommst. Was? Und das sagst du mir erst jetzt? Ach, das wird schon schief gehen. Ich hoffe nur, dass es funktioniert. Was versprichst du dir davon? Ich meine, dieser Raum ist doch völlig zerstört. Was soll ich denn dort finden? Der Raum verändert sich für diejenigen, die ihn allein betreten. Ach, und bevor ich es vergesse, das hier wollte ich dir geben. Sie kam einen Schritt auf mich zu und hielt mir etwas entgegen, was ich auf den ersten Blick nicht richtig deuten konnte. Es sah wie ein kleines schwarzes Kästchen aus. Erst als ich näher trat, erkannte ich, in dem eigenartigen Schimmer, der von dem Mädchen ausging, dass es sich um ein schwarzes Tonbandgerät handelte. Eine kleine weiße Kassette war in das Laufwerk eingelegt und unterhalb der Schaltfläche klebte ein schmaler Streifen Papier, auf dem mit Kugelschreiber der Name Abby Armstrong geschrieben stand. Ich runzelte die Stirn. Armstrong? Vermutlich ein Zufall, wenn auch ein seltsamer. Woher hast du das? fragte ich. Wer ist Abby? Du musst mir versprechen, dass du es dir von vorne bis hinten anhörst. Den ersten Teil der Botschaft hast du bereits bekommen. Der zweite Teil kommt am Ende. Was soll das denn wieder heißen? Versprich es mir. Okay, sagte ich und zuckte mit den Schultern. Dann verspreche ich es dir eben. Ich höre es mir komplett an. Ich wusste nicht, was ich von der ganzen Sache halten sollte. Von diesem Ort, von diesem Mädchen, das zunehmend wirres Zeug zu reden schien und mir keine einzige Antwort auf meine Fragen gab. Und von mir selbst. Ich brauchte Klarheit und ich wusste, dass ich sie hier finden würde. Daran hatte sich nach wie vor nichts geändert. Ich trat einen Schritt durch die Tür und stand wieder im Regen. Der Wind pfiff durch das zerklüftete Gebälk in meinen Ohren, als ich mich noch einmal zu dem Mädchen umdrehte. Verrätst du mir Erschläge des Gewitters. Doch ansonsten passierte nichts. Der Regen presselte mir auf den Kopf, die Sekunden verstrichen. Ich begann zu frieren. Ungeduldig trat ich von einem Fuß auf den anderen in Erwartung darin, dass irgendetwas geschah, dass sich die Umgebung verändern oder ich wieder eine Vision bekommen würde. Die Minuten verstrichen und irgendwann wurde mir die Sache zu albern. Ich drehte mich um und öffnete die Tür mit einem lauten Quietschen erneut. Clara, ich glaube, es hat nicht f... rief ich durch den tosenden Sturm, bevor ich mich unterbrach und die Tür erschrocken wieder zuschlug, als ich sah, wo ich mich befand. Mein Herz pochte augenblicklich bis zum Hals, als wolle es herausspringen. Was zur Hölle? Nein, das musste meine verdammte Einbildung gewesen sein. Das konnte doch nicht real sein. Nichts davon. Langsam ließ ich meine Hand wieder hinab zu der eisernen Klinke wandern, öffnete sie einen Spalt und flugte abermals hindurch. Tageslicht schien mir entgegen und ich kniff die Augen zusammen. Wo eben noch der düstere Korridor gewesen war, führte die Tür direkt hinaus auf die offene Straße einer Einzelhaussiedlung. Magnolien und kleine Tannen säumten die bewachsenen Vorgärten. Perplex blickte ich über die Schulter. Hinter mir tobte immer noch das Unwetter. Ich blickte wieder durch den Türspalt und hielt mir den Arm vor die Augen. Der Himmel war grau, die Szenerie seltsam Farb entsättigt. Die Sonne stand am Horizont unterhalb der tief hängenden Wolkendecke und zeichnete lange Schatten auf den Asphalt. Langsam wie in Trance trat ich durch die Tür ins Freie und begann mich ungläubig im Kreis zu drehen. Meine Schuhsäulen kratzten über den Boden, während mir ein eiskalter Schauer über den Rücken lief. Ich kannte diesen Ort. Ich befand mich mitten in einer kleinen Wohnsiedlung am Rande von Madison. Eine Wohnsiedlung, die so vertraut und gleichzeitig so fremd wirkte. Irgendetwas stimmte hier ganz und gar nicht. Die Umgebung war nicht dieselbe. Sie schien auf eigenartige Weise verzerrt. Die breite Straße erstreckte sich viel weiter in beide Richtungen, als ich es je in Erinnerung hatte. Der Himmel war zugezogen und es tröpfelte leicht. Die Dämmerung schien bereits hereingebrochen zu sein, doch in keinem der umliegenden Häuser brannte Licht. Ein seltsames Murmeln, aus dem keine erkennbaren Worte herauszuhören waren, lag in der Luft. Doch abgesehen davon war es völlig still. Kein Blatt bewegte sich im Wind. Kein Auto war zu hören. Ich spürte nicht den leisesten Luftzug auf der Haut. Die Atmosphäre jagte mir Angst ein, doch das war nichts gegen die Erinnerungen, die in mir aufkeimten. Ich sah die alte rote Schaukel schon von Weitem, die jedes Mal ein leises Quietschen von sich gab, immer wenn der Wind sie erfasste und leicht hin und her schwingen ließ. Auch heute, obwohl kein Wind wehte. Keine Menschenseele begegnete mir auf dem Weg, nicht einmal ein Vogel war zu hören, geschweige denn zu sehen. Während ich so die Straße entlang lief, versank die Sonne hinter den Baumwipfeln und es begann leicht zu schneien. Eigenartig für diese Jahreszeit. Der Frühling war bereits vor einer Woche hereingebrochen, doch hier war es kalt. Ich begann zu frösteln und zog den Mantel zu, der ohnehin bereits völlig durchnässt war. Der Garten meines Grandpas war völlig ausgetrocknet und wirkte so unwirklich zwischen den benachbarten Gärten, deren Besitzer scheinbar jeden Grashalm so säuberlich hegten und pflegten, dass es fast schon surreal aussah. In den Magnolien bildeten sich erste Knospen, die Rhododendron-Büsche reihten sich in beinahe manischer Ordnung entlang der Straße aneinander und trugen alle exakt dasselbe kräftige Dunkelgrün auf den Blättern, das allen Jahreszeiten trotzte und selbst im tiefsten Winter überdauerte. Dennoch war es seltsam, dass bis auf besagtes Gewächs und einige Nadelbäume alle anderen Pflanzen kahl waren und einen tiefen Winterschlaf zu halten schienen. Doch im Garten meines Grandpas war ausnahmslos alles kahl, tot und verdorrt. Selbst die immergrünen Gewächse schienen ihre Blätter zum Sterben fallen gelassen zu haben. Der Rasen war matschig und braun und hinter den hölzernen Sprossen Fenstern des kleinen Hauses herrschte Finsternis wie auch hinter denen der anderen. Während ich so vor dem Garten meines Grandpas stand, hob der Wind an und heulte seine unheilvollen Klagerufe durch die leeren Wipfel der Bäume. Ich wollte hier weg. Die übersteigerten Eindrücke dieser spielerisch wirkenden Szenerie beschworen ein äußerst unangenehmes Gefühl in mir herauf. Nie wieder war ich an diesen Ort zurückgekehrt. Und das hatte ich auch nicht vorgehabt. Niemals. Was sollte ich hier schon noch finden? Dann fiel mir etwas ein, was mich erschaudern ließ. Eigentlich hätte das Haus längst fort sein müssen. Eigentlich hätte es längst abgerissen sein müssen. Wieso war es noch hier? Und warum war es Winter? Der Schneefall verstärkte sich. Dicke, nasse Flocken sammelten sich in meinen Haaren, auf meinen Schneekugel. Langsam öffnete ich das Gartentörchen und zuckte zusammen, als ich zu meiner Rechten ein durchdringendes Kichern vernahm. Ungläubig blickte ich dem kleinen Jungen nach, der von der eben noch leeren Schaukel sprang, lachend am Haus vorbeilief und in den Garten aus meinem Blickfeld verschwand. Seine Erscheinung war so geisthaft, dass mein Herz für einen Schlag aussetzte. Der Junge war blond, genau wie ich, und die grüne Winterjacke kam mir unangenehm bekannt vor. Sein Lachen hallte nach, ebenso schwebte seine Erscheinung noch einige Sekunden als blasser Schleier über dem vertrockneten Rasen, bevor sie verschwand. Hey! rief ich ihm hinterher, doch er hielt keine Reaktion. Ich versuchte, einen klaren Gedanken zu fassen, was sich als schwieriger erwies als gedacht. Ich fühlte mich seltsam leer, als wäre ich nicht vollständig an diesem Ort, als wäre ich nur ein Teil von mir, genauso wie das hier nur ein Teil der Realität zu sein schien. Die Realität, so wie sie ein Kind malen würde, wie sie einer Fantasie entspringen würde. Und abermals fragte ich mich, wie alt Clara war, fragte ich gewesen sein musste, als sie begann, diese Welt zu erschaffen. Es fühlte sich an, als würde mich etwas wie eine Puppe durch diesen toten Garten steuern, auf die Tür des kleinen Hauses zu. Wie in Trance streckte ich meine Hand aus und griff nach dem Türknauf. Ich erinnerte mich noch, wie ich letzte Woche vor dem Polizeipräsidium überlegt hatte, wann ich ihn zuletzt besucht worden waren. Manchmal verdrängt der Verstand die Dinger, die er nicht ertragen kann, so gründlich, dass es erst eine Reise durch Raum und Zeit benötigt, um sie erneut in unser Gedächtnis zu rufen. Wie viele von uns wohl vergessen haben, was uns zu dem gemacht hat, wer wir sind? Ich atmete tief durch, drehte am Knauf und trat ein. Drückende Stille dröhnte in der stickigen Luft und kroch in meine Ohren wie ein hungriges Insekt. Draußen rüttelte der Wind jetzt an den klapprigen Fensterläden und pfiff im morschen Gebälk über meinem Kopf und unter meinen Füßen, die die Dielen bei jedem Schritt knarzen ließen, wie alte Knochen. Immer noch glomm rote Glut in dem kleinen Kamin an der Wand, dessen Öffnung von Ruß geschwärzten Wackersteinen umsäumt wurde. Langsam drehte ich mich um die eigene Achse, um das vertraute Zimmer weiter in Augenschein zu nehmen. Die kleine Küche mit den vergilbten dunkelgrünen Kacheln, Oskars Körbchen neben der offenen Feuerstelle, dessen Innereien an mehreren Stellen herausquollen, an denen der alte Labrador mit den Zernen genagt hatte. Ich konnte mich kaum erinnern, wann ich das letzte Mal hier gewesen war. Das muss Jahre her gewesen sein. Und tief in meinem Inneren wusste ich, dass es für diesen Gedanken längst zu spät war. Das Haus war leer, genau wie die zwei Haken über dem Kamin, zwischen denen einmal Grandpas Repetiergewehr gehangen hatte. Gut gepflegt und glänzend. Er hatte es besser gehütet als ein verbliebenes rechtes Auge. Mein Magen zog sich zusammen. Er hätte es niemals grundlos abgenommen. Wie auf eine Eingebung hörte ich hinter mir ein Klappern. Ein paar nasse Zeitungen segelten durch den kleinen Raum, als der Wind die Hintertür abermals aufstieß. Eine der Zeitungen landete beinahe direkt vor meinen Füßen. Die Überschrift verkündete in großen verwaschenen Lettern Einwohner von Wisconsin Madison und Umgebung verschwinden weiterhin spurlos. Ich stutzte und bückte mich nach dem Stück Papier. Das Datum, das in die rechte obere Ecke gedruckt war, publizierte den 25. Dezember 1983. Ich zog die Brauen zusammen. Die Zeitung war nicht alt, das Papier war etwas feucht, aber sauber. Die Buchstaben kräftig und nicht über die Jahre ausgeblichen. 1983. Der Schnee, die kahlen Bäume, die Kälte. Also war ich tatsächlich nicht mehr in der Gegenwart. Ich schüllte den Kopf, fragte mich aber nichts mehr. Diese Zeiten waren offensichtlich vorbei. Ich ließ den Blick über die Seite zurück zu dem Artikel schweifen und begann zu lesen. Die Behörden Madisons zeigen sich zunehmend ratlos angesichts der Tatsache, dass innerhalb 100 Einwohner, darunter ganz Familien mit Kindern, aus Madison und den umliegenden Ortschaften wie Fitchburg und Middleton spurlos verschwunden sind. Vorerst geschah dies unauffällig. Es dauerte beinahe ein Jahr bis nicht Zahlungen von ausstehenden Rechnungen sowie zunehmend überwucherte Gärten und langsam verfallende Gebäude mitten in belebten Wohngebieten die Aufmerksamkeit von Ortsansässigen und somit auch die der Polizei auf sich zogen. Bei genaueren Untersuchungen schien es stets, als hätten besagte Einwohner lediglich ihre Wohnsitze verlassen, um spontanen Verabredungen nachzukommen, zu Arbeit oder zu Arztterminen zu fahren, doch ohne jemals zurückzukehren. Zweifellos eine bizarre Situation, doch als wäre dies nicht genug, wurde über den gesamten Zeitraum, der bis dato über ein Jahr betrug, keine einzige Vermisstenanzeige auf- oder abgegeben. Dieser Zustand besteht bis heute, obwohl die Zahl der Verschwundenen immer weiter ansteigt. Die Liste der Vermissten führt mittlerweile eine erschreckende Summe von 72 Namen. Die Dunkelziffer wird bereits jetzt auf über 100 geschätzt. Bei Befragungen von Angehörigen darüber, was mit ihren Geliebten, Verwandten, Freunden oder lediglich Bekannten passiert sei, äußern sich diese offenkundig über Geschehnisse, die alle einem ähnlichen Muster zu folgen scheinen. Häufig werden plötzliche Todesursachen für das Verschwinden der Vermissten verantwortlich gemacht. Vorneweg Herzinfarkte, Schlaganfälle, sowie schwere Autounfälle, bei denen befragte Angehörige teilweise sogar selbst der festen Überzeugung sind, selbst dabei oder als Augenzeugen in der Nähe gewesen zu sein. Eigenartig ist jedoch, dass zu diesen Todesfällen weder Autopsie noch Unfallberichte vorliegen. Die Polizei steht vor einem Rätsel und sieht sich nun gezwungen, die Unterstützung von Psychologen und Psychologinnen zur Befragung von Augenzeugen heranzuziehen, da mehr und mehr der Eindruck entsteht, dass ausnahmslos keiner der 72 beschriebenen Todesfälle, von welchen Angehörige voller Überzeugung und teilweise mit Tränen in den Augen berichten, jemand stattgefunden hat. Eine beunruhigende Tatsache, die getrost als zunehmend unheimlich beschrieben werden kann. Sämtliche Spekulationen stehen zurzeit im Raum, am lautesten die Theorie über organisierte Massenselbstmorde in einem westlich von Madison gelegenen Waldstück. Auf Anordnung des leitenden Beamten Officer Michael Armstrong wird im Laufe der nächsten Woche das FBI den Fall übernehmen. Ein Beitrag von Wisconsin State Journals USA, verfasst durch Pressesprecher Scott Parker. Mein Magen krampfte sich zusammen. Langsam ließ sich den Zeitungsartikel sinken. Bizarre Todesfälle, die nachweislich nie stattgefunden hatten. Der Autounfall war das etwa. Gedankenfetzen fuhren Karussell in meinem Kopf, so schnell, dass mir schwindelig wurde. Diesmal zog ich zusammen, als die Tür durch den Sturm, der mittlerweile draußen tobte, abermals aufgestoßen und gegen die Wand dahinter geschleudert wurde. So heftig, dass das Glas zersplitterte und sich auf dem blutroten Teppichboden verteilte. Langsam ging ich auf die Tür zu, die jetzt bloß noch als leerer Rahmen halbherzig in den Angeln hängen. Ich zog ihn beiseite und setzte einen Fuß ins Freie. Sofort fuhr mir der Wind in die Kleider und Schneeflocken streiften meine Haut und sammelten sich auf meinem Mantel. Die Straßenlaternen hinter den kahlen Hecken leuchteten matt durch das Schneegestöber und der Sturm ließ die Äste der alten Eiche am Ende des Gartens ausgelassen umher tanzen und dann sah ich sie. Eine Gestalt schemenhaft zusammengekauert zwischen den Wurzeln an den dicken Baumstamm gelehnt. Eine ungute Vorahnung stieg in mir auf, als mir die leeren Haken über dem Kamin einfielen. Oskar? Keine Antwort. Die Gestalt regte sich nicht und je näher ich kam, desto mehr stellte ich mit Erschrecken fest, dass es sich bei der Gestalt keineswegs um einen schlafenden Hund handelte, wie ich still zu hoffen gewagt hatte. Ich strich mir die nassen Haare von der Stirn. Nein, kein Hund. Ein Mensch, unverkennbar. Ein eisiger Schauer, der weder durch den Regen noch den kalten Wind ausgelöst wurde, lief mir den Rücken hinab, als ich in der Nähe des alten Baumes in die Hocke ging, um die Gestalt besser in Augenschein nehmen zu können. Grandpa? In diesem Moment trat ich auf etwas Hartes am Boden. Ich blickte zu meinen Füßen und sah einen länglichen, dunklen Gegenstand, der halb verdeckt unter der weißen Schneedecke lag, die sich allmählich über dem schlammigen Rasen bildete. Ich ging in die Hocke, griff danach und fühlte Metall, kühles Metall, das sich so vertraut anfühlte wie die Hand eines alten Freundes. Es war eine Taschenlampe, meine Taschenlampe, die Taschenlampe, die mich seit meinem ersten Abend in diesem Haus begleitet hatte. Warum lag sie hier? Er hatte sie mir doch geschenkt, oder etwa nicht? Ich holte tief Luft, knipste sie an, richtete sie auf die Gestalt am Boden und sah mit schreck geweihteten Augen, wie sich mein Verdacht, den ich soeben bereits halblaut geäußert hatte, bewahrheitete. Meine Augen starrten direkt in die meines Grandpas. In seinem Mund steckte der schimmernde Lauf des alten Repetierkarabiners. Die leblosen Finger, die vom Frost bis längst schwarz waren, klammerten sich immer noch um den silbernen Abzug. Am Baumstamm der Eiche klebte Unmengen von Blut und im weißhaarigen Hinterkopf des Alten klaffte eine riesige Wunde. Ich schrie auf, taumelte erschrocken ein paar Schritte rückwärts, verlor das Gleichgewicht und fiel rücklinks in den Matsch. Mein Herz pochte bis zum Hals. Mir wurde übel. Nein, das war nicht real, das konnte einfach nicht real sein. Ich presste mir die Hand auf den Mund und spürte, wie sich meine Augen mit Tränen füllten. Mein Steißbein schmerzte von dem Aufprall, doch ich spürte es kaum. Eine Belanglosigkeit neben den Erinnerungen, die tröpfchenweise in meinen Verstand traten. Ich erinnerte mich an den Tag, an dem ich mir geschworen hatte, nicht mehr in das Haus meines Grandpas zurückzukehren. Ich hatte nie danach gefragt, warum er es getan Es war der 25. Dezember 1983, ein Tag nach Weihnachten, an welchem sich mein Grandpa in seinem Garten erschossen hatte. Genau ein Jahr, nachdem meine Eltern gestorben waren und derselbe Tag, an dem Edward Gain in seinem Haus verhaftet wurde. Ich wischte mir mit dem Ärmel über die Augen. Es dauerte einige Minuten, bis ich mich wieder beruhigt hatte. Ich wollte nur noch weg von hier. Gerade als ich mich aufrappeln und diesem gottverlassenen Ort den Rücken kehren wollte, schlich sich eine Frage in meinen Verstand. Wo wollte ich hin? Wen hatte ich denn noch? Ich hielt inne und drehte mich erneut zu der Leiche um. Es fiel mir schwer ihn anzusehen. Ich konnte meine Gefühle kaum ordnen. Eine Mischung aus Wut und verzweifelter Hoffnungslosigkeit. Wut darüber, dass er mich zurückgelassen hatte. Verzweiflung, weil ich begriff, dass selbst der letzte Rest von dem, was ich einmal meine Familie genannt hatte, fort war. Aber was sollte mir dieses Wissen bringen? Wieso zeigst du mir das? Fragte ich leise in den tosenden Wind hinein, doch ich bekam keine Antwort. Ich blickte mich um. In einiger Entfernung lag die Lampe, die ich bei meinem Sturz fallen gelassen hatte und ließ die Schneedecke gelblich glühen. Ich stapfte hinüber, hob sie auf und beleuchtete den Schauplatz erneut. Blut, es war überall. Ich spürte die Übelkeit in meinen Magenrumoren. Und dann fiel mir auf einmal etwas auf. Ein kleiner, rechteckiger Gegenstand lag halbverschneit neben meinem Grandpa im Schnee. Ich hätte ihn sicher übersehen, hätte die nasse Oberfläche nicht so eigenartig im Licht meiner Taschenlampe geglänzt. Langsam ging ich darauf zu, bückte mich danach und ertastete etwas Hartes. Keine Pappe oder Papier, wie ich es vor einem Moment angenommen hatte. Ich hielt ein kleines weiß lackiertes Stück Holz in den Händen, dass ich mein Grandpa um den Hals die andere Seite schien sich bereits gelöst zu haben. Langsam drehte ich das Schild in den Händen. An der Vorderseite klebte immer noch Blut, das der nasse Schnee offenbar noch nicht fortgewaschen hatte. Ein Knacken über mir, der Wind zerrte unheilvoll an den dicken Ästen der Eiche. Der Sturm wurde immer schlimmer. Das Schneegestöber war mittlerweile so heftig, dass ich beiseite hob die Taschenlampe und versuchte die Buchstaben zu entziffern, die die alten vom Kriegszittern geplagten Hände mit dicker schwarzer Farbe auf den weißen Lack gepinselt hatten. Mein Magen krampfte sich zusammen, als all meine Ängste, Vorahnungen und Befürchtungen der vergangenen Wochen, Monate und Jahre mit einem Mal klar vor mir schwarz auf weiß geschrieben standen. Edward Gain hat mein Kind getötet. Die Worte halten in meinem Kopf nach, als hätte sie jemand in die Nacht hinaus geschrien. Meine Grandma war bereits lange tot. Zusammen mit meinem Grandpa hatten die beiden nur ein einziges Kind gehabt. Und dieses Kind war meine Mutter. Ed Gain hat meine Mutter getötet. Ed Gain hat meine Eltern getötet. Ich kann kaum sagen, wie lange ich dort im Schnee gestanden haben musste. Vielleicht Minuten, vielleicht Stunden, Wochen, Monate, während die Erinnerungen langsam, Stück für Stück, in meinen Verstand tröpfelten. Es gab keinen Unfall. Es hatte nie einen Unfall gegeben. Alles nur eine Lüge. Ein Fluch, dem ich nicht als Einziger zum Opfer gefallen war. Da war sie, direkt vor mir, die Verbindung, nach der ich so lange gesucht hatte. War es das wirklich wert gewesen? Meine Eltern ermordet von Ed Gain? Dem Schneider? Dem Monster von Madison? Ich spielte die Worte meinem Kopf rauf und runter, doch irgendwie erzielten sie nicht die Wirkung, mit der ich gerechnet hatte. Es fühlte sich an, als würde ich auf einem Zähnstück Fleisch herumkauen. Ich spürte, wie etwas Wärmes die rechte Seite meines Halses hinab lief. Langsam fasste ich mir an die Stelle und blickte anschließend hinab auf meine Finger. Blut. Mein rechtes Ohr fühlte sich seltsam taub an. Ein Nebeneffekt der Zeitreise? Mit leerem Blick folgte ich der roten Flüssigkeit mit den Augen und sah zu, wie sie zwischen meinen Fingern hindurch lief. In diesem Moment fiel mir die eigenartige Reaktion des Officers ein, als ich ihn gefragt hatte, wer die Polizei damals auf die Spur von Edward Gain geführt hatte. Ich ließ meine Hand sinken. Jemand musste den Schuss gehört und die Polizei gerufen haben. Aber warum hatte mir der Fluch bei ihm etwa nicht gewirkt oder wurde er absichtlich aufgehoben, ähnlich wie bei mir? Und wichtiger, wieso hatte er es mir verschwiegen? Und wieder hatte ich tausend Fragen, zu denen die Antworten abermals ungreifbar schienen. Ein Geräusch hinter mir ließ mich aufblicken. Ein eigenartiges Knirschen. Ein Knirschen, wie es nur von frisch gefallenem Schnee ausgehen konnte. Das Knirschen war abgehackt und hob sich deutlich vom Geräusch des Windes ab, der durch die Äste pfiff. Schritte! Ich fuhr herum und leuchtete hektisch mit der Taschenlampe im Garten umher. Es dauerte einige Minuten, bis ich den Ursprung des Geräusches wahrnahm und die Gestalt sah, die einige Meter entfernt im weißen Schnee stand. Das heftige Schneetreiben verschleierte meine Sicht und trotzdem konnte ich erkennen, dass es sich um eine Person handeln musste, eine offenbar weibliche Person. Die langen Haare wirbelten im tosenden Wind umher. Sie schien etwas kleiner als ich und schien die Arme um ihren Körper geschlungen zu haben. Ich zog die braun zusammen und ging einige Schritte auf sie zu. Elijah? Mein Herz rutschte mir augenblicklich in den Magen hinab. Ich kannte diese Stimme. Das konnte rief ich und blieb angespannt stehen. Meine Zähne klopperten. Ob der Angst oder der Kälte wegen konnte ich kaum sagen. Elijah, mir ist so kalt. Mein Herz begann wie wild zu klopfen. Mom, sagte ich tonlos, ohne mir sicher zu sein, ob ich meinen eigenen Worten überhaupt glauben konnte. Ich wurde verrückt. Ich wurde mit Sicherheit verrückt. Elijah, wo bist du? Ich kann schwenken, hielt mir den Arm vor die Augen, um sie gegen den starken Schneefall abzuschirmen und ging ein paar Schritte auf die Gestalt zu. Mom, was machst du hier? Als ich sie klar erkennen konnte, wäre ich im nächsten Moment beinahe in Ohnmacht gefallen. Ich hatte angenommen, dass sie nackt war oder sehr enge blassrote Kleidung trug. Doch das, was ich jetzt sah, bis heute bin ich mir sicher, dass das, was dort im Schnee auf mich gewartet hatte, nicht meine Mutter war. Sie war ihr zwar in Größe und Statur vollkommen gleich, und die zerzausten Haare, die wie trockenes Gras aus ihrem Schädelsprossen, hatten die gleiche Farbe wie meine. Doch in einem Punkt unterschied sich die Gestalt vor mir gänzlich von ihr und jedem anderen menschlichen Wesen. Sie besaß keine Haut. Rötlich spannten sich trockene Muskelstränge über weiße Knochen. Die leeren Augenhüllen starrten ziellos umher und die hautlosen Füße hinterließen lange blutige Fußspuren im frischen Schnee. Ihr Gesicht war ausdruckslos und der lippenlose Mund, in welchem man deutlich zwei Reihen ungewöhnlich langer und spitzer Zähne erkennen konnte, war und wurde von einer breiten gespaltenen Zunge ergänzt, die sich langsam daraus hervorschob. Sie hatte die Arme vor der Brust verschränkt und schien damit zu versuchen, ihren Körper vor der beißenden Kälte zu schützen und obwohl sie so entstellt war, erschien sie mir schrecklich vertraut. Hilf mir, mir ist so kalt, zischelte sie erneut, während das blutrünstige Gebiss unruhig in die kalte Luft schnappte. Ich spürte, wie die Übelkeit erneut meine Speiseröhre hinauf kroch, während ich einfach nur völlig entgeistert dastand. Erst als sich weitere schemenhafte Gestalten aus der Dunkelheit schoben und einen allgemeinen Chor aus Klagerufen bildeten, fing mein Körper wieder an zu arbeiten und ich taumelte rückwärts, den eiskalten Schock tief in den Gliedern, während die Gestalten einen mich zu kommen, die Zähne gebleckt und die entstellten Gesichter zu geifernden Fratzen verzerrt. Mom, was ist mit dir passiert? Meine Stimme klang beinahe wie die eines verängstigten Kindes. Wo warst du Angst? Ich bin es doch, Kind. Ich bin es, zischte die Frau. Fürchte dich nicht. Ich will dich nur umarmen, Kind. Ich will dir nichts Böses. Ich will nur deine warme Haut berühren. Gierig streckte sie die blutigen Hände nach mir aus, während die Gestalten im Hintergrund langsam und mit hohler Monotonie in ihren zischelnden Sing-Sang mit einstimmten. Ich spürte, wie Panik in mir aufflammte. Clara! rief ich in den Sturm hinein, während die Gestalten begannen, ihren Kreis immer enger um mich zu schnüren. Ohne sie aus den taumelte ich rückwärts in Richtung der alten Eiche. Clara! Was soll das? Schreckliche Gedanken schlichen sich in meinen Verstand. Wie hatte ich ihr nur so blind vertrauen können? Wenn Clara das Böse war, war ich verloren. Aus dieser Simulation konnte ich nicht entkommen, nicht auf eigene Faust. Sie kann dich nicht hören. Der Schreck fuhr mir so heftig in die Glieder, dass ich einen spitzen Schrei ausstieß, von dem ich nicht gedacht hätte, dass ich für einen solchen überhaupt in der Lage gewesen wäre. Ich fuhr herum und sah mit Schrecken, wie mich das tote, ausgezerrte Gesicht meines Grandpas anstarrte. Die Augen lagen tief in ihren Höhlen und der weiße Bart war eisverkrustet. Doch er starrte mich an und dann öffneten sich die spröden Lippen erneut und pressten abermals Worte hervor mit einer Stimme, die nicht klang wie die eines Lebenden. Du gehörst jetzt mir. Das alte Gesicht verzog sich zu einem furchtbaren Grinsen und entblößte die gelben Zähne, die der Schuss zuvor hatte, zersplittern lassen wie morsches Holz. Zitternd taumelte ich rückwärts. Was passierte hier? Ich bekam kaum Luft, die Angst schnürte mir den Hals zu. Wie einen Schutztalismann hielt ich die Taschenlampe vor mich, während ich immer mehr Augenpaare zählte, die sich aus der Dunkelheit schälten. Immer weiter wich ich vor dem Schauplatz zurück, während die Hautlosen, ein Name, den ich ähnlich wie den des Schneiders als äußerst passend empfinde, immer näher kamen. In diesem Moment packte mich eine unnatürlich kräftige Hand von hinten am Arm. Ich schrie erschrocken auf und fuhr so weit war es gekommen. Ich hätte getötet, ohne zu zögern. Clara, rief ich. Ihre Erscheinung ließ die tanzenden Schneeflocken um sie herum leuchten, als würde uns ein Schwarm aus tausenden Glühwürmchen umschwirren. Doch ihre Aufmerksamkeit schien mir bloß am Rande zu gelten. Sie starrte entsetzt hinüber zu dem grotesken Schauspiel, das sich unterhalb der alten Eiche abspielte. Leuchte dorthin, sie hassen das Licht, rief sie und schüttelte mich kräftig. Ich richtete den Schein meiner Lampe wieder auf die Eiche. Von den Hautlosen mussten mittlerweile ein Dutzender der Zahl sein. Das konnte sie doch nicht geahnt haben, sagte Clara, doch es schien nicht, als wolle sie mich an diesem Monolog beteiligen. Kannst du irgendwas tun? fragte ich, doch Clara schüttelte den Kopf. Nein, hauchte sie und ich hörte die Angst in ihrer Stimme so deutlich wie meine eigene. Mit Schrecken beobachteten wir, wie sich die Leiche meines Grandpas mit seltsamen abgehackten Bewegungen aufrichtete und die erfrorenen Finger ausstreckte. Ein Ruf laut wie ein Donnerschlag heilte durch die stürmische Nacht. Bringt mir sein Fleisch, zieht ihm die Haut ab, frisst meine Kinder, frisst und dann hob ein Sturm aus gequälten Schreien und Fuß getrampelt im knirschenden Schnee an, das mir schlagartig das Blut in den Adern zu rotem Eis gefrieren ließ. Ich hörte nur noch Claras Schrei hinter mir. Scheiße, lauf, lauf! Scheiß drauf. Ich drehte mich um und rannte, rannte, wie ich noch nie in meinem Leben gerannt war. Ich hörte die Schreie der Hautlosen, ihre nackten Füße im Schnee. Blindlings stürzte ich durch den Garten auf das kleine Haus zu. Ich wusste nicht wohin. Ich wusste nur eins. Ich würde rennen, bis meine Lungen platzten. Ich würde nicht aufgeben. Ich wollte nicht werden wie sie. Auf keinen Fall. Der Wind rauschte in meinen Ohren und das Wehklagen hinter mir wurde immer lauter, hob zu einem fürchterlichen Geschrei an. Panik und Adrenalin trieben mich vorwärts. Da war die Tür. Ohne sie zu öffnen, kletterte ich durch das zerstörte Glas. Ich spürte, wie meine Hand durch einen hervorstehenden Splitter längswärts aufgeschlitzt wurde. Ich blickte kurz hinab. Blut lief über meine Finger und meinen Handrücken. Für einen Moment drehte ich mich um und leuchtete hinüber zu meinen Verfolgern, die alle gleichzeitig versuchten, knapp nach mir durch die enge Türöffnung zu kommen, völlig gleich, ob ihre Körper durch die großen Splitter, die aus dem Rahmen raken, auf haarsträubende Weise verstümmelt wurden. Ein Knäuel aus Knochen und blutigen Muskelfasern drückte sich langsam in den kleinen Raum hinein. Dürre Hände, die nach mir griffen, gequälte Schreie, Dutzende Arme, die nach mir ausgestreckt wurden, schmerzverzerrte Gesichter, leere Augenhüllen. Blut lief über den gleichfarbigen Teppich. Dann hörte ich Hände, die gegen die Außenwände trommelten, das Splitter von Glas und sah, wie sich weitere Arme durch die zerstörten Fensterscheiben reckten. Hörte Fußschritte auf dem Dach. Das gesamte Haus umfing ein Chor aus Stimmen, die hysterisch um Einlass flehten. Sie waren überall und es konnte sich bloß noch um Sekunden handeln, bis die Ersten hier drin waren. Ich blickte mich hektisch um. Wo war Clara? Egal. Geistesgegenwärtig stürzte ich hinüber zur Diele. Ohne lange nachzudenken, riss ich die Haustür auf und blickte in vollkommene Schwärze. Ich hob die Taschenlampe, doch der Lichtkegel wurde einfach verschluckt, als wenn die Dunkelheit kein Ende hätte. Ich zögerte, drehte mich um und sah, wie die ersten Hautlosen zappelnd und mit zerfleischten Gliedmaßen auf dem Fußboden landeten. Auch durch die Fenster hatten die Ersten ihren Weg ins Innere gefunden und fixierten mich mit unruhig zuckenden, leeren Blicken. Ich drehte mich um und fragte mich, was schlimmer sein könnte, als lebendig gehäutet zu werden. Ich spürte, wie die Adern an meinen Schläfen pulsierten, holte tief Luft und als ich die ersten, schnellen Schritte auf den Dielen hinter mir wahrnahm und spürte, wie mich nasse Hände am Hals und den Armen zu packen versuchten, riss ich mich los und sprang hinab in die endlose Finsternis. Elijah! Ich konnte nicht zuordnen, aus welcher Richtung ihre Stimme kam. Vielleicht war sie auch nur in meinem Kopf, während ich langsam ins Nichts abdriftete. Clara, wo bist du? Was passiert hier? rief ich völlig außer Atem in die Dunkelheit. Sie hat meine Sequenz durchbrochen, antwortete eine matte, brüchige Stimme. Sie weiß, dass du hier bist. Wir sind verloren. Ich drehte mich herum, ohne Boden unter den Füßen zu spüren, und suchte die Dunkelheit ab. Clara saß einige Meter entfernt, wie auf einem Boden aus schwarzem Nichts, und ihr Leuchten war vollkommen erloschen. Trotzdem konnte ich sie klar erkennen. Sie sah anders aus, müde und abgekämpft. Tiefe Ringe zeichneten sich unter ihren Augen ab. Ihre Haare hingen in verfilzten Strähnen herab, und ihre Haut war fahl, wie die einer Toten. Clara, sagte ich und ging auf sie zu, als würde ich mich über dichten Rauch bewegen. Bei ihr angekommen, kniete ich mich hin und legte ihr eine Hand auf die Schulter. Was ist mit dir? Geht es dir gut? Ich weiß es nicht mehr. Ihre Stimme war kaum noch mehr als ein Flüstern. Was weißt du nicht mehr? Wie ist das? Was? Wie ist das, wenn es einem gut geht? Sie blickte auf und es fuhr mir eiskalt den Rücken hinab, als ich die Leere in ihrem Blick bemerkte. Und außerdem bemerkte ich, dass ich auf die Frage keine Antwort hatte. Ich weiß es auch nicht. Du weißt es auch nicht? Sie ließ den Blick sinken. All die Jahre. Und es war alles umsonst. Ich hatte dir so viel mehr zeigen wollen. Du hast mir genug gezeigt, murmelte ich. Ich habe es irgendwie schon immer gewusst. Irgendwie war die Erinnerung immer da, aber überschattet. Jetzt verstehe ich endlich, was mich mit diesem Ort verbindet. Clara schüllte den Kopf. Ich wollte, dass du mehr siehst. Dass du alles verstehst, was hier vor sich geht. Weißt du, Gain ist nicht, er ist nicht das, wofür du, er hat meine Eltern getötet, unterbrach ich sie. Das hat er. Aber da ist noch so viel, was du nicht weißt. Was muss ich mehr wissen? Er hat meine Eltern getötet. Er hat so viel getötet. Dafür kann es keine Entschuldigung geben. Für einen Moment herrschte Stille. Du hast recht. Dafür kann es keine Entschuldigung geben. In Claras Worten schwang so vieles mit, was ich nicht verstand. Für einen Moment schwiegen wir beide. Was wird jetzt passieren? Wo sind wir hier? Fragte ich schließlich. Ich weiß es nicht. Ich war noch nie hier. Aber egal, was du tust. Traue ihr nicht. Ihr. Ein namenloser Schatten. Wer ist sie? Von wem sprichst du? Kannst du es mir nicht sagen? Ich wünschte. Aber ich kenne ihren Namen nicht. Es gibt so vieles an diesem verfluchten Haus, dass ich es selbst nicht verstehe. Dann kam der Aufprall. Ich kniff vor Schmerz die Augen zusammen, als ich plötzlich mit harten Holzdielen kollidierte. Mein Kopf dröhnte, als hätte ihn jemand mit einem Vorschlaghammer bearbeitet. Ich hörte dumpfe Stimmen um mich herum. Langsam rappelte ich mich auf. Mein ganzer Körper schmerzte. Und mir war immer noch übel. Und wenn er fragt? Gehen Sie nicht weiter darauf ein. Der Junge hat genug durchgemacht. Sobald er aufwacht, werde ich ihn betreuen. Wie soll ich das machen? Ich kann ihn doch nicht einfach anlügen. Immerhin geht es hier um seine Familie. Auf einmal war ich hellwach und sprang auf. Alan? Was machst du denn hier? Ich spürte, wie mir die Selbstüberschätzung augenblicklich auf die Füße fiel. Mein Körper heftig zu protestieren begann und ich mich auf einem der Sessel abstützen musste. Moment. Sessel? Ich blickte mich um. Clara war verschwunden. Der Raum war abgedunkelt. Lediglich eine kleine Lampe auf einem niedrigen Couchtisch erhellte drei Sessel, die einander gegenüber aufgestellt waren. In jedem von ihnen saß eine Person. Das schummrige Licht reichte kaum aus, um ihre Gesichter erkennen zu lassen. Meine Aufmerksamkeit lag jedoch auf dem Jungen, der gerade gesprochen hatte. Alans Stimme war so markant wie eh und je. Doch schien er auf meinen Rufen keinerlei Reaktion zu zeigen. Alan? Hey, bist du taub? Ich streckte meine Hand aus und begann damit vor seinem Gesicht, das eigenartig verjüngt aussah, herumzuwedeln. Mir wurde mitgeteilt, dass sie und Mr. Davis sich sehr nahestehen. Ja, das kann man so sagen. Wir sind befreundet, kennen uns aus der Schule und wollen beide Literatur studieren. Ich stutzte. Es schien tatsächlich, als würde keine der drei anwesenden Personen auch nur eine Notiz davon nehmen, dass ich direkt neben ihnen stand. Ich besah mir die anderen beiden Gesichter. Vor Kopf saß ein hagerer Mann, etwa 50, den ich als Dr. Richfield erkannte. Was, bitte, hatte mein Psychologe an einem Ort wie diesem zu suchen? Langsam ging ich um den Tisch herum. Immer noch schien niemand bemerkt zu haben, dass ich dort war. Die dritte Person hatte sich in ihrem Sessel zurückgelehnt. Ihr Gesicht lag im Schatten und war nicht zu erkennen. Ich halte es für das Richtige, wenn sie über all das, was wir hier besprechen, Stillschweigen bewahren. Edward Gain wurde gestern Abend in seinem Haus verhaftet. Der junge Mr. Davis war ebenfalls dort. Aber genau wie bei den anderen auch, scheint er keinerlei Erinnerung an das zu haben, was tatsächlich in dem Haus vorgefallen war. Er glaubt an einen Autounfall. Wir wollen sicherstellen, dass das so bleibt. Langsam, aber sicher begriff ich, was hier vor sich ging. Ich war immer noch in der Simulation. Weder Alan noch Mr. Richfield waren tatsächlich hier in diesem Haus. All das war Vergangenheit. Genau wie der Selbstmord meines Grandpas. Aber was hatte Alan bei Dr. Richfield zu suchen? Mein Blick wanderte zurück zu Alan und ich ließ das, was Mr. Richfield gerade gesagt hatte, im Kopf noch einmal Revue passieren. Was tatsächlich in dem Haus vorgefallen war. Er glaubt an einen Unfall. Mir wurde eiskalt, als mir die Erkenntnis wie Schuppen von den Augen fiel. Du hast es gewusst, hörte ich mich flüstern. Ein flaues Kribbeln breitete sich in meinem gesamten Körper aus, bis in die Fingerspitzen. Nein, nein, das konnte nicht wahr sein. Das konnte einfach nicht wahr sein. Alan vergob das Gesicht in den Händen und atmete tief durch. Was soll ich tun? Der Doktor drehte sich zur Seite und grabte für einen Moment in einer flachen Aktentasche umher. Dann zog er eine Mappe hervor, öffnete sie und reichte Alan ein Dokument. Was ist das? Fragte Alan und hob den Kopf. Eine eidesstaatliche Erklärung. Schon einmal davon gehört? Nein. Wenn sie hier ihre Unterschrift setzen. Sein Finger hackte auf eine Linie auf der Unterseite des Papiers ein. Dann verpflichten sie sich verbindlich, über das wahre Schicksal aller Opfer und natürlich Mr. Davis, stillschweigend zu bewahren. Alan lachte. Es war ein ungläubiges Lachen, beinahe höhnisch. Na klar. Und wenn ich dagegen verstoße? Der Verstoß kann hohe Geld summen, wenn nicht sogar mehrere Jahre Haft nach sich ziehen. Deswegen ist eine eidesstaatliche Erklärung verbindlich. Und wenn ich nicht unterschreiben will? Elijah gehört immerhin zu meinen besten Freunden. Ich kann ihn doch nicht einfach für immer anlügen. Zum ersten Mal schaltete sich die dritte Person dazwischen. Sie missverstehen uns, Mr. Green. Auch die Stimme war mir bekannt. Und als ich die Person, die eben gesprochen hatte, nach vorne ins Licht lehnte, bestätigten das runde Gesicht und der Walross-Schnauzer meinen Verdacht. Officer Armstrong hatte die Ellenbogen auf die Knie gestützt und blickte Alan mit seinen wässrigen Augen unverwandt an. Niemand hier zwingt sie etwas zu unterschreiben, was sie nicht unterschreiben wollen. Es ist ihre Entscheidung, ob sie Mr. Davis über das, was seiner Familienwahrheit zugestoßen ist, informieren oder nicht. Wir jedoch arbeiten mit Psychologen wie Mr. Richfield hier gemeinsam an den Fall und halten es alle für das Beste, die Opfer in dem Glauben zu lassen, ihre Angehörigen seien auf natürliche Weise gestorben. Woher auch immer diese Geschichten kommen, sie alle glauben fest daran. Gut gesagt, Officer, pflichtete Mr. Richfield bei. Mr. Gain war zweifellos ein furchtbarer Mensch, falls man ihn überhaupt noch als menschlich bezeichnen kann. Die Dinge, die Mr. Davis gesehen haben muss, müssen unvorstellbar schlimm gewesen sein. Es würde ihm nicht helfen, sich wieder daran zu erinnern und alles noch einmal zu durchleben. Es ist besser so, wie es jetzt ist. Alan nickte langsam und zog das Stück Papier zu sich herüber. Der Officer reichte ihm einen blauen Kugelschreiber. Alan nahm ihn entgegen und setzte ihn über die Linie auf der Unterseite des Papiers. Dann hielt er inne. Und was, wenn er eines Tages von selbst drauf kommt? Was genau meinen Sie? fragte der Psychologe. Naja, was, wenn es ihm von allein wieder einfällt? Alles. Oder was, wenn er eines Tages auf das Haus stößt? Was tue ich dann? Sie tun, als wüssten Sie von nichts. Die grauen Augen des Psychologen durchbohrten Alan regelrecht. Sollte er das Haus irgendwann finden, aus welchem Grund auch immer, wird es vermutlich bereits völlig verfallen sein. Selbst wenn er hineingehen will, wird er nichts vorfinden. Also spielen Sie einfach mit. Aber dazu wird es nicht kommen. Ich werde Mr. Davis nicht verschreiben, grundlos durch die Wälder von Wisconsin zu marschieren, um seiner Vergangenheit auf den Grund zu gehen. Er schmunzelte. Die Wahrscheinlichkeit, dass er zufällig auf dieses Haus stößt, ist praktisch gleich null. Ich zog die Brauen zusammen. Mr. Richfield war es doch selbst gewesen, der mir diese Nachtspaziergänge empfohlen hatte. Oder etwa nicht? Alan schien in Gedanken versunken. Den Stift Millimeter über dem Papier. Ich spürte, dass ich zitterte. Tu es nicht. Tu es bitte nicht. Doch ich wusste bereits, dass er es getan haben musste. Er blickte ein letztes Mal auf, sah den Officer und den Psychologen abwechselnd an. Diese schenken ihm jeweils ein aufmunterndes Nicken. Und das ist auch wirklich das Beste für ihn, eine Lüge zu leben. Es mag sich falsch anfühlen, Mr. Green. Aber ich gebe Ihnen Brief und Siegel darauf, dass es das Beste für ihn ist. Manchmal kann eine Lüge sehr heilsam sein. Und das hier ist solch ein Fall. Ein stechender Schmerz in meiner Brust verriet mir, dass ich aufgehört hatte zu atmen. Heftig zog ich die stickige Luft in die Lungen. Heiße Tränen stiegen mir in die Augen, als ich sah, wie Ellen den Stift langsam auf das Papier setzte und unterschrieb. Siehst du, wie sie dich betrogen haben? Siehst du, wie sie dich belogen haben? Allesamt? All die Jahre. Nichts als Lügen. Nichts als Lügen. Nichts als Lügen. goof- 1954. Siehst du,. Und nicht als Lügen. Ich geh das στην Lon?. Aber wenn Sie beingでした. Nachts im Wald mit nichts als einer Polaroid-Kamera in der Hand Ungünstig ist es, zurückgelassen auf einer Lichtung zu sich kommen zu müssen. Noch viel ungünstiger ist es, nach dem Aufwachen feststellen zu müssen, vollkommen vom Wald umringt zu sein. Dazu mitten in der Nacht. Mit verbrauchtem Handyakku und nicht mehr Wissen, wo der Weg ist, auf den man hergekommen ist. Rupert steckt noch im halbschläfrigen Zustand, als er diese Tatsache realisiert. Er verzieht das Gesicht und greift nach seiner Brille, die bis eben neben ihm im nächtlichen Gras gelegen hat. Rupert muss sich erst einmal an den Kopf fassen, sich etwas die Schläfen reiben. Es ist ein leichtes Stechen, das zumindest etwas nachzulassen scheint. Je mehr es nachlässt, desto mehr wandelt sich Ruperts gekrümmte Sitzhaltung zu einer mehr aufgerichteten, während er gleichzeitig hin und her schaut. Rupert zieht unbewusst das Beine was an sich und während er das tut, stößt er versehentlich eine der leeren Bierdosen um, die ein Troll oder er selbst an sein zuvor schlafendes Bein gelehnt haben muss. Mit dem typisch klirrenden Geräusch rollt die leere Dose der längst erloschenen Feuerstelle entgegen. Die Dose verweist auf die vielen anderen leeren Bierdosen, die sich überall auf der Wiese verstreut haben und sich mit mehrfachem Funkeln zu Wort melden. Nur noch der Steinkreis ist von der Feuerstelle übrig und auch sonst scheint nur wenig ersichtlich, da der helle Tag längst vom Schattenschlund der schwarzen Nacht verschlungen worden ist. So wie immer, nachdem die letzten Sonnenstrahlen den Hügel passiert und sich verabschiedet haben, wie es der tägliche Zyklus verlangt. Einzig ein paar Lücken in den dunklen Wolken lassen etwas Mondlicht hindurch, was sich jedoch nicht wirklich als großartig unterstützenswert erweist. Wisst ihr, dieser Ort hat bis vor wenigen Stunden noch als Katalysator der guten Stimmung und des sommernächtlichen Saufgelages herhalten müssen. Sowohl Rupert als auch seine Freunde haben es ordentlich krachen lassen. Oder zumindest Freunde in Anführungszeichen. Denn nicht einer ist anscheinend auf die glorreiche Idee gekommen, den großbebrillten Rupert aufzuwecken oder wenigstens Bescheid zu geben, dass sie wieder abziehen. Nicht mal ein Anstupsen. Sie dachten wohl, er solle erstmal den Rausch ausgiebig ausschlafen. Rupert schaut auf den inzwischen ausgegangenen Bildschirm seines Handys. Es gibt keinen Mucks mehr von sich. Darum steckt er es wieder weg. Er bemerkt ein leichtes Gewicht um seinen Nacken. Er tastet an sich runter. Es ist der Polaroid-Fotoapparat mit Sofortdruck. Der Fotoapparat, der so gut wie immer um seinen Hals hängt und an einem Lederband befestigt ist. Wobei ihm sein Hobby gleich auf wieder in den Sinn kommt. Die Fotografie. Egal wo er sich befindet, alles Mögliche will er immer im Fotoformat festgehalten wissen. Schon seit Kindertagen war Rupert so. Seinen ersten Fotoapparat hatte er damals mit acht bekommen. Es war die alte Kamera seines Vaters gewesen, die er damals zum Geburtstag geschenkt bekam. Sein Vater arbeitet als Zeitungsfotograf. Über diese Verknüpfung hinweg hatte der kleine Rupert als Kind schon genau gewusst, dass auch er eines Tages Journal-Fotograf werden und seine Schnappschüsse in den Tageszeitungen wissen wollte. Später einmal den Beruf mit dem Hobby verbinden zu können, das er so sehr liebt, war schon immer sein Traum gewesen. Und seine Fotos in den Ausgaben der Schülerzeitung können sich stets sehen lassen. Die meisten zumindest. Auch vom Äußeren her mit seiner übergroßen Hornbrille und dem blonden, ordentlich gescheitelten Haar passt er perfekt in das Bild des nerdigen Fotografen. Er ist fast schon ein Klischee auf zwei Beinen. Aus diesen abschweifenden Gedanken taucht Rupert wieder auf, vom Grundalter Erinnerungen, und ist als nächstes damit beschäftigt, seine mystische Lage einzuschätzen. Er schaut über die verlassene kleine Lichtung, deren erstreckte Größe sich durch das Glitzern der vielen Bierdosen vage andeuten lässt, sich allerdings nicht als sonderlich groß herausstellt. Der düstere Wald scheint die Lichtung wie ein Kranz einzukesseln. Und ihm graut vor der Vorstellung, den fast schon in Schwärze getauchten und bedrohlich wirkenden Wald durchqueren zu müssen, um zurück auf den Wanderpfad zu gelangen, der aus dem Wald führt. Rupert hat kein sonderlich gutes Gefühl bei der Sache. Er ist sich nicht sicher, ob sein Vorhaben wirklich eine gute Idee ist, sich allein durch den Wald bei Nacht schlagen zu wollen. Doch es hilft alles nichts. Auf keinen Fall möchte er die Nacht hier verbringen, nur um auf den Sonnenaufgang zu warten. Er möchte sich sofort auf den Weg nach Hause begeben. Damit hat er einen Entschluss gefasst. Er setzt den ersten Fuß ins nächtliche Dickicht und verschwindet zwischen den Bäumen, verschwindet im Sumpf der Düsternis. Das permanente Knacken alter Äste unter seinen Schuhen ist bis jetzt der stetige Begleiter seines Voranschreitens und Vorantastens im Dunkeln. Dabei pausiert er immer wieder, um ein Bild in der Dunkelheit zu schießen. Denn das Blitzlicht des Fotoapparats ist aktuell die einzige Möglichkeit, Rupert mehr oder weniger für den Bruchteil einer Sekunde Licht zu spenden. Dies sorgt für ein wenig Orientierung und er weiß, wo er ungefähr langläuft. Dadurch kann er bei jedem Schnappschuss den momentanen sowie kommenden Standpunkt ausmachen. Diese Idee ist Rupert vorhin gekommen, als er Pro und Contra für das Durchwandern des Waldes abgewogen hat. Der Apparat spuckt Bild für Bild aus. Rupert steckt sie sich allesamt in die Bauchtasche. Er sieht es nicht ein, sie einfach auf dem Boden liegen zu lassen, da später eventuell ein paar interessante Motive dabei sein könnten. Das Ganze funktioniert einigermaßen gut. Stück für Stück bat er sich seinen Weg durch Stickicht, in der Hoffnung auf den Wanderpfad zurückzustoßen, der aus dem Wald führen würde, wo er sein Moped abgestellt hat. Dann würde er in die beleuchtete Kleinstadt fahren, zurück nach Hause. Eine Weile irrt Rupert umher. Und als er nach 30 Minuten den Waldpfad immer noch nicht erblickt bzw. erblitzt hat, wird ihm so langsam klar, er hat sich rigoros verirrt. Ein Seufzen durchzieht das viele Laub und Geäst. Rupert muss erst einmal tief durchatmen. Ein plötzliches Knacken von links lässt ihn zum einen aufblicken und zum anderen reflexartig ein rasches Foto machen. Ein Foto von der Richtung, aus der das Geräusch ertönte. Doch da es dort nichts Auffälliges zu sehen gibt, tut Rupert es schließlich nur als marodes Holz ab, das auf natürliche Weise von selbst geknackt haben muss. Er geht weiter. Auch wenn ihm dabei so langsam ein wenig mulmig zumute wird. Aus der Ferne betrachtet wirkt das Blitzen so, als ob sich flackernde Lichtimpulse durch den Wald ziehen würden. Für jemand anderen sieht es vielleicht auch einfach nur aus, als verfolge der aufdringliche Paparazzi gerade den Superstar durch den Wald bei Nacht. Rupert irrt weiter umher, wird dabei immer gereizter, immer unsicherer. Und er zuckt zusammen, als ein gemeiner Vogel in den gährenden Schattenwild flattert. Immer wieder knackt es hier und da untermalt von den vielen Tiergeräuschen der Nacht, die wie ein Radiosender auf Dauerschleife ertönen. Manchmal knackt es auch im Gebüsch, zur rechten oder zur linken Seite. Gleichzeitig wird Rupert zunehmend das Gefühl, nicht bloß beobachtet oder verfolgt zu werden. Wenn auch nur von den Augen der am Blatt kriechenden Schnecke, der vorbeihuschenden Waldmaus oder der anmutige Nachtäule, die den Kopf dreht. Blitz. Dunkel. 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 Blitz. Fratze. Rupert weicht sichtlich erschrocken zurück. Dabei entgleitet ihm nicht nur die Kamera wie eine glitschige Forelle aus der Hand, auch stolpert er und fällt auf den Hintern. Sein Puls ist so hoch wie lange nicht. An die Existenz von Geistern oder Monstern glaubt er zwar nicht, das hat er nie. Gerade eben allerdings hat er sich zu Tode erschrocken. Er rafft sich wieder auf und schießt direkt ein Foto von besagter Richtung. Rupert atmet erleichtert auf, denn nach dem zweiten prüfenden Kamerablitz stellt sich heraus, dass es sich bei der Fratze in Wahrheit nur um die gesichtsgroße Kerbe in einer alten, wohl von Käfern befallenen Birke handelt, die so eine surreale Form angenommen hat. Rupert geht daran vorbei, als ob nichts gewesen wäre. Er hat nun eine finstere Fläche erreicht, bei der die Bäume und Zweige im größeren Abstand zueinander stehen. Es folgt Blitz für Blitz, Foto für Foto. Das Motiv ist immer ein ähnliches. Immer handelt es sich um eine Birke mit anderen Birken daneben, auf wucherndem Boden, im Hintergrund die pechschwarze Dunkelheit. Gerade eben hat er mit dem blitzenden Apparat ein davonhuschendes Eichhörnchen zufällig erwischt. Rupert hat allerdings kaum noch genügend Nerven und Kraft, um sich darüber zu freuen. Auch die Beine werden langsam schwer. Als besonders sportlicher Typ hat er sich nie entpuppt, er galt immer als Technikfreak. Langsam aber sicher jedenfalls kommen bei ihm erste Zweifel auf, ob die Entscheidung, sich allein durch den Wald bei dunkler Nacht zu schlagen, die richtige gewesen ist. Denn der Waldpfad, von dem aus die Gruppe Jugendlicher vor etwa sieben Stunden querfeldein abgebogen ist, um zur Lichtung zu gelangen, wo die Party stieg, ist immer noch nirgends zu sehen. Ob Einbildung oder nicht, ist unklar, doch Rupert fühlt sich zunehmend verfolgt. Ihn überkommt ein immer stärkeres Gefühl des Unwohlseins. Er blitzt jetzt auch hier und da mal hinter sich, auch wenn sich dabei nichts Verdächtiges bemerkbar macht. Nachdem ein weiterer Ast knackt, diesmal lauter als all die vorherigen, beginnt Rupert sein Durchwandern zu beschleunigen, was ihn nun so viele Fotos schießen lässt, dass er gezwungenermaßen nun doch einige davon zurücklässt, die rotierend zu Boden gleiten. Rupert dreht sich um die eigene Achse, schaut dabei in jede Blickrichtung, blitzt dabei in jeden Schatten. Er hechelt, röchelt, sein Puls rast und auf einmal beginnt ein bitterböses Lachen durch den ganzen Wald zu schallen. Rupert hat nun aufgehört mit dem Blitzen, stattdessen rennt er jetzt einfach geradeaus, geradewegs durch die Dunkelheit. Er rennt und rennt, wie von der Tarantel gestochen. Einige Kratzer und Schürfungen zieht er sich dabei an Armen, Beinen als auch dem Gesicht zu. Der am Gurt baumelnde Fotoapparat schlägt während des Laufens immer wieder an seine Brust, als wollte dieser böswillig auf Rupert einhaken. Rupert möchte nur noch so schnell wie möglich aus den Fängen dieser irren Vegetation entkommen, die dämonisch nach ihm zu greifen scheint. Er rennt und rennt und kann es nicht glauben, auf was er eben gestoßen ist, nachdem er aus dem Gebüsch hervorspringt. Rupert torkelt langsam nach vorn, mit großen Augen und offenem Mund. Ein riesiger Stein fällt ihm vom Herzen, denn er ist soeben auf den ursprünglichen Wanderpfad gestoßen, der ihn aus diesem scheiß Wald führen kann. Endlich hat er ihn gefunden. Aus dem Gefühlshoch heraus möchte Rupert ein Foto schießen. Er bemerkt dabei allerdings, dass ihm das Fotopapier ausgegangen ist. Daher lässt er es sein. Er läuft nun einfach geradeaus den Weg entlang. Er kann, während er das tut, die Pfad einigermaßen gut erkennen, da über ihn keine weiteren Baumkronen den Nachthimmel verdecken. Irgendwann meint Rupert, sich an dieses Stück des Naturpfads erinnern zu können. Weitere fünf Minuten vergehen, ehe er sich am Ende des Waldwegs so etwas wie ein Tunnelausgang andeutet und dieser Rupert zuwinkt. Was für ihn nur die Erlösung bedeuten kann. Abermals beschleunigt er seinen Gang. Dabei ist er natürlich immer noch vorsichtig. Auch er hat einige Horrorfilme gesehen und weiß natürlich genau, dass der Antagonist immer dann ein allerletztes Mal zuschlägt, wenn dieser besiegt geglaubt ist und der letzte Überlebende dem Fehlglauben unterliegt, nun entkommen zu sein. Letztlich folgt immer die allerletzte Aktion des Monsters aus der vorherigen, trügerischen Sicherheit. Ob dieser typische Twist im Horrorfilm auch irgendeinen fachlichen Begriff hat? Vermutlich schon. Doch wie bereits erwähnt, an so etwas zu glauben ist für ihn zu albern. Vielmehr fühlt sich Rupert nur noch befreit von der ganzen Tortur. Endlich würde er heimkehren. Er würde sich in sein warmes Bett begeben und sich von den Strapazen erholen können. Auch wenn ihm die Oberschenkel schmerzen wie nie. Letztlich hat er sich bis zu seinem Moped schleppen können, welches auf dem Parkplatz am Waldzugang auf ihn wartet. Nahe der bewucherten Ecke, um genau zu sein. Er setzt den Helm auf, betätigt die Zündung und macht sich über die Bundesstraße auf in Richtung Kleinstadt, an deren Rand er seit er denken kann schon wohnt. Vor etwa zehn Minuten ist Rupert zu Hause angekommen. Alle Lichter in der Wohnung sind aus. Seine Eltern müssen demnach längst schlafen, was wenig verwunderlich ist bei der Uhrzeit. Rupert hingegen bleibt noch etwas wach. Er hat sich noch einmal an den Schreibtisch gesetzt mit angeknipstem Licht und durchstöbert seine gemachten Fotos. Dabei das vorderste Bild immer an hinterster Stelle schiebend. Rupert wollte noch einen Blick darauf werfen und sehen, was die Ausbeute so hergibt, bevor er schlafen geht. Jedoch scheinen keine sonderlich interessanten Motive dabei zu sein. Bei den meisten handelt es sich lediglich um eine überkontrastierte, wackelige Aufnahme, auf der sich grelles Unterholz von nachtschwarzem Hintergrund abhebt. Die interessantesten Motive, auf die er stößt, sozusagen die Gewinner unter den Verlierern, zeigen das vorbeihuschende Eichhörnchen oder eine interessante Blüte auf einem der vielen dahin vegetierenden Äste. Ganz zu schweigen von der Fratze in jener alten Birke, die ihn so erschreckt hat. Den einen Stapel hat er durch. Er schiebt ihn zur Seite, um Platz zu schaffen, denn Rupert möchte sich noch die Fotos von der Waldparty anschauen. Die Fotos, die er vor seinem Trip durchs Unterholz geschossen hat. Dazu neigt er sich auf dem Stuhl etwas zur Seite, um sich die Fotos aus der Hosentasche zu ziehen. Er legt sie unter die Lampe. Seine Mundwinkel ziehen sich nach oben und bilden ein Lächeln, während er die Schnappschüsse noch einmal betrachtet, auf denen Rupert zusammen mit seinen Freunden abgebildet ist. Auf den ersten Abbildungen ist beispielsweise zu sehen, wie sie allesamt um das Lagerfeuer sitzen und in bester Stimmung Bier weiterreichen. Oder es handelt sich um Fotos, auf denen sie vereinzelt abgeknipst worden sind, mit zusammengekniffenen Augen und einem Grinsen über beide Ohren. Die Bilder sagen aus, wie schön das Beisammensein doch sein kann. Rupert blättert weiter. Und ganz subtil scheint eine Veränderung in der Aussagekraft der Schnappschüsse stattzufinden. Zwischen der guten Laune und dem Herumalbern beginnt langsam eine beklemmende Gewissheit in den Gesichtern heranzukeimen, die sich in einer gewissen Skepsis und leichten Verwirrung widerspiegelt. Er blättert weiter. Die Skepsis wandelt sich zu Unsicherheit. Die Unsicherheit verwandelt sich in reine Panik, die daraufhin alle, bis auf Rupert, der ein kleines Fläschchen in den Händen hält, die Flucht ergreifen lässt. Schon die nächsten Bilder verdeutlichen jedoch, dass sie nicht sonderlich weit gekommen sind. Noch auf der Lichtung kommen allesamt ins Straucheln und fallen um wie die Fliegen. Rupert ist der einzig übrig gebliebene. Und die nächsten Bilder? Ja, die sind sogar noch aussagekräftiger als alle bisherigen. Auf einem Foto posiert Rupert für ein Selfie mit Guido. Dieser liegt im Hintergrund blutüberströmend auf der Wiese. Ein großes Messer steckt in dessen Brust. Auf einem anderen Foto hat Rupert um Mia kumpelhaft den Arm gelegt. Dabei hängt ihr Kopf leblos zur Seite. Eine todbringende, mit blutbehaftete Wunde zeichnet sich an ihrer Schläfe ab. Auf einem weiteren Foto, diesmal aus der Froschperspektive, beugt sich Rupert über Max, grinst und hält dabei den Daumen nach oben zu einer spaßigen Geste, während Max am Holztisch sitzt und sein Oberkörper leblos auf der Tischplatte liegt. Auf dem nächsten Foto hält Rupert einen abgehackten Arm in den Händen und winkt mit diesem im Selfie-Winkel in die Kamera. Es handelt sich wohl um den Arm von Tom. Der alberne Plastikring aus dem alten Kaugummi-Automaten belegt es. Dieser steckt nach wie vor an Toms Finger. Ein weiteres Foto zeigt Rupert, wie er mit gelangweilter Mimik auf dem Rücken der tot im Gras liegenden Ann-Kathrin sitzt. Dabei stützt er sein Kinn auf einer Faust ab, was an eine denkerische Pose erinnert. Wieder ein anderes Foto zeigt Rupert, wie er gerade neben Gustav sitzt. Auch dessen Brust ist mit einem Messer gespickt worden. Auf dessen weißem Hemd kann ein sich ausdehnender Blutfleck betrachtet werden. Gustav und Rupert lehnen entspannt an der Holzbank. Beide halten eine Bierflasche in ihren Händen. Der eine tot, der andere lebendig. Rupert schiebt das letzte Bild nach vorne. Es handelt sich um eine Art Gruppenfoto, wieder aus dem Selfie-Winkel geschossen, auf dem er alle zu einem Haufen zusammengepfercht und schön hergerichtet hat. Rupert streicht mit der Fingerspitze über das Gruppenfoto, betrachtet es für den Moment und beginnt heiter zu grinsen. Denn dieses besondere Foto wird wohl für immer einen Platz in seinem Herzen finden können, Dieses Foto zeigt, wie schön ein Abend doch sein kann. Und alle haben ihn sichtlich genossen, einschließlich Rupert. Er bereut es, keineswegs hingegangen zu sein, trotz all der Strapazen, die danach folgen. Er ist nun fertig mit dem Betrachten aller Bilder. Er legt sie beiseite. Er verstaut sie direkt neben dem manipulierten Artikel der Schülerzeitung, auf dem Rupert nackt zu sehen ist, von oben bis unten mit Tinte beschmiert und wie er sich im Duschraum auf dem Boden zusammenkauert. Auch ein paar blaue Flecken sind auf der Aufnahme zu sehen. Letztlich schaltet er das Licht aus und geht schlafen. Einmal muss er noch schmunzeln, ehe es ihn in den Schlummer zieht. Denn egal, was ihm zustieß, ob von Mitschüler mit Seife und Tinte gefüllter Socken verprügelt zu werden, welche ihn später als Wiedergutmachung auf Anregung weltfremder Lehrkräfte zur Party auf der Lichtung eingeladen hatten, oder sich durchs Unterholz bei dunkelster Nacht mit Hilfe von Blitzfotografie zu schlagen, es waren stets urkomische und seltsame Situationen, in die er doch immer wieder geriet. Dies kam ihm schon im Wald kurzerhand in den Sinn. Dieser Gedanke war auch der Grund gewesen, weshalb er mitten im Wald einfach so lauthals zu lachen begonnen hatte. Zuvor, als er sich noch durch den Wald schlug, mit nichts als dem Polaroid-Fotoapparat mit Sofortdruck in den Händen. Sofortdruck in den Händen Gefangen im Hochhaus Fenster Wenigstens Fenster hätte die Wohnung haben sollen. Aber das einzige Licht, das seine Wohnküche erhellte, kam von den nackten Glühbiernen an der Decke. Immerhin schienen sie einfach nicht auszugehen, auch wenn sie schon seit unzähligen Tagen brannten. Es waren keine von diesen modernen LED-Lampen, nicht einmal Energiesparlampen oder Halogenlampen. Es waren die guten alten Glühbiernen und damit richtige Stromfresser, auch wenn das für Michael keine wirkliche Bedeutung hatte. Er brauchte keine Stromrechnung mehr zu bezahlen. Eigentlich wurden diese Glühlampen nicht mehr hergestellt. Das hatte er über den Fernseher erfahren. Es war ein altes Gerät aus den frühen 80er Jahren. Schwer und mit schlechter Bildqualität. Aber immerhin eine Stunde am Tag konnte er dort Nachrichten sehen. Es war seine einzige Verbindung zur Außenwelt. Ein anderes Programm gab es nicht. Das heißt, manchmal doch. Hin und wieder sah er düstere Schwarz-Weiß-Bilder wie von einer Überwachungskamera. Darauf waren dürre, hästliche, lippenlose Wesen mit strähnigen Haaren zu sehen, die vor schimmligen und verfallenen Wänden umherkrochen. Die Geräusche in der Nacht hatten ihn zu dem Schluss gebracht, dass sie sich ganz in der Nähe befinden mussten. Die Wesen taten dabei nichts Besonderes, außer herumzukriechen und zu laufen und gelegentlich direkt in die Kamera zu sehen. Das aber waren die grauenhaftesten Momente eines jeden seiner Tage. An den Anblick der herumkriechenden Kreaturen hätte er sich gewöhnen können. Nicht sofort, aber 35 Jahre waren eine lange Zeit. Aber an diese Augen und diese Gesichter würde er sich nie gewöhnen. Dieses Kunststück würde schlichtweg niemand fertigbringen. Sie sahen fast aus wie Menschen, aber doch auch wieder nicht mit ihrer bleichen, pergamentartigen Haut, den dunklen, großen Augen und den spitzen, dürren Gesichtern. Er wollte wegschauen, aber so schrecklich die Bilder auch waren, sie waren besser als der ewig gleiche Anblick der kahlen, dreckigen Wände seines Zimmers. Jede Nacht, wenn er das Kratzen, Wispern, Röcheln von jenseits der Wände hörte, hatte er Angst, dass sie irgendwann zu ihm kommen würden. Dass er diese grauenhaften Gesichter aus nächster Nähe sehen und, schlimmer noch, fühlen und riechen musste. Aus irgendeinem Grund war er sich sicher, dass sie einen ekelhaften Geruch verbreiten würden. Sie hatten etwas an sich in ihren Bewegungen und ihren Gesichtern, das ihm beinahe das Gefühl gab, ihre Ausdünstungen durch den Monitor hindurch riechen zu können. So beängstigend dieser Gedanke auch war, noch schlimmer war das alte Gesicht, das ihn jeden Morgen im Badezimmerspiegel erwartete. Er konnte es immer noch nicht als sein eigenes akzeptieren. Er war erst 20 Jahre alt gewesen, als er diese Wohnung besichtigt hatte. Er war durch eine Zeitungsanzeige darauf aufmerksam geworden und auch, wenn sie sich in einem recht heruntergekommenen Hochhaus befunden hatte, war sie dafür ausgesprochen günstig gewesen und er hatte damals unbedingt von seinen Eltern wegziehen wollen, auf eigenen Füßen stehen, eine eigene Zukunft aufbauen. Wie so oft in all den Jahren fragte er sich, was aus seinen Eltern geworden war. Womöglich waren sie inzwischen tot. Mit Sicherheit aber waren sie alt und er würde sie nicht mehr als die Personen erkennen, die sie einst waren. Er war ihr einziges Kind gewesen, aber inzwischen würden sie nur noch selten an ihn denken, wenn sie überhaupt noch lebten. Seine Freunde von damals würden ihn dagegen sicher längst vergessen haben. Sie hatten ihr Leben gelebt, hatten sich verliebt, Karriere gemacht, Partys gefeiert, ihre Hobbys gepflegt, Reisen unternommen, Freundschaften geknüpft und all das gemacht, was ein erfülltes Leben ausmachte. Er dagegen sah seine Jahre einsam und ereignislos an sich vorüberziehen, ohne dass etwas passierte, was sich nicht auf dem Bildschirm dieses verdammten Fernsehers abspielte. Immer wieder hatte er sich gewünscht, an diesem Tag nicht zu dieser verfluchten Wohnungsbesichtigung gegangen zu sein, aber so etwas wie eine Zeitmaschine gab es leider nicht und so ließ sich auch nichts daran ändern, dass ihn seine Füße an diesem sonnigen Augusttag vor 35 Jahren in sein künftiges Gefängnis geführt hatten. Der Mann, der ihm die Wohnung gezeigt hatte, war ein hässlicher, unsympathischer Kerl gewesen, der auch ein wenig verrückt gewirkt hatte. Aber dennoch hatte Michael die Bruchbude inspiziert. Nachdem er sich das fleckige, angeschimmelte Sofa, das dreckige Badezimmer und die unhygienische Küche angesehen hatte, hatte er angewidert verschwinden und sich nach etwas anderem umsehen wollen. Als er sich aber umgedreht hatte, war der Mann verschwunden und die Tür war verschlossen gewesen. Zuerst hatte er nach ihm gerufen, dann geschrien. Aber selbst nach mehreren Stunden hatte niemand auf seine Rufe reagiert. Auch seine Versuche, die Tür zu zerstören, waren zwecklos gewesen. Er hatte es zwar geschafft, sie zu beschädigen, aber alle Schäden, die er angerichtet hatte, waren kurz darauf wieder verschwunden. Irgendwann war er erschöpft eingeschlafen, bis er in der Nacht vom Flackern des Fernsehers geweckt worden war. In dieser Nacht hatte er zum ersten Mal diese grauen, erregenden Wesen gesehen. Am nächsten Morgen war er nicht nur schweißgebadet, sondern auch durstig und hungrig erwacht. Da er ohne Nahrung und Wasser nicht die Kraft gehabt hätte, sich weiter an der Tür zu versuchen oder über eine andere Möglichkeit der Flucht nachzudenken, hatte er den Kühlschrank, jeden einzelnen Vorratsschrank, jede Schublade und jeden anderen Winkel der kleinen Wohnung nach etwas Essbaren oder Trinkbaren durchsucht. Aber der Kühlschrank war defekt und leer gewesen und auch in den Schränken hatte er nichts außer Staub und Schmutz gefunden. Als er den Wasserhahn der Küche aufgedreht hatte, hatte sich rein gar nichts geregt. Erst als er sein Glück im Badezimmer versucht hatte, hatte er Erfolg gehabt. Allerdings war kein Wasser aus dem Hahn gekommen, nicht im klassischen Sinne. Statt der erhofften kristallklaren Flüssigkeit platschte eine dickflüssige, stinkende Brühe aus dem Hahn, die auch dann nicht sauberer wurde, als er den Wasserhahn mehrere Minuten lang aufgedreht hatte. Angewidert hatte er sich damals von diesem Gebräu abgewandt. So etwas würde er nie im Leben anrühren, hatte er sich geschworen. Als aber Hunger und Durst mit der Zeit immer schlimmer geworden waren, sein Magen zu Schmerzen begonnen und seine Kehle sich wie Sandpapier angefühlt hatte, hatte er seine Meinung geändert. Eines Morgens hatte er seine Lippen direkt an den stinkenden, rostigen Wasserhahn gesetzt, ihn aufgedreht und die verfaulte Brühe in seine Kehle sickern lassen, als wäre es köstlicher Nektar. Sie hatte sich zäh und pelzig angefühlt und ganz wie erwartet bitter, faulig und ganz und gar widerlich geschmeckt. Aber dennoch hatte er mehr und mehr davon getrunken. Eigentlich hatte er erwartet, dass ihn die ekelhafte Flüssigkeit krank machen würde. Aber das Gegenteil war der Fall gewesen. Er hatte sich stärker und ausgeruhter gefühlt. Allerdings nicht stark und ausgeruht genug, um in den folgenden Tagen einen Ausweg aus der Wohnung zu finden oder laut genug zu schreien, um von irgendjemandem gehört zu werden. Falls überhaupt etwas Menschliches in diesem Haus war, das ihn hören konnte. Und wenn doch, wer sagte ihm dann, dass nicht jeder Einzelne der vielen Wohnungen in diesem Hochhaus von einem anderen Verzweifelten bewohnt war, der sein Gefängnis nicht verlassen konnte. Neben dem fauligen Geschmack hatte die Flüssigkeit noch eine andere Eigenart. Sie führte zu schrecklichen Albträumen, in denen ihm die grauenhaftesten Dinge passierten und die abscheulichsten Kreaturen begegneten. Aber das Erwachen war stets das Schlimmste an jedem Traum. In den Träumen passierte wenigstens etwas. Nachdem er endlich eingesehen hatte, dass kein Retter kommen würde und dass seine Flucht unmöglich war, hatte er versucht, sich umzubringen. Er hatte sich mit einem rostigen Küchenmesser die Pulsadern aufgeschnitten, hatte versucht, sich mit einer alten Plastiktüte zu ersticken und sogar sich selbst den Kopf zu zertrümmern. Aber nichts davon hatte geholfen. Es war so, als wäre er in diesem Zimmer genauso unsterblich, wie auch alle dort vorhandenen Gegenstände und Zerstörer waren. Also blieb ihm nichts anderes übrig, als sich Tag zu Tag beim Altern zuzusehen, die stinkende Brühe aus dem Wasserhahn zu konsumieren und jede Nacht die Albträume und die Bilder und Geräusche zu ertragen, die von diesen schrecklichen Kreaturen standen. Doch wie bereits erwähnt, das Schlimmste war der Spiegel, den er zwar schon mehrmals zerstört hatte, der sich aber immer wieder aufs Neue zusammenfügte. Denn darin sah er nicht nur, wie er sich über die Jahre von einem hübschen jungen Mann in ein verbittertes altes Wrack verwandelte, er sah auch Veränderungen, die nichts mit dem natürlichen Alterungsprozess zu tun hatten und nicht einmal mit dem nie endenden Schrecken und Stumpfsinn seiner Tage zu erklären waren. Seine Haut wurde langsam wechseln und pergamentartig, seine Haare strähnig und auch sonst ähnelte er den Kreaturen auf dem Bildschirm in letzter Zeit mehr und mehr. Noch war die Ähnlichkeit nicht zu offensichtlich und würde einem Außenstehenden sicher nicht unbedingt auffallen. Aber wer wie er die meiste Zeit mit sich selbst allein war, der bemerkte auch die kleinsten Veränderungen. Doch so trostlos und schrecklich seine Existenz in diesem tristen Gefängnis auch sein mochte, eine kleine Hoffnung gab es. Sie war erst kürzlich in Form eines Tablets erschienen, das eines Morgens auf seinem Nachttisch gelegen hatte. Dank der täglichen Nachrichten hatte er zumindest grob gewusst, worum es sich dabei handelte und hatte die Funktionsweise bald begriffen. Das Gerät besaß sogar einen Internetzugang, doch die einzigen Seiten, die er aufrufen konnte, waren Immobilienportale. Alles andere blieb ihm verwehrt. Dabei wurde ihm schnell klar, welche Botschaft ihm die Wesen hinter den Mauern senden wollten. Sie boten ihm damit einen Ausweg an. Es war ein schrecklicher Ausweg, aber nach all den Jahren war er nicht wählerisch. Also setzte er seine Inserate auf, schilderte die Wohnung in den schillerndsten Farben und bot sie zu einem regelrechten Spottpreis an. Er konnte alles versprechen, da er diese Versprechen nie würde einlösen müssen. Bilder von der Wohnung konnte und wollte er nicht machen. Das hätte nichts genutzt, sondern eher geschadet. Aber auch so gestattete er sich ein wenig Hoffnung. Eine andere Chance hatte er ohnehin nicht. Und tatsächlich hatte sich diese Hoffnung heute erfüllt. Es war ein junger Mann um die 20, der an seiner Tür geklingelt und der sie zum ersten Mal seit 35 Jahren geöffnet hatte. Im Laufe der Wohnungsbesichtigung war dem jungen Mann die Enttäuschung anzusehen gewesen, aber dennoch hatte er die Wohnung genau inspiziert. Günstiger Wohnraum war schwer zu finden. Als der Mann sich das Bad ansah, nutzte er die Gelegenheit. Sein empörtes Klopfen und Schreien störte Michael nicht weiter. Es war an der Zeit, dass jemand anderes übernahm. Spätestens in einigen Tagen würde der Mann einsehen, dass es für ihn kein Entkommen gab und dann würde sich der Kreislauf erneut ereignen. Für viele Jahre. Denn Michael hatte gesehen, wie das Tablet sich in nichts aufgelöst hatte, kurz bevor der Mann geklopft hatte. Manche Dinge musste man sich eben verdienen. Kurz überlegte Michael nach draußen zu gehen, die Sonne auf der Haut zu spüren, den Regen auf dem Asphalt prasseln zu hören, zu sehen, ob seine Mutter, sein Vater oder jemand anderes, der ihn gekannt hatte, sich noch an ihn erinnerte. Aber jetzt, wo er die Möglichkeit dazu hatte, hatte er kein Interesse mehr daran. Er interessierte sich vielmehr für den Ort, von dem die Geräusche stammten und wo die fremdartigen Wesen unablässig umherkrochen und die unfreiwilligen Bewohner quälten. Es war eine aufregende Vorstellung, sie mit eigenen Augen zu sehen und sich den Wesen anzuschließen. Wie albern, dass er sich vor ihnen so viele Jahre gefürchtet hatte. Denn irgendwie hatte er das Gefühl, dass er dort in bester Gesellschaft wäre. Dann hätte seine jahrelange Einsamkeit endlich ein Ende. Was, wenn das alles nicht endet? Eines Tages wirst du allem irdischen entsagen. Nur nicht heute. Nicht heute, mein guter Freund. Wieder und wieder erscheinen diese Worte in meinem Kopf. Nicht beständig, nicht andauernd, aber doch zu jeder sich bietenden Gelegenheit. Meist solchen, in denen ich einen selbstzerstörerischen Drang erliege. Doch auch das nicht immer. Hin und wieder kommt sie auch in ganz alltäglichen Momenten zu mir. Die Stimme, die behauptet, ein guter Freund zu sein. Wer sie ist, versuche ich seit dem ersten Tag, an dem sie mich ansprach, zu ergründen. Bisher erfolglos, wie ich zu meiner Schande gestehen muss. Ich fürchte, ich werde es nie erfahren, ob sie nun real ist oder sich nur in meinem Kopf befindet, ob eine höhere Macht zu mir spricht oder ich einfach verrückt bin. Nicht, dass das eine Rolle spielen würde. Eines Tages, wenn ich allem Irdischen entsage, wird nichts mehr eine Rolle spielen. Bis dahin jedoch wird alles eine Rolle spielen. Jede noch so kleine Handlung, jede winzige Entscheidung ist wie ein Zahnrad in einem riesigen, endlosen Getriebe, das stetig rumort und ächzt und unter allergrößter Kraftanstrengung arbeitet, da so viele, so unendlich viele Teile es betreiben, dass niemand den Überblick behalten kann. Wovon ich rede? Vom Leben natürlich. Von dem Kollektiv, das uns alle vereint und doch unterscheidet. Und unterscheiden muss es uns, während wir nicht alle winzige Teile des großen Ganzen, sondern gemeinschaftlich das große Ganze selbst, der Tod des einen von uns würde alle anderen mit sich ins Verderben reißen. Freilich kommt es häufig genug vor, dass ein mikroskopischer Teilaspekt ein nicht zu verachtendes Loch in das Kollektiv frisst. Doch liegt dies in den Entscheidungen und Handlungen des Einzelnen begründet, nicht in der Gesamtheit selbst. Aktion und Reaktion, wir sind alle verbunden und doch voneinander getrennt. Keine Entscheidung kann getroffen werden, ohne dass sie andere beeinflusst, keine Handlung durchgeführt, ohne dass sie andere in Mitleidenschaft zieht. Wir leben und sterben in Abhängigkeit von uns selbst. Keine Ahnung, wo ich das einmal gelesen habe, aber damals fand ich es unheimlich schlau. Heute? Heute müht es mir gerade noch ein müdes Lächeln ab. Denn hierin liegt eines der größten Probleme unseres wertgeschätzten Kollektivs. Auch wenn wir noch so viel beitragen, so viel lernen, so viel zusammenfassen, so viel Wissen anhäufen. Ein jedes neues Mitglied unserer Gemeinde, das die vorigen ablöst, muss mit dem Lernen von vorn beginnen. Nie wird es einem von uns gelingen, das große Ganze zu begreifen. Dafür reicht ein Leben allein nicht aus. Und alle Leben zusammengenommen können in ihrer Beschaffenheit trotz des kollektiven Zustands nicht miteinander arbeiten, nicht so, wie wir es müssten, um zu wahrer Weisheit zu gelangen. Ein jeder von uns wird diesen Moment sicher einmal erlebt haben, es sei denn, bei dem Individuum handelt es sich um ein durch und durch hohles Exemplar. Diejenigen sind von der folgenden Annahme Kenntnis. Von einer Sekunde auf die andere öffnet sich eine Pforte, ein Tor zur Weisheit. Eben dachte man noch nichts Böses ahnend über Gott und die Welt nach, philosophierte ein wenig auf seiner kleingeistigen Ebene und auf einmal ist sie da, die Erleuchtung. Sei es nun, dass man meint, den Sinn des Lebens ergründet zu haben, oder eine andere glorreiche Errungenschaft, man erlebt einen Augenblick höchster Beflügelung. Doch der Himmelsaufstieg wehrt nicht lang. Spätestens wenn man versucht, anderen von seiner Erfahrung zu berichten, wird man entweder auf Abneigung stoßen oder was noch viel schlimmer ist, erkennen, dass diese neuartige Weisheit vorher schon tausend Mal ergründet wurde, wenn nicht auf diese, dann auf andere Art und Weise. Wahrhaftig neues Wissen zu erfahren, ist dieser Tage beinahe unmöglich geworden. Und das ist es, was ich meine. Dieser Effekt, dieser Moment der Erleuchtung. Andere hatten ihn schon vorher und vor diesen Leuten hatten ihn noch ein paar Dutzend weitere Menschen. Womöglich hat man nie etwas von ihnen gehört, weil sie keine bedeutenden Bestandteile der Gesellschaft waren. Dafür benötigte es erst viele hundert Jahre später einen großen Namen, der da das Wissen als Ambrosia vor einer halben Ewigkeit ein alter Schuh gewesen wäre. Wir sind nichtig. Dazu verdammt wieder und wieder die immer gleichen Erfahrungen zu machen, sie zu studieren, zu analysieren, von anderen Seiten zu betrachten, zu veröffentlichen und von vorne zu beginnen. Wahrer Fortschritt bleibt uns dank unserer Kurzlebigkeit und der Tatsache, dass wir nicht als Ganzes funktionieren können, verwehrt. Und deswegen wollte ich dem Ganzen, diesem Irrsinn, früher als nötig entfliehen. Ich wollte dieser irdischen Last entsagen, die Fesseln meines Seins von mir stoßen. Doch selbst dies sollte mir nicht gestattet werden. Mein guter Freund hat mich daran gehindert. Eine Erklärung dafür ist er mir bis heute schuldig. Da ich also nicht entsagen konnte, versuchte ich etwas anderes. Ich versuchte meine Erkenntnis die, dass wir nie wirklich erfahren werden, was die Welt im Inneren zusammenhält, selbst in der Literatur ist unsere Spezies dazu nicht fähig, wie Faust bewiesen hat, mit meinem Mitmenschen zu teilen. Leider geriet ich dabei an eine gänzlich falsche Person. Also ich weiß ja nicht, was du mir mit diesem philosophischen Gequatsche sagen willst, hatte er nach meinem Vortrag gemeint, aber ich werde mich jetzt erst mal meines Mittagessens entsagen, wenn du verstehst, was ich meine. Natürlich hatte ich verstanden, und natürlich hätte ich ihn darauf hinweisen können, dass er nicht meinte, er wolle sich seines Mittagessens entsagen, das hatte er während meiner Ansprache nämlich bereits verspeist, sondern sich ihm entledigen wollte. Ein kleiner, aber feiner Unterschied. Aber was hätte das gebracht? Ein Narr blieb ein Narr. Egal, wie viel wissen man auch in ihn, hineinprügelte, noch so ein Grund für unsere Stagnation. Stattdessen brachte ich ihm einen anderen, kleinen, aber feinen Unterschied bei, den zwischen Leben und Tod. Das Ergebnis dürfte ihn nicht sonderlich erfreut haben. Um es zu präzisieren, ich habe ihn in der Toilettenschüssel ertrinkt. Es war einfacher gegangen als erwartet. Hat es mir Befriedigung verschafft? Nein, keineswegs. Dennoch hat es sich irgendwie gut angefühlt, die Welt wenigstens von einem Narren befreit zu haben. Die ganze Sache hatte auch ihren Vorteil. Mein pragmatisches Wesen hat es mir erlaubt, nicht in Panik auszubrechen und und einen Flucht zu unternehmen, sondern das Beste daraus zu machen. Kurz gesagt, ich habe mich gestellt und meine Strafe in voller Härte akzeptiert. Seitdem sitze ich da, wo das Kollektiv meint, dass ich hingehöre. Im Gefängnis. Dieser Umstand erlaubt es mir, in aller Ruhe über all die Feinheiten unserer erbärmlichen Existenz nachzudenken, ohne dabei gestört zu werden. Keine Verpflichtungen, keine Miete, die bezahlt werden müsste, ein geregelter Tagesablauf, stetiger Essensnachschub. Wenn dafür nicht andere Menschen nötig wären, die uns überwachen, ich würde behaupten, wir gehörten alle in kleine vergitterte Zellen. Vielleicht wäre es uns so möglich, trotz unserer Beschaffenheit zu Weisheit zu gelangen, weil wir von allen unnötigen Ablenkungen losgelöst wären. Ein schönes Gedankenexperiment, nur leider nutzlos, wie so viele Vorstellungen, die meinem Geist entspringen. Allein bin ich eben nur das, ein einzelnes kleines Zahnrad, das einst von sich dachte, ein kluger Kopf zu sein, bis es erkannte, dass es nur eines von vielen war, dass es nur Gedanken und Erkenntnisse reproduzierte, ohne wirklich Neues zu schaffen. Eines schönen Tages werde ich allem irdischen entsagen. Darauf läuft es doch hinaus, nicht wahr? Jede Sekunde, die verstreicht, nähern wir uns unaufhaltsam unserem Ende. Das ist unser Schicksal. Und wenn es dann soweit ist, ist alles, was wir bis dahin geschaffen haben, bedeutungslos. Zumindest für uns persönlich. Aktion und Reaktion, was wir hinterlassen, betrifft nur noch die Lebenden. Und wenn es ein Leben nach dem Tod gibt? Nun, dies zu erfahren obliegt einzig den Toten. Vielleicht gibt es da tatsächlich etwas, etwas Besseres. Oder es ist ein Teufelskreis. Womöglich sind wir dazu verdammt, den Kreislauf aus Erkenntnis wieder und wieder zu durchleben. Was wäre, wenn alle Lebenden ursprünglich einmal tot waren? Wenn die Welt überhaupt kein neues Leben zustande bringt, sondern nur das Alte immer wieder auferstehen lässt, damit es die gleichen Erfahrungen wieder und wieder macht, nur um dann erneut zu sterben und wiedergeboren zu werden. Sterben, Wiedergeburt, Sterben, Wiedergeburt, perfide, grausam, nahezu perfekt ausgetüftelt. Eine stetig arbeitende, ächzende Maschine aus tausenden und abertausenden Zahnrädern. Jemand schrieb einmal, die Hölle sei ein Ort der Wiederholung. Vermutlich hatte diese Idee vor ihm auch schon jemand anderes, nur dass er sie nicht niedergeschrieben hat. Wahrlich, die Hölle auf Erden. Wenn ich dieser grausamen Maschinerie also entsage, alter Freund, guter Freund, wird sie mich dann durchkauen und wieder in sie hineinspucken? Wird sie mich wieder meines Platzes verweisen? Bin ich dazu verdammt, diesem Elend nie zu entfliehen? Oder gibt es da doch etwas anderes, etwas Ewiges, Endgültiges? Bitte sag es mir, guter Freund, denn ich fürchte mich. Die meisten Menschen fürchten sich vor ihrem unabwendbaren Ende. Die Angst vor dem Tod ist die Urangst, die Angst aller Ängste, die Angst, aus der alle anderen entspringen. Bis auf einer. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich habe Angst vor einem nicht enden wollenden Leben. Ich bin bin bin